Herzlich willkommen zurück zu PUBG Battlegrounds natürlich an diesem wunderschönen Donnerstag. Ich hoffe, es ist Donnerstag. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Gestern habe ich nämlich frilhafterweise PUBG angekündigt, da kam aber 7 Days in der Community-Fassung, die ziemlich geil war, kann ich nur empfehlen, machen wir am Samstag tatsächlich auch schon wieder direkt nochmal um 17 Uhr, weil morgen nämlich frei sein wird, bis auf der Twitch-Stream. Er ist noch da, aber morgen Abend nehme ich mir frei, um mal ein bisschen was Privates zu machen. Dafür ist aber Samstag komplett wieder Programm. Also nur damit du schon mal Bescheid wirst. Und Sonntag geht es nur bis 18 Uhr, auch nicht da wundern. Und Montag und Dienstag bin ich komplett nicht da. Dann geht es erst wieder am Mittwoch weiter, denn da fahre ich nach Süddeutschland zu der Family. So ungefähr sieht es aus. Wisst ihr Bescheid? Außerdem gibt es jetzt einen zweiten Kanal auf YouTube, da werden die ganzen Twitch-Streams hochgeladen. So auch heute. Heute gab es, glaube ich, auch tatsächlich PUBG, weil einer irgendwie kaputt gegangen ist, der von Twitch rübergezogen ist. Ist ja egal. Am Endeffekt, in der Videobeschreibung findet ihr auch den Zweitkanal. Relativ weit unten, da sind irgendwo die ganzen Zusatzkanäle aufgelistet. Da gibt es also auch einen zweiten YouTube-Kanal. Und da, wie gesagt, gibt es jeden Tag, so ziemlich jeden Tag, auch einen Twitch-Stream. Der halt exportiert wurde dorthin mit all dem Drum und Dran. Für die Leute, die halt auf Twitch nicht dabei sein können oder wollen, die können das dort sich im Nachhinein noch ganz regulär anschauen. Moin, moin zusammen. Moin noch Draka, Moin noch Kaipe, Moin noch Dodderbado und Salöre und Flipflop-Garner. Moin noch René und Christian und Denise und MC Boogie. Moin noch Nightjack und Robert. Und Micha B und Innstreet. Moin auch Ludwig. Moin, moin. Was geht, was geht, Micha? Nicht viel und selbst. Geht, geht, nicht viel, nicht viel. Okay. Wie war es, Nickerchen? Nee, 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 nee. Kein Nickerchen heute. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht der Morgen. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen. So. Destin. Destin. Nee, Mann. Kein Destin. Moin noch Kenny. Moin. Was geht. Moin auch Mike K. Und moin auch Weltatabine. Moin auch Ruppi. Willkommen, willkommen, willkommen. So, und? Bist du bereit? Ja. Ich sag mal, Popschi? Ja. Geht. Geht so. Können wir noch warten, Stündchen? Willst du was anderes spielen? Was willst du gerne spielen? Irgendwas mit anfassen. Ach, ich hab doch gar nicht richtig gedrückt. Oder hast du was umgestellt? Ich glaub ich, ich kann sein, vielleicht. Aber, also, bewusst, nein. Na gut. Na gut. So, ne. Hm. Warte, warte, ich prophezei' dir etwas. Wir werden heute nur Taego spielen. Jetzt dreht sich... Damit würde ich fast schon klarkommen. Ich mag Taego mittlerweile eigentlich recht ordentlich, aber bei Weitem, ich mag keine Map so sehr, dass ich den ganzen Abend nur eine Map spielen wollen würde. Ja, gut. Also, natürlich ist mir eine Vielfalt auch lieber. Aber ich kann eher den ganzen Tag Taego oder E-Range spielen als jeden Tag Mirama, äh, jeden Dings Mirama, jede Runde. Oder Sanok, das... Danke auch. Ich mag die Abwechslung, ja. Mike? Danke, Mike. Danke, Mike, ganz genau, von deinem Unterstützer-Status. Willkommen. Nun auch in grün. Danke sehr, danke sehr. Moin auch Boho, moin auch Ania. Ja, also, gut, ich muss sagen, also... Ja, nee, ich glaub, selbst E-Range, also E-Range wäre, glaub ich, die Map, die ich am häufigsten spielen könnte, das über den Abend verteilt. Aber selbst E-Range würde ich bei Weitem, bei Weitem nicht den ganzen Abend zocken wollen. Ja, wollen, ne? Wollen tue ich's auch nicht. Wenigstens zwar zwischendurch was anderes, wäre da auch schon ganz geil. Am liebsten hätte ich zweimal Taego, zweimal E-Range und dann die anderen Maps jeweils einmal. So, in etwa. Wenn du mal überlegst, früher gab's ja wirklich nur die eine, ne? Mhm. Hat uns auch nicht gestimmt. Da war das noch so... Nee, da war das auch so gehypt noch alles. Ja, ja. Allerdings muss man ja auch sagen, warte mal, als wir... Von den Zeiten, von wir angefangen haben, bis Mira mal rausgekommen ist, ist das aber auch gar nicht so krass lang gewesen. Was waren das? Vielleicht vier Monate? Fünf Monate? Das ging doch relativ schnell, ne? Das ging doch relativ schnell, ne? Ja, ne? Das war 5.000... Von den 5.000 Stunden waren, glaub ich, 3.000 in den ersten Wunden. Obwohl wir viel, auch in der Zeit, als man die Map ja noch aussuchen konnte, da gab's ja auch schon wie Candy und sowas alles, ne? Da sind auch viele Stunden auf andere Maps dann irgendwann geflogen. Ah ja. Ein Team ist dabei. Aber auch nur die Boyen, seh ich hier gerade. Und einer kommt noch dazu. Einer von Südosten. Ich hör' nicht, wo wir landen. Es scheint also in Richtung Fortzahalle was gekommen zu sein. Hm. Hier ist nur noch 2er Weste, 2er Rucksack drin. Das ist nice. Kannste alles haben. Ich hab' schon 2er Weste. Nicht verkehrt. Ich habe eine, zwei und ne UMP. Ich geh' aufs Dach, denn ich hab' ne SKS und ansonsten nur ne M16. Der M16 ist doch jetzt dein Ding, oder? Dachte ich. Oh Gott, ja, wirst du auch. Ah, du hättest mal hier reingehen müssen, Max. Was ist da? Ne M416. Hm, ja. Ich lasse die auch liegen. Das würde noch ein bisschen dauern. Zweimal angeschossen. Der nächste gleich hinterher. An dem Haus und im Endeffekt 3. Einer dahinter, zwei davor. Okay. Ich bin jetzt auch wieder stattklar. Durch die Scheibe kann man nicht durchschießen, das ist ja frech. Oh, hallo. Mhm. Der ist an der Halle. Hat'n Header, ist reingerammt. Bisschen Schaden hab' ich schon mal verteilt. Noch Air Ride. War das Gespräch? Och. Eigentlich, eigentlich ganz normal. Hat er einen Instant erwischt gerade? Das war doch eine KZ. Ich hab keinen oben rechts gesehen gerade. Es war einer oben dabei, aber es kann eigentlich nicht sein. Da Feuer nur nüchst dabei war. Die noch den an dem Haus dran haben, geht's eigentlich nicht. Ich hab' hier im Haus eingenockt. Shit. Ich hätt' so gerne den Karabinerschützen rechts gehabt. Der wär' wichtiger gewesen. Der zeigt sich auch ein bisschen. Kommt im blauen Haus. Ach, Granate war's. Okay. Sein Maiden muss halt an der Mauer hinterm blauen Haus oder so sein. Ich glaub', deswegen macht er rechts so Druck mit dem Karabiner. Geht rechts raus. Ist jetzt rechts. Links rum. Rennst du den Gewächshäusern vielleicht? Oh, hinter uns wird wieder rumge- rumge- rumgebracht. Sieht aber so aus, als wenn's erstmal nicht auf uns kommt. Ja, jetzt tönt sich da jetzt nicht so richtig viel aktuell. Der loot jetzt mal. Ja, die Gewächsholter, ne? Oder das Häuschen. Der ist jetzt hier dran. Oh, ich würd's doch gerne. In der Inseite der Mauer. Rennst. Genockt. Schön. Das Problem ist, wir können ja immer noch nicht pushen, weil ein weiteres Team davor sitzt. Das heißt, sein Maid wird bei den Gewächshäusern jetzt eiskalt hochholen. Wir könnten fast gucken, dass wir rechts rumkommen. Und der andere zeigt sich. Zwei Treffer mit der SKS? Jetzt hab ich gefühlt alle schon einmal angeschossen. Ich wollt leechen. Bei den Häuserteams ist minus eins. Dahinter sind's immer noch zu zweit. Ganz halt wie Muni aus. Musst halt wirklich hier mit dem 16. Was kaufst du? Fünf, wa? Nee, ist nicht da. Passt schon. Siebener ist noch in dem L-Haus drin. Jetzt ist ein Team down. Die an der Mauer. Die sind noch da. Einer geht auch aufs Haus drauf. Ah, das ist immer kack. Ist jetzt hier oben drauf. Hat nochmal ein Treffer. Wir sind in der Zone, aber die werden wahrscheinlich vor das Spiel noch über unsere Straße kommen. Mal noch, Robel. Das ist vor mir. Direkt ein Mauer-Action. Schade. Einen Treffer hat er? Nee, ich hatte die auf 100 Schuss. Sie schon mal zeigt. Ich weiß nicht, ob er hier schon einen Schaden verteilt haben muss mittlerweile. Und das jetzt hinterm grünen LKW? Das ist genau dahinter. Zu der hinterm grünen LKW. Na, der hüpft da irgendwie rum. Wir müssen einen nocken. Sonst entzerrt sich das hier nicht. Hat ein Treffer. Ich könnte über die Mauer rum. Sein Mate ist bei gelb. Du kannst pushen. Ich komme mit, du kannst pushen. Schön. Sein Mate wird von links nachkommen. Halt mich kurz noch. Ausglutet. Sein Mate ist Richtung Vorratshalle gelaufen. Meine Smog? Er ist da auch noch dahinter. Der rennt weiter zu den anderen kleinen Gewächshäusern. Auto. Okay, fährt weiter, Auto. Ich gehe mal links rum. Ich schaue mal, ob er weiter zu den kleinen Gewächshäusern wirklich läuft. Sieht noch nicht so ganz danach aus. Ich sehe es zumindest bei den Gewächshäusern nicht. Du meinst die auf links dann, ne? Hm. Die hier. Ja, okay. Ich habe auch immer rausrennen sehen und an die blauen Wand gehen sehen. Es kann sein, dass er so rechts nach oben jetzt einfach wegläuft, damit man wieder wieder spawnt, ne? Also sein Mate spawnt. Hm. Denk an die zwei Dudes. Keine Bewegung. Entweder bleibt er dahinter. Oder nicht. Ich meine, wir sind zu zweit. Wir könnten ein bisschen näher rangehen. Aber ich habe halt leider keine automatische Waffe. Äh, hol dir aus dem L-Haus. Oder hier, dann ist eine Burial nochmal. Ja, irgendwie sowas bräuchte ich schon noch. Ich würde fast sogar darauf wetten, dass er komplett weggeraufen ist. Äh, so. Das ist schon mal gut. Charlie auch nicht schlecht. Siebener Money. Nice. Ja. Ich würde sagen, aufi, aufi. Versuchen wir es. Ich würde fast sagen, der sitzt wahrscheinlich noch dahinter. Das werden wir gleich rauskriegen. Jetzt sagen wir gehen mal hin. Bist du dabei? Bist du dabei? Aus dem Geradenkreff? Hm, nö, nicht schon mal direkt. Na, bin ich dabei. Na, mal los. Hier hatte ich ihn am Ende gesehen. Hinter dem blauen Zaun. Hier ist eine Mini. Schnappisch viel. Nee, da ist er nicht mehr. Das heißt, der ist wahrscheinlich über den Hügel weg. Nur auf die Gewächshäuser habe ich geschaut und da war nichts. Und er gammelt irgendwo jetzt außenrum und versucht noch weiter rein zu sein. Der hat ja eine Sniper. So. Auto? Oder? Ja. Wir müssen auch selber langsam schauen, dass wir hier so ein bisschen loskommen. Ja, zum Fischerdorfübel. Mach ich, Anja. Natürlich. Natürlich. Ja. ACP würde ich auch nehmen. Okay. Ja, ich brauche noch eine ganze Menge. Du kannst eine Barrel und eine SKS, also irgendwie, irgendwas ist da gewöhnlich schief gelaufen. Der hat eine M24 drin, ne? Am Haus. Ich weiß, ich weiß. Aber die will ja auch nicht spielen. Ich glaube, ich bleib erstmal jetzt so ein bisschen dabei und dann gucken wir mal. Ah, hier haben die gelootet. Okay. Ich geh mal hier hin. Aber was soll passieren? Okay, wir gehen jetzt schon mal ein bisschen weiter in die Zone. Wollte ich nicht darüber reden? Alle sind neugierig. Nee, ach. Tatsächlich darf ich über sowas wirklich nicht reden. Erstens das, aber nee, so prinzipiell gesehen ist das halt auch nichts Spannendes. Aber ich muss halt schon immer mal wieder gucken. Wie es halt so, wie es halt so abläuft, ne? Also, wer da halt da mit dabei ist. Wann die Zeit haben vor allen Dingen. Oh, da sieht das schon mal besser aus. Ein Koffer direkt gefunden. Im ersten. Winnungsverdämpfer lege ich raus. Mhm. Oh. Ah. Ein Zweierheld. Das ist ja schon mal Wahnsinn. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch bei der OMP, die ist voll ausgestattet. Mein Gott. Das erinnert mich an die Taigo-Runde beim letzten Mal, die wir hatten, bei denen ich irgendwie bis zum Ende eine schlecht ausgestattete UMP und irgendwas dann hatte, um drum zu ballern. Hat doch so ein paar Attachments, ne? Äh, AR-Magazine? Auch? Ja, mach mal aus. Ich steck das an Steinchen hier an. Die plus so, vielleicht so kleine Köfferchen oder so. Da wäre auch noch ganz klein. Hast du gar keinen Koffer? Hm, nee, ich hab gar keinen. Ich hab einen Energy und 10 Verbände. Für mehr hat's nicht gereicht. Ja, ich hab jetzt auch nur dieses, ein Stück Medikit. Hm. Ja, passt schon. Ich glaub, man sollte auf jeden Fall hier nochmal reingucken. Ich hab ein Moped in dem Stand, ne? Na, machen wir das doch mal. Hm, richtig Brücke. Ist nochmal Zweier-Zoll komplett drin? Uh, Muni, sehr geil. Zweier hab ich ganz gut. Brauchst du ein Compi-MP für deine UMP? Ich hab einen Schalit dran, das passt schon. Ja? Willst du kein Compi? Ja. Ja. Ich glaub, OPA müsste auch so gehen. Ja, das schon, das schon, das schon, das ist richtig. So, okay. Hier ist noch ein MP-Magazin. Visier. Vierer fällt noch. Naja, ich bin auch nur mit einem Dreifach-Visier unterwegs. Ah, Vierfach, nice. Und ein Karabinski fehlt noch. Ja, Vierfach, bring ich dich mit. Kann dir wieder in den Koffer geben. Uh, Max. Warte. Das überlasse ich dir diesmal. M249? Ja. Ich hab schon eine. Echt? Krass. Kannst du haben. Tu es mich ja, schnapp sie dir. Ach komm, ja, ich nehm so. Es ist geil, es ist geil, es ist geil. Ich hab auch sehr viel Fünfer, also ich, notfalls kann ich dir noch was geben, aber hier sollte auch genug rumliegen. Ne, ich hab noch eine M249 gefunden. Hm, okay, ich verstehe. Willst du vielleicht? Meine UMP haben dies gut ausgestattet. Nein. Jetzt fehlt mir nicht das Taktische und noch ein Magazin. Aber nur PSR. Ich glaub, ein Taktisches hatte ich sogar noch gesehen, aber ja. Ja, ja, für meinen SKS fehlt mir tatsächlich auch noch ein Magazin. Obwohl ich vielleicht da oben steigen würde. Moin auch mal, du Maus. Willst du nochmal, ähm, ein Vierfach haben zu dem Sechsfach, das ich jetzt gewonnen hab? Hm, nö. Ich will zu den Schüssen, Michael. Das wär toll. Ich hab zwar nichts gesehen, aber ich wollte mal ein bisschen mitrauschen. Ich hab auch nichts gesehen. Ich hab nur zwei... Hier, hier das Magazin... Äh, das Vier. Ich hab einfach nur auf deine... Einfach nur auf deine Markierung geschossen, das ist alles. Ja, ich hab ein Mündungsfeuer gesehen und zwei Leute gesehen und dachte schon, jetzt haltst du einfach mal drauf und guck, was passiert. Ich lass dir den Koffer da und leg mal was raus. Ne, 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 ich hab schon genug. Ich hab schon genug. Ich hab fünf. Ja, ich hab vier also. Easy. Jetzt noch ein bisschen Fünfer, wenn du noch welche brauchst. Ja, auf jeden Fall. Hier ist auch noch was. Nice. Ah, nein, ich hab die Mini. Das dauert zu lange. Ah, Kontakt, Micha? Ja. Haben wir uns nicht gesehen? Ich würd sagen, wir gehen noch bis zu der Anhöhe wenigstens. Pats, pats. Jetzt. Hm, jetzt sehe ich den Minusfeuer. Och, wie langsam da die Kugeln einfach fliegen. Das ist jedes Mal so scheiße. Im Vergleich dann zu der Sniper. Dann halt ich schon gefühlt einen Kilometer voraus, dann siehst du die Kugel immer noch so... Uuuuuh, boops. Hinter ihm aufbereit. Moin, auch Mann, die Maus. Danke, auch Mann, die Maus. Steps close. Jo. Oh. Oh, die haben uns gepusht. Die haben uns gepusht. Immer hart hart hart. Ja, wir haben hier... Ja, okay. Danke, danke, Mann, die Maus. Hier ist ein Schally AR, wenn du willst, ein Kompi AR ist hier auch noch. Auch taktisch ins Magazin. Packschuss haben wir auch nicht, Magazin auch nicht. Danke, danke, Mann, die Maus für deine Spende. Good luck, you. Das werden wir vor allem meistens dann den ersten so noch so halbwegs brauchen. Ansonsten machen wir da natürlich mit links. Ist doch klar. Danke, danke. Okay. Guck mal, die waren sogar so freundlich, sie haben uns noch ein Auto da gelassen. Drüben rennen sie. Hier ungefähr. Sehr gut. Das ist mir soweit vor allem. Treffer. Noch ein Treffer. Oh, zwei Karabiner-Hits. Oh, irgendwas hat mich getroffen. Der ist tot. Auf den wir geschossen haben. Ich sehe seine Leiche. Hast du den erwischt? Ich glaube, der hat schon hingelegt. Hier ist ein weiteres Team. Nee, nee. Wisch, Max. Nein. Der legt noch. Der hat schon hingelegt. Ach, da, da, da. Da reicht zwar noch eine Leiche. Ich habe auf die falsche Seite geschaut. Das reicht noch. Ich habe eine Leiche gesehen und habe mir gedacht, okay, na gut. Hat sie mal ein anderes zu Ende gebracht? Hm, dahinten muss noch was kommen. Und pass auf, ne? Bei einer gelben Markierung oben an der Richter sind auf jeden Fall welche. Wie tut's? Ja. Erstmal gucken, was hinten noch kommt. Na, ist schon. Ich nehme mal die Kante hier. Wahrscheinlich sind's so Gefahren. Meine ist da Ego. Aber ich sehe auf jeden Fall keine Bewegung. Das ist ja krass. Das ist eigentlich schon wie, was das für eine späte Zone ist. Aber wir sind immer noch drin. Nice, nice. Bestimmt noch was aus dem Feld, wo das Auto steht. Hm. Ich sehe was laufen. 2,20. Das ist ziemlich weit weg. Hm. Ich sehe nur das Auto. Ja, ja, ja. In der Nähe von dem Auto ist der gelaufen, mehr oder weniger. Wir könnten uns überlegen, an der Küste schon mal ein bisschen weiter rein in die Zone zu kommen. Auch wenn wir noch drin sind. Für die nächste Zone. Läuft, laufen sie wieder. 15 Grad. Ist jetzt verschwunden. Ah, die sind so langsam aber sicher ein bisschen rüber. Ja. Da sind sie schon. Oh, ich sehe sie. Oh, direkt getroffen. Ah, der andere ist da unten. Ich hab grad gesehen. Die sind zu zweit da unten. Einen hab ich getroffen. Den linken von beiden. Oh, so knabber im Kopf vorbei. Einer ist baden gegangen. Äh, ist nicht so meine Entfernung. Ich glaub, schlafen wir lieber. Hinter uns das Auto, Max. 110 Grad. Dort. Was soll der denn noch sein, bitte? Seh den Wagen, ich seh sonst nichts. Jaja, aber der kam da angerollt. Vielleicht ist der auch gestorben gerade. Sieht mir eher danach aus, als wäre er gestorben. Also ich weiß das natürlich nicht, aber es sieht ziemlich stark danach aus. Mal noch Whoop Master. Mal noch Brösel. Den Fallschirm sonst. Ah. Ja, schade, ne? Mhm. Drops ins Wasser. Schade. Den einen hatte ich gerade noch am Ende getroffen. Ne, das ist kein Spieler. Wie viele haben wir denn noch? 11. Aber wir sollten an der Küste ein bisschen weiter so kommen. Ja, aber das wäre nicht verkehrt. Wir müssten halt noch ein, zwei Schwimmer im Wasser haben, ne? Ja. Deine halt, ne? Mhm. Einer schwimmt sogar direkt vor mir. Wir sind beide noch im Wasser. Hier ist einer hinter und hier schwimmt der andere. Boah. Das blendet voll, ne? Ja, ja. Ich kann kaum hinschauen. Das ist... Was ist das? Wir müssen weiter schwimmen. Okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich nach links schwimmen. Aber... Irgendwann müssen sie auftauchen. Dort hinter. Dann wären wir halt nach... Zu der Seite schließen. Eher haben wir ein Problem, dass die von oben vielleicht zu uns runter gucken. Versuchen wir mal nach links ein bisschen aufzumachen. Mal gucken, ob es klappt. Eingennockt unten. Eingennockt unten. Eingennockt unten. Ja, ja, der ist ertrunken. Und der war mal im Land. Kann sein, dass einer von denen sogar schon hier mit nach vorne durchgeschwommen ist. Tauchen kommst du relativ weit. Das war der eben. Es waren zwei im Wasser. Ja, ja, ich weiß. Der eine, den hab ich ja im Land erwischt. Okay. Das heißt, einer ist jetzt noch im Wasser oder sind beide totig? Naja, einer müsste noch im Wasser sein. Okay. Der war auch in dem letzten Drop noch. Also relativ weit entfernt von der Küste. Mhm. Stirbt aber jetzt, wenn er nicht hochkommt. Aber wie gesagt, der müsste sehr gut tauchen können. Von dem Drops bis zum Strand kannst du easy durchtauchen. Mhm, aber du kannst relativ gut durchs Wasser schauen. Ich hab den auch unter Wasser gesehen eben deswegen. Hä? Das ist nämlich ganz seicht am Ufer. Naja. Da muss aber schon ein Stück. Also jetzt passiert jetzt in sich nichts. Ja, stopp. Jetzt sterbt er glaube ich. Ist hier unten auch sogar noch eine zweite Crate? Oder ist zwischendrin gestorben? Spielbereich? Könnte gewesen sein. Mhm. Ich dachte, eben wär's runtergefallen. Hä? Was hast du aus? Hast du deinen Hobbs gemacht? Aber du schlossst weg. Mal noch Nico, mal noch Strobo. Direkt vor uns. Bei den MK. Bei dem ist Rauch. Roter vor uns. 200 Grad. Noch drei. Am rechts von der Auto ist auch einer. Die beiden, die jetzt geschossen haben, kommen in unsere Richtung zurück. Scheiße. Und er ist schon vor uns. Hier dran. Dahinter. Und am Auto wieder einer unten. Deck hier nach oben. Ja. Ich weiß nicht, doch. Oben einer knockt. Das sind die letzten insgesamt übrigens. Einer unten, zwei vor uns. Wir schallen. Geblendet. Atmisch. Ist am Baum. Scheiße. Hast du noch Rauch? Ähm, ja. Die anderen beiden werden uns jetzt ansonsten problematisch, äh, sehr problematisch werden. Naja, die Bucke schon. Links, links. Maschinen. Sein Mate rechts ist noch. Ich überlege sogar fast, dich hochzuholen. Hm. Ja, aber vielleicht sollte. Gute Idee ist. Wenn wir gleich rauskriegen. Äh, schmeißt du nochmal Rauch? Das ist noch gut. Ich geh gleich links rum, Max. Ich geh gleich rechts rum. Sieh sie sogar. Na rauf. Bär geschossen. Der ist direkt bei mir dran. Ach, Dreck. Direkt, direkt bei mir. Ja, großer Held. Da ist er. Hol dir, hol dir. Der wachsende. Ah, easy. Schön. Sauber, sauber, sauber. Oh. Hab ich es doch tatsächlich geschafft, mein MGL zu schießen damit, ne? Ja, tausend Schaden, Max. Ich glaub, der Anfang auf jeden Fall hat dir sehr gut geholfen. Hm. Ich hab mit der SKS die so häufig einfach nur angeschossen. Das ist halt so frustrierend. Zwei Kills auf knapp tausend einshundert Schaden. Hm. Ei, 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 ei. War noch 710er Deckel. War noch Thorsten. War noch Twiggy. War noch Power Pro und Donner Bart und Denise. Und moin noch, du Rass. Hm. Na ja, gucke mal. War ganz nice. Ich lobe. Hab dich aber noch nicht. Erst heute Abend. Loben. Ach so meinst du. Ja, bis jetzt ist, ne? Ja, bis jetzt sind es weiter runter, also. Naja, aber bis jetzt ist perfekt, würde ich sagen. Danach wieder Taego, danach wieder Irangel, danach wieder Taego. Dann vielleicht eine Runde Miraba oder Sanok. Danach wieder Irangel oder Taego. Und dann pfff. Dann 23 mal Karakin. Hm. Hab ich dir versucht, letztes Mal schon zu erklären, Bröse. Die, äh, das ist ein Unterstützer-Status. Ne? Leute, die quasi, äh, den Kanal unterstützen wollen, indem sie, äh, monatlich Geld überweisen. An mich. Als Dankeschön, um das Ganze halt im Endeffekt, äh, möglich zu machen. Ne? Weil, das ist ja alles erstmal gratis, wenn man sich das anschaut. Aber irgendwoher muss das Geld ja kommen. Da gibt's zwei Säulen im Großen und Ganzen. Nämlich Werbung. Aber die ist, Plottwist, bei YouTube ziemlich klein. Und halt sowas dann halt wie Trinkgelder. Ne? Und das ist halt auch nicht so weiter als eine gewisse Form des Trinkgeldes. Und bei YouTube kannst du seit kurzer Zeit, ähnlich wie bei Twitch, halt auch diese Bezahlabonnements verschenken. Das heißt, du, du bekommst, du kriegst nichts. Bis auf den, bis auf den Status. Da kannst du andere Emotes machen und kriegst halt als Zeichen dafür, dass du diesen Status hast. Den, den Becher vor deinem Namen. Aber ansonsten musst du erstmal gar nichts machen. Äh, ansonsten passiert eigentlich gar nichts. Das heißt, ja. Ja? Im Endeffekt kannst du nur Danke sagen bei demjenigen, der es dir geschenkt hat. Und das müsste in dem Fall, glaub ich, Lars gewesen sein. Bin mir relativ sicher. Das war nämlich, glaub ich, vor zwei oder drei Tagen. Moin auf alle Morgules. Moin moin. Moin auf Malagand. Und Nightcheck. So. Ja, weil sie werden hier aufräumen. Hausputz. Hm. Den vorletzten Typ verpasst. Welchen meinst du denn? Ah, ja. Im Spiel eben gerade. Den habe ich mit dem MG weggezwirbelt. Blablabla. Blablabla. So ärgerlich eben gerade, dass mein MG leer geschossen war. Ich hätte den zweiten mit Sicherheit auch gekriegt. Danke auch, Sir. Oh, das würde sich auf den letzten Schiffen, der gerade im Chat war. Das kann natürlich auch sein. Danke auch, Sir Buddy, für deinen Unterstützer-Status. Danke auch dafür. Und willkommen bei Frösche Rote Lachs. Ja, Micha, ich habe schlechte und etwas gute Nachrichten. Ja, Shooting Range am Team, ja? Hm. Aber nur eins. Bei uns nichts. Ich würde sagen, wollen wir uns ein bisschen um die Bald kümmern? Was sagst du? Wollen wir die rushen? Bald kümmern? Ja klar, hier ist ein UMP. Easy, los geht's. Naja, irgendwas, ne? Wenn man so ein bisschen was machen kann, dann ist das okay. Ist eigentlich... Ja. Bin ich dabei. Das Einzige, was halt immer kritisch ist, wenn ein Helm fehlt. Und eine Weste. Finde ich. Okay, ich habe ein Helm und eine Weste. Naja, Helm, Weste und so weiter habe ich tatsächlich sogar auch... Ich glaube, es ist sogar wirklich schon los. Und zwar in der Hoffnung, dass ich in dem Bunker noch ein Visier finde. Nein. Ich habe eine Beisen und eine Autoschro... Hier eine Double Barrel. Oh. Moin, Ghetto-Bus. Ja. Das ist kacke ohne Visier dann. Gerade du kommst eh nicht so nah dran. Ne. Beisen und Schroti, also ich sag mal... Und ohne Visier ist Beisen auch nichts für die mittlere Distanz. Moin doch Disco Dirk. Moin doch Zack McCracken. Ich lauf schon. Na. Ich lauf auch mal so grob in die Richtung, aber noch mal ein Häuschen mit. Nahkampfvisier wird doch wenigstens drin sein. Ne. Ist nicht sicher. Gar. Ist ja auch... Absolut nischt, der Micha. Ja, die machen uns doch fertig. Auch noch King Cycro. Wenn er schießt von denen. Wenn er Schroti... Ne. Keine Ahnung, was er davor hat. Hm. Eine M24. Dann kann ich zumindest schon mal diese Elends-Schroti loswerden. So, jetzt habe ich auch eine feste. Soll ich in deine Richtung kommen? Du magst. Ich habe nämlich noch ein Visier gefunden. Ich habe ein Visier gefunden. Nahkampfvisier. Okay. Und dann lauf ich jetzt, äh, straight hin. Ja, ja. Ich bin jetzt auch unterwegs. Ich habe jetzt eine M24 mit Sechsfach, Michael. Uuuuh. Sexy Motherfucker. Richtig geil, das Arscher. Richtig geil. Ich habe einen Zweifach. Okay. Die hat einen erwischt, oder? Der hat gerade entweder seinen Mate umgehobst. Ich sehe einen. Der läuft zum Berg. Oder zur Straße. Straße wahrscheinlich eher. Wir haben bestimmt ein Auto, oder? Schaut halt ab. What? Ist du silent? Ja. Mini silent. Äh, große Probleme. Eingehalten hat er. Ja, ja, ja. Sein Mate lebt noch. Wir haben auf jemand anderes geschossen. Ich pushe seinen Mate gerade. Der ist bei mir, Michael. Direkt bei mir. Schaut zu mir. Sehe das Flugzeug. He knocked sein Mate. Okay, der andere ist, der rennt jetzt auch zu dir. Zu Südosten. Ja, ja. Hast du ihn gesehen? Ne. Sehe ich nicht. Ich markiere ihn dir gleich. Dort ist er jetzt. Läuft er dort. Dort. Ist angehittet. Nice. Versteckt er sich oder läuft er weiter? Schießt er auf mich jetzt? Aber bitte auf wen oder was haben die denn da dann ge... Ist da ein Bot noch bei denen gelandet oder wie? Ich habe jetzt nicht drauf gedacht, aber ich sah nicht wie... Werden wir ja gleich mal sehen. Also die beiden sind es nicht, aber ich meine halt... Ne, ne, ja. Der dritte, ja. Das war schon strange, ne? Ja, irgendwie... Irgendwie komisch. Zum Glück habe ich echt nochmal hingeschaut, weil ich mir doch dachte... Was geht denn? Moin Berlin. Moin Berlin. Oder Bill. Bill Berlin. Moin Moin. Mhm. Sechsfach willst du? Ja, ja. Momentan noch alles. Als du drückstammelsticht hast, wie einer gerade seine Waffe wegsteckt und mich anrennt. Weil... Okay, okay. Hätte ich mal die Schroti behalten, dachte ich mir eben. Gerade so nah wie der schon dran war. Ah, kann ja auch ein Vielfachstattes mitbringen. Ja. Okay. Der hat ne SKS und ne Barrel. Würde dich wahrscheinlich alles nicht so interessieren. Das brauche ich nicht. Das nehmen wir mal mit. Moin noch, Andreas P. Moin Moin. Ist auch noch ein bisschen straff. Bist du auf dem Vernichtungsfeld zu verstehen? Ja, so ein bisschen. DP. Moin. Moin. Schon ganz gern noch so das ein oder andere, äh, ne andere Waffe. Na, M4, nice. Na ja, sowas zum Beispiel wäre ganz geil. Willst du noch ein taktisches? Ja. Falls ich nämlich auch noch ne M4 finde oder ein MG. Moin Relaxing. Hier ist das taktische. Willst du noch ein bisschen Fiebermonie haben schonmal? Nö. Oh nö. Fiebermonie habe ich echt super viel. Das passt alles. Stromkabelverlegeler. Ja, mach mal, mach mal. Viel Spaß, Bo. Ähm, viel Erfolg. Das hat halt auch so gepasst mit dem. Der hat ja nicht mal nen Rucksack auf gehabt, der erste sitzt auf dem Moppet, fährt da so weg. Das ist irgendwie so ein Voll-Kaot, der seinem, die haben irgendwie rumgealbert. Der hat seinen Random-Mate über den Haufen geballert und zieht jetzt irgendwie von dann. Also. Der hätte ich echt drauf getippt, dass genau das passiert ist. Hier ist ne M4 Max. Oder willst du lieber ne M249? M249 natürlich. Okay. Kommst du noch mal? Naja, komm hoch. Beides denke ich nicht mehr. Die unten ist leider auch nichts in dem Bereich. Moin big Lloyd. Moin moin. Jetzt denke ich aber ein bisschen Moni dazu. Mal zu bisschen mehr verparten. Leider kein Magazin. Ja, sein Moped müsste irgendwie in Richtung Vorgeländer liegen. Am Bunker. Er ist bis zum Bunker gefahren, den ich noch gelootet hatte. Ne? Ja, perfekt. Willst du nen geraden Griff? Ja. Ach, jetzt hab ich auch mein Holo da liegen lassen. Kannst du das bitte mitbringen? Ja, kann ich machen. Wenn du noch Platz hast. Du musst dich schon entscheiden. Ach nee, der hat nen Redlot. Der hat nen Redlot. Der hat nen Redlot unten im Griff. Nee, weder noch. Die Crate hatte alles. Ich hab ja auch alles dabei. Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal das Moped und dann legen wir mal los. Ich hab in Severny exakt ein Haus gelootet. Wollen auch die, ne? Ein einziges Haus. So viel zu Severny. Mhm. Ich hab jetzt ne M24. Boah. Guck mal, hier ist jetzt auch ein Auto. Hm? Ja, sein Moped ist ja ein bisschen schneller unterwegs. Vorher kannst du wieder nicht rausballern. Eigentlich sollten wir das Auto nehmen. Das ist mir eigentlich wunderschön. Naja, komm, du weißt doch. Autowarfare PUBG. Eigentlich musst du auch wieder ne Pistole mitnehmen. Na, das ist schon lange nicht mehr gemacht. Und du hast eigentlich viele damit erwischt. Inklusive mich zwei, dreimal. Ja, das ist es halt. Es war, es war ganz witzig. Manchmal war es ganz cool. Aber ich würde sagen, es war mindestens so häufig auch nicht cool oder kontraproduktiv. Deswegen hab ich es einfach sein gelassen. Na gut, nachdem ich dich aber gestern schon mal rausgeschossen hab. Bei rausgeschossen hab ich dich ja nicht, ne? Bist rausgegangen. Mhm. Mhm. Siehste? Gerade wenn wir jetzt zu zweit spielen, müssten wir uns eigentlich mal irgendwie drauf einigen. Dass ich in so einem Fall nicht unbedingt aussteige, sondern einfach nur den Platz wechsel und auf das Auto rausballern. Weißt du? Dann müsste sowas ja eigentlich nicht passieren können dürfen, so richtig. Ach, das ist ja nur einmal passiert. Ja, ich glaube. Also, ich glaub das war mehr Zufall als alles andere. Der Winkel... Und deswegen... Es war schon hart, die Straße dort, ne? Mein Gott. Deswegen schauen die Leute ja auch zu. Da darf man ja auch nicht vergessen. Die brauchen ja auch, ne? Die Portion Chaos muss auch mal dabei sein. So ist er nicht. Ja? Das eine Haus in Severny hat gereicht. Ich muss fairerweise aber sagen... Ich hab ja nochmal den Bunker gelootet. Da hab ich ja nochmal reingeschaut, ne? Wo ich die Leute gekillt habe mit... Na doch, den Visier aus dem Bunker. Die Weisen hat ja noch was zu werden. Ja, ja, ja. Es ist halt wie es ist. Da können wir ja noch bis zur Brücke durchfahren. Ich hab ja noch einiges. Aber ordentlich Sprinterballen. Da geht es nicht mal nicht. Obwohl die ersten Eier draußen ist. Ich hab Schüsse gehört. Wir können an der Zonengrenze bleiben. Und mal gucken, ob da was kommt. Könnte sein. Halt ich hier aufs Dach drauf und mal gucken. Jetzt haben wir Koffer. Ich hab schon ein bisschen. Ey, Relaxing. Ich spiele auf YouTube, wenn ich einen Stream mache, immer nur das gleiche Spiel. Ausstrich. Da erinnert sich nichts. Das wünsche ich keine Spiele. Es gibt eigentlich immer nur eine Ausnahmesituation. Das ist halt, wenn ich ein Spiel spiele. Ein Singleplayer-Spiel oder so. Was halt dann irgendwann vorbei ist. Die Kampagne und der Abend noch genug Zeit bietet. Um halt noch was anderes zu machen. Dann kommt noch ein zweiter Stream mit einem zweiten Spiel. Aber ich glaube nicht, dass wir heute PUBG durchspielen. Irgendwo, irgendwann, an irgendwas liegt es, dass danach immer irgendwie wieder eine Runde kommt. Ist nicht, oder? Ne. Tut sich ja nichts. Die Zone ist nicht sehr weit weg. Wir haben ein Auto, aber... Ist ja nichts. Aber YouTube mag das auch gar nicht. Wenn du... Wenn du da pro Stream irgendwie mit den Spielen rumhantierst. Weil du kannst immer nur ein einziges Spiel angeben. Für deren Metastatistiken. Also für deren Metadaten. Dann ist es immer ganz doof. Ah, Panzer auf 230. Richtung Puzzlehäuser, würde ich sagen. Ich habe gerade noch den letzten Rest des Fallschirms gesehen. Ja gut, ich meine, ich habe einen MG. Ich habe 500 Schuss dabei. Das heißt, so einen halben Panzer sollte ich schon damit runterballern können. Müsst eigentlich fast du fahren. Ich fahre erstmal dran vorbei und gucke, wo das Ding ist. Ich habe auch die große Hoffnung, dass wir ihn nicht sehen. Ich will trotzdem nicht gegen Panzer kämpfen. Wenn er fährt, machen wir aber das alte Spiel. Wir fahren einfach mit und ich balle einfach drauf. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Aber ich glaube, da ist noch keiner drin. Jetzt steckt er rein. Könnten das Geländer. Zu spät, glaube ich. Könnten das Geländer. Ne, ne, das ist vor uns erstmal. Wenn der losfahrt, fahren wir auch los. Er fährt, aber er fährt rein. Ja, der holt sein Mate noch ab. Ein Teil von Puzzlehäusern ist tatsächlich auch noch drin. Hey, du bist ein bisschen erschrocken gerade. Naja, wenn ich hier schon mal ballern darf, ne. Also noch exakt eine Kugel in der M24. Muss halt auch raus. Oh. Oh. Da haben wir den letzten Rest laufen. Wir brauchen uns rechts irgendwo ein AVM. Hau. 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 Naja, das geht in die Richtung. Okay, geführt. Ich würde sagen, etwas hinterm Berg. So 150-200 Meter werden es noch sein. Meinst du die Schlüssel? Das war ne M24, äh ne AVM meine ich. Aber ja, könnte, könnte sein. Schaden bekommt wegen dem kleinen Sprung hier. Weiche Knie, mich ja. Oh, red sun. Auto. Da ist er wieder Das ist der M24, das ist nicht die AWM Achso Ja, weil du erst Auto fährt weg Oder angehalten Für die Redzone erstmal nichts, ich komm zu dir wieder Redzone Moppet Oh, schade Könnte die M24 sein Ich bleib mal hier in Deckung Kann man sich vielleicht erholen, vielleicht Ich hab hier so einen grandiosen Unterstand Hier kann mir gar nichts passieren Da ist ein Wellblechdach über mir War noch Flitzbiebe Und zwei, Big Light Ja, ne Hat ja gut funktioniert Ja, ein guter Wellblech, bitte Ja, die anderen, die beiden zu erwischen Ui Zurück geht's zum Auto, sagst du? Ja Panzerschutz könnten aber auch jetzt kommen, ne? Ah, ne Die werden wahrscheinlich eher die Straße runterfahren Das lebt ja auch noch mega viel, ne? Kann ich mal durchaus noch ein bisschen was passieren Bisschen Zeit hätten wir noch Und ein Auto Okay Irgendwo hier Wir haben nur die Explosion gesehen Ja, hab die Granate gesehen Ja Ich lauf ein bisschen links lang Ja, ich hab mal unser Auto markiert Ich seh sie 40 Grad Bei deiner Markierung jetzt Laufen die in unsere Richtung Ich seh einen Der verdeckt sich nach unten Hier wurde schon Hier ist einer Den krieg ich gleich Noch Den schießt du Ja, ein Baum, fast weg Mist, rennen wir zu den Häusern, ein Team Meiner war nur Nockel Das heißt, wir müssen doch irgendwann zweiter gehen Ja 30 Sekunden Auto, Auto Auto ist markiert Ist hier kein Auto Achso Weil du gefragt hast, wo ist er Hast du alles zerstört Warte mal Aber der ist doch immer noch gut Die müssen ja auch laufen Ja, ich fahr mal das Auto vor Ja Auf den Treffer Wir sind zu zweit Und der dritte halt Ja, ja Jetzt ist es auch egal Jetzt müssen wir auch nochmal Dass wir da sind Einer wird sich eh noch heilen müssen Zu den M24-Treffen Tut ja trotzdem Bisschen wenigstens weh Scheinbar nicht die Panzerboys zu sein Hat nämlich kein Panzer gesagt Das ist dieville Das ist der Ausatmacht Ich kann das nicht Aber ich würde das nicht Das ist der Ausatmacht Auto am Rotenhorst? Ich kann doch nicht mehr weiterfahren. Macht mal noch die paar Sekunden. Vielleicht sind wir hier oben schon gar nicht so schlecht dabei, ja. Vielleicht sogar die Häuser hier, ne? Ich weiß nicht, ob die besetzt sind. Können wir gleich herausfinden. Würde ich auch sagen. Halt hier beim Einstöckigen. Keine wilden Steps. Mal noch Früchtechen. Hier ist ein Auto. Ist besetzt, ist besetzt, ist besetzt. Hast du keinen Atem? Molly habe ich. Das war's. Ist bei dir besetzt oder ist zweistöckiger? Die zweistöckigen, beide zweistöckige sind besetzt. Beide. Links und rechts. Das kann gleich schon mal abgehen. Vielleicht können wir die angehen, wenn's allgemein turbulenter hier wird. Ich liebe es. Ich war noch nicht vollends rum. Ich war noch nicht mal vollends rum im Kopf und hab mir schon mal einen Header gefangen. Schade, schade. Mal noch Josef, mal noch Mike. Es sah jetzt schon ein bisschen witzig aus, wie du grad weggeflogen bist. Ja. Vor allen Dingen, die hätten wir, glaube ich, relativ locker kriegen können. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Wer pusht denn mit einer Sniper in der Hand? Keine Ahnung. Der andere hat mir Schaden gemacht, deswegen war ich schon relativ schnell weg. Aber trotzdem, wer pusht denn mit einer Sniper in der Hand? Ah, ist ärgerlich. Ich hatte einen ganz witzigen, eigentlich einen Spalter, konnte ich so ein bisschen durchballern. Aber die Kugel ist trotzdem zu weit links irgendwo hängen geblieben unterwegs. Das ist wie sie halt woanders hingezahlt hat als die Waffe. Schade. Ärgerlich, ja. Ich muss ja grad sagen, ich ärgere mich grad ein bisschen. Ja, ja. Ich hab auch noch nachgeladen, ey. Hätt ich eher mit der Mini schießen können gerade. Ja, eine Nate. Wirklich eine Nate, die mich hätte links im Fenster gehabt. Der ist da auch nicht von weggerückt. Einer einzige wäre es schon gewesen. Hätten wir links auf jeden Fall genockt. Aber den rechts hätte ich auch so haben müssen. Naja, man kann ja nicht jede Runde gewinnen. Sollte man aber. Schau mal, schau mal, schau mal. Immer noch Abwechslung. Ja, ich traue dem Frieden halt nicht. Also, noch ist alles schick. Noch bin ich absolut zufrieden. Und egal wie der restliche Arm sich verhält, muss man ja auch sagen, ist es jetzt schon fast besser auf einer Map-Rotation als die ganzen letzten Abende zusammen. Ich weiß nicht, weil anfangs hatten wir auch relativ gute Maps gehabt. Oder meine ich mich zu erinnern. Eine. Wir hatten, glaube ich, am letzten Mal, wir sind mit Erangel oder so gestartet und danach war dann nur noch Abfuck. Bis ganz am Ende, glaube ich. Da ging es dann auch wieder so einigermaßen. Da hat man, glaube ich, noch 1,5 Taego oder so. Aber dazwischen, wenn man die geskippten Runden mitzählt, die wir rausgegangen sind, wahrscheinlich irgendwie 10 Mal Miramar, 10 Mal Sarnock. Deswegen ist es jetzt schon ganz okay. Kann man so machen. Ein Kunstwerk, Micha. Drück mal M. Da siehst du, was ich meine. Ein wunderschönes Kunstwerk. Einfach alles markiert, ja. Ja. Ich hab Jonjon gefunden. Das ist das. Eindeutig. Braveheart Power. Braveheart. Braveheart. Du Leichenfender. Ich hab einen Nachteil daran entdeckt, übrigens, wenn ich in der Pause nochmal ein bisschen Training mit Gewichte mache. Vor allen Dingen, wenn es um Arm-Training geht. Also... Zum Arm oder Arm? Arm. Arm. Weil ich merk's an der Maus, muss ich sagen. Es ist halt alles so ein bisschen steifer jetzt erstmal noch und so. Keine Ahnung. Es ist halt umgedreht machen. Was? Ihr erstes Arm-Training. Hä? Mache ich ja. Also... Hab ich ja. Nicht... Nicht in der Pause, halt. Naja, aber mach ich ja zusätzlich. Mach immer momentan nichts, dass ich in der Pause quasi nochmal ein kurzes Training nochmal hinterher schiebe zu dem am Morgen. Aber da trainiere ich die gleichen Muskelgruppen. Mach einen Tag... Also einen Tag quasi immer für einen Split. Also für einen... Ich weiß gar nicht. Für... halt das, was ich trainiere. Sozusagen. Ja, meine Splits. Ich könnte jetzt einen Bananasplit essen. Ist so einiges. Ich bin leider überhaupt nicht dazu gekommen, in der Pause was zu essen. Obwohl es so lange war. Aber nee. Könnte noch etwas schwierig werden. Vielleicht tue ich mir zwischendurch nochmal ein paar Nüsschen oder so. Mhm. Fängt aber schon mal gut an, das Türmchen, sag ich dir. Rotpunkt, sechsfach. Karabine habe ich auch schon. Kommt, was gefahren? Ist uncool. Rett vorbei. Rett vorbei, ist schon vorbei. Das ist fast noch uncooler. Jetzt hätte ich nämlich langsam was. Kommt, wieder? Besser mich. Besser. Hat der einen eingesammelt? Ja. Oh. Komm schon. Zieh einen raus, Michael. Tu das. Das ist außerhalb meiner Range. Scheiße. Seh ich nicht mehr. Schönes Timing, sag ich dir. Ich habe einen Sechser-Karabiner, eine M4. Mann, ey. Ja, ich habe mich jetzt auch so gefreut. Nix mit einem gegönnt hier. Brauchst du noch einen Rotpunkt? Naja. Oh Gott, ich fahre da extrem weit weg. Was ist da los? Das heißt aber auch, dass hier einer gelandet ist, ohne dass wir das mitbekommen haben. Das ist auch wiederum geil. Aber noch Gero-Bars. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, ich helfe dir mal ein bisschen beim Looten. Hallo. Hallo. Spire-Weste? Hast du es schon? Naja. Ich gehe aber trotzdem. Ich will nicht geholfen werden. Ich glaube, ich würde sogar fast schon über die Straße gehen und mal gucken, ob da noch... Wir müssen diesmal in die andere Richtung. Hast du geschaut, ob Richtung Minas was gesprungen ist? Ich bin mir nicht sicher, ob ich was... ob ich geguckt habe, muss ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall nicht geschaut. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Hast du nur unten bis jetzt gelootet? Ja. Okay, cool. Das heißt, hier ist noch alles offen. Cool. Sehr gerne. Ja. Du hast aber auch nicht hier unten gelootet. Nee, in der Kirche nicht, ne? Doch! Scheint mir nichts vor. Was hier nur rumliegt. Ich habe vieles liegen gelassen. Es war halt... Es kommt ein Auto. Ich fange an loszulaufen. Es kommt nicht. Okay, ich kann es hier ein bisschen weiter. Es kommt ein Auto. Ja, es ist halt umgedreht. Brauchst du einen Rotpunkt? Ja, würde ich nehmen. Statt Holo. Dann hol dir die hier... Dann hol dir das auch. Dann hol es dir ab und zwar da. Fahrzeug? Da liegt nämlich noch eine Mini dabei. Halt auf uns zu. Da liegt noch eine Mini dabei bei meinem Markt. Habe ich schon, danke. Na gut. Ich brauche einen neuen Ammoni. Ich glaube, ich brauche weiter weg. Komm mal. Okay. Mach mal. Das ist komplett... Fast komplett ausgestattet. Hast du einen Koffer? Wie geht denn? Nice. Waffeverbände habe ich viel, aber gar keinen Koffer halt. Also wenn du da wieder was brauchst, kann ich was zurückgeben. Ne, ich breche es nur vorne drauf für die MP. Irgendwo, was schön ist. Keine Ahnung. Darauf habe ich natürlich jetzt nicht geachtet. Ja, ich gucke hier mal schnell durch. Ich muss mir eh noch das Retter tun. Gerade den Griff und so hast du nicht übersehen, ne? Ne, aber ich kann dir den roten Griff von mir geben. Das passt schon. Ne, hier liegen Rote, äh, gerade Griffe. Also ich will, ich brauche auf jeden Fall auch den geraden. Den roten mag ich überhaupt nicht an der MP hier. Ja, hier in der Kirsche. Oh, nice. Auch hier konnte ich nicht zu Ende looten. Ungefähr das Muster wie eben. Aber hat ja geklappt. Hier ist noch eine Pfanne drin gewesen. Direkt hier am Anfang. Ja, hier. Na dann, nehmen wir mal den Quad und fahren, würde ich sagen. Das war ja für, war ja ganz nett. Das hätte mir eben noch gefehlt. Aber noch kaum mit. Das ist die Frage, wo wir uns jetzt wieder welche suchen. Setzen wir auf die Minas, oder was? Mal dran vorbei gucken. Aber es hat nie so richtig geklappt hier, glaube ich, oder? Der muss vielleicht sogar noch über Los Leones setzen. Da ist bis jetzt aber noch relativ viel lang gefahren, irgendwann. Das wird ja auf den Berg. Ja, der Berg rufs Muster. Hoffentlich. Hast du heute gesehen? Hast du heute gesehen? Ja, Energy, mein erster. So. Ich kann dir Buffer geben, ich habe ziemlich viel Buffer. Spritze und acht normale Buffer. Nice. Moinach, Yorchi. Schnapp dir. Hier ist nochmal ein Energy. Ich habe jetzt immer noch sechs. Weiß Bescheid. Ich kriege kaum noch was mit. Ich lasse dich mal da liegen am Fahrzeug. Ja, hier liegen nochmal zwei. Tja, ja, ja. Jetzt, wenn du welche hast, Micha, ist ja klar. Hm. Was ist denn hier so erschreckend? Es sind noch 62 Leute. Wir sind bei der größten Stadt. Ich will da wenigstens mal Schüsse hören. Nö. Naja, aber spätestens wenn die Zone dazugeht, ich schätze immer wird die Straße müssen uns runterkommen. Alleine, weil Pegado nicht mehr drin ist, wenn die mit Sicherheit aus der Richtung kommen. Ja, auf jeden Fall dauern, so bekanntlich sagen. Jetzt lassen sich welche ziehen, 250 Grad? Kontakt, Südwesten, markiert. Läuft nach Westen weiter. Absehen. Aber, wir laufen jetzt in die Stadt rein. Zwei. Die hätten wir. Eingesackt. Das ist noch ein weiteres Team? Ich glaub ich hab vergessen, wo die reingegangen sind. Ja, aber ein weiteres Team scheint da drin zu sein. Haben sich ja grad beschossen. Ja, aber nicht geschossen. Really? Ja. Deswegen bin ich grad verwundet, weil ich dachte eigentlich ich hätte auf die richtigen Sachen geschaut. Hier rennt noch wieder was. Ja, das ist alles so uninteressant für mich. Hier unten läuft einer. Der ist bald ein bisschen offener. Ich hab grad einmal rumgerannt. Muss ich jetzt zurück. Er ist auch noch hinter. Jetzt hatte ich gesehen, wenn er weitergelaufen wär. Ja. Immer noch Monster. Ein Bot seiner zwei Hits. Was? Ich glaub nicht, dass ein Bot ist. Ich hab sein Teammate gesehen. Der rennt dauernd hin und her. Das ist Bot ist. Ja, ja. Schade. Es hat trotzdem noch was in meine Richtung geschossen. Bei mir schlagen Schüsse ein. Sehr weit weg. Bei mir so gar nicht. Also scheint es eher in deine Richtung. Hier oben ist was. Ich hab hier Bewegung gesehen. Hm? Der ist hier? Ja. Sehr schön. Treffer. Hast noch. Sehr schön. Knock. Jetzt treff ich nicht mehr. Keine Ahnung, was ich treffe. Ich traue, wie wir auf was freuen. Das ist hier in der anderen Tube. Hoch, komm. Die Treppe, Max. Die Treppe. Läuft ja hoch. Hm, ich seh's. Auto rechts von mir. Kommt näher? Ja, fährt auf mich zu. Links rum, ne? Ja, so irgendwie. Ja, Startseite. Mist. Auf einen knockt. Der wurde geschossen, oder? Der hat auf mich geschossen. Einer ist knockt von denen. Er ist da. Warte, sind sie dran. Okay, ich gucke. Ich hab meinen Kill bekommen. Kann aber davor der, der Bot gewesen sein. Ja. Könnte sein, dass er brennt. Ne. Ich glaub nicht. Das läuft. Zauber. Hier oben. Krieger. Ich geh mal hoch, runter. Ich hol mir, glaub ich, schon neue Waffe. Ich krieg nix mit der gebacken. Ich hab mich hier oben getroffen. Ein bisschen doof. Ich will kaum Deckung. Rein mal über die, die Kante weg. Mhm. Und ich mach mir mal ne Rune. Ja, oben liegen ja noch welche. Das heißt, gibt's die auch nicht. Wird immer noch beschossen. Wird bald weg. Wird bald weg. Glaub daraus. Was? Da ist zumindestens gelb markiert, dass oben was drauf. Ist ja noch ein bisschen sieben da irgendwo? Ähm, ich hab mir grad ne Burial geschnappt. Nice. Aber ich hab den anderen nicht gelootet. Ja, ich werd aus zu vielen Richtungen geschossen. Auf den Hügel landet jetzt einer, gerade. Mhm. Was brauchst du denn du? Ach, sehr schön. Was legst du mit dir? Ich hab mich oben wieder getroffen. Die sind immer zu zweit da oben. Glaub ich zumindest. Einer auf jeden Fall. Super. Steps bei uns. Instant. Hui. Gut, dass du das gehört hast. Ist gar nicht so nah gewesen. Unlocked. Willst du runter? Ja, ja. Ja, ja. Das war aus der Stadt. Also soweit müsste erstmal gar nichts gehen. Der hatte noch nen Helm, glaub ich. Hm. Schau guck ich gleich rein. Dein Achtervisier. Das wär noch sehr geil. Äh, nein. So gar nicht. Hattest du Siebner schon rausgelegt? Ja, ich hab's grad wieder eingepackt. Leg's jetzt nochmal raus. Was? Er hatte nur wir das Zeug dabei gehabt. Ja. 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 Wehler, 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 wehler. Andreas hat gar nicht. Jetzt haben sie mir schon gut angezahlt, wie immer seid ihr. Die ganze Zeit war mir ja hier. Es ist nix passiert. Schuss auf jeden Fall noch in eine andere Richtung. Wurden getroffen. Na, sehen. So, was macht die Zone? Hey, das ist richtig kacke, Max. Die hinter uns die Geschosse haben, war ein bisschen lauter. Ich guck mal, was da so geht. Ja, wir müssten eh in die Stadt. Wir sind voll drin. Ja, wir müssen dann, ich vermute, wir müssen mit der nächsten Zone in die Stadt. Hier ist noch mal 7 da drin in den meisten, Max, dann noch mal Nachschubhaus. Ja, so ein bisschen wär schon nicht schlecht. So, wie der ausreicht. Hm, dachte ich schon. Die müssen auch, wie wir sich jetzt eher bewegen, die da schießen im Nordosten. Ja. Ich glaub, ich kann noch mal eine Etage tiefer. Ja. Hier läuft einer. Offen. Gelb markiert. Ja. Sehen. Der läuft straight auf und zu, ne? Ist da hingelegt. Genau hinter einem Baum. Scheiße. Mist. Der war zum Schluss irgendwie hier. Jetzt seh ich nicht mehr. Hm, da hab ich ihn auch zuletzt gesehen. Hm, der ist da wieder weiter rechts? Hm. Ja. Ja. Otski, ja. Ja, Otski. Mann. Mann. Mann- socks. Habe mal da heute noch irgendwo. Tasse, das ist jetzt wach. Ungefinisht. Nee. So elendig mit dem Ding drüber oder drunter zu haben. Ich schieße immer drüber oder drunter. Die MK hat auch gerade einen genockt. Kämpfen da auch noch. Da muss ich ihnen immer noch was sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in die Richtung wie alles Bots sind. Ich könnte es mir schon theoretisch vorstellen. Wenn ich an die eine oder andere Runde denke. Ich höre mal wieder an den Schuss, aber mehr dann tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich habe was rennen sehen. Ich glaube, hinter uns wird sehr lange nichts passieren, weil die alle alle in der Stadt drin kleben. Ja. Safe nicht. Ich habe keinen Bock da rein. Ah, ich sehe einen laufen. Ich habe zwei Leute dort. Rechts. Wohler hat getroffen. In der Gelände vor uns, oder? Nee, rechts vor mir. Sehen Sie es auch? Close? Ich muss runter. Das ist ein Gelände hinter uns. Aber der schießt auch auf mich übrigens. Deswegen dachte ich, er werdet. Ich sehe den aber nicht laufen, äh, schießen. Die anderen, die auf mich geschossen haben, sitzen hier bei Gelb drin. Auf der großen Karte. Musst du mal gucken. Mhm. Orange markiert war ein Team vorhin, als die Zone losging. Der ist hier dran. Das war ein Bot. Die anderen zwei laufen. Die müssen den hinteren gut getroffen haben. Unknockt. Hab's so weiter. Nice. Da war nur noch Pixel durchzusehen durch die Fensterscheiben oben. Pixeli. Da hast du manchmal Glück, wenn die so farbenfrohe Sachen haben. Weil das war einfach nur, das hat halt von der Farbe nicht gepasst. Aber okay, das muss da sein. Draufgehalten. Und dann war es so ein Köpfchen. Die kämpfen aber hier, ne? Mhm. Können wir uns aber über die Sätzen. Die sind immer noch gut drin. Zum Glück ist die Stadt nur noch zuhelf da drin, ne? Mhm. Die sind hinter dem Gelände. Irgendwo an der Kante ballern sie. Mhm. Ja, hier zwei Leute. Einen hab ich angeschossen. Also die zwei Leute und... Die zwei sieht man noch. Der ist tot. Der ist ja eben noch gelaufen. Ja, ich hab ihn geschossen. Angeschossen ist er links weggelaufen. Hä? Aber ich verstehe auch nicht ganz. Und es muss noch einen zweiten geben oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht hat er den Gilly von dem abgenommen. Vielleicht gehören die nicht zusammen. Da war ein Safe zwei an der Ecke. Ja, der wurde grad gelootet von seinem Mate oder vom gegnerischen Team. Okay. Da ist ja noch unten was vorbeigefahren. Ich hab auf ihn geschossen, weil er auf jemand anderes gezielt hat. Aber weiter lang, würd ich sagen. Da ist das bei uns. Los, vor uns. Gennockt. Sehr gut. Ich brauche nämlich endlich mal wieder eine neue, frösche Rooster. Gut so. Werd wieder beschossen. Okay, vielleicht. Geht noch. Treffen sie mich nicht. Ich hab ein Achtfach. Und Dreier, wirst du Dreier-Rucksack und so weiter. Die Fighten da unten. Ah, da ist da jetzt noch ein Gilly da unten. Vielleicht war das ja gar nicht ursprünglich. Keine Ahnung. Alle zehnmal angehittet. Das ist ja nice. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Passt schon. Schauen wir mal, ob ich die anderen hinter uns sehe, die uns beschossen haben, als wir hier oben gekämpft haben. Okay, wie lange wir hier auch auf dem Berg bleiben können, ne? Äh, Bagi fährt hinter uns. Fährt uns in Richtung. Ein bisschen aufpassen, wenn. Und der andere ist angehalten. Das ist ein drittes Team. Er zwei ist hier. Hab mich getroffen, ich hab ihn getroffen. Das war wieder mein Dreierhelm. Nice. Der hat ihn getötet. Der Baum, du bist weg. Ja, der ist weg. Was ist das? Das ist ein. Was ist das? Was ist das? 52 Sekunden. Noch einen neuen Helm. Hier ist eine Dreierweste, wo ich bin, Micha. Das ist gut. 50 Sekunden, wir müssen in den Hübel wieder. Scheiße. Wir können um den Hübel noch rum. Wir können auf die andere Seite. Aber da müssen wir uns beeilen. Ja, die Dreier ist noch geschnappt. Gut, dass er da hingefahren ist, sonst hätten die anderen zwei gar nicht bemerkt, ne? Vielleicht. Ja, ja, ja. Ganz sicher nicht. Ich hab auch den verfolgt, der sich auf einmal wie vor uns am Stein erschickt. Oh, okay. Dann suchen. Die anderen laufen auch. Das sieht aus. Ich würde sogar jetzt hier nach unten reingehen. Zu gelb oder so. Ich glaube, das macht fast mehr Sinn. Oben links nämlich schon Schüsse gehört gerade. Ja, jetzt hat er uns leider verraten. Das ist nicht so geil. Ich mach mich nochmal schnell hoch. Scheint klar zu gehen. Ich glaube, das sind auch die, die wir vorhin gesehen haben. Steps? Osten? Ja, in der Hütte drin, ne? In der kleinen Hütte, Max. Das war's. Schön. Nate? Von rechts? Oberhalb. 175 Grad Süden. Oberhalb. Okay. Ziemlich genau da, wo meine Nate auch explodiert ist. Aber nicht ganz oben am scheinigen Teil, oder? Nee. Hier. Noch ein gesehen, weiter unten. Shit. Nate war kacke. Also, es links vom Axe. Die ist besser. Alter, PUBG. Eingenockt? Ja. Das ist meine, Nate. Schön. Was der das davor ausgehalten hat. Einer ist auch in der Halle dann, oder? Da war nur genockt. Hm, oberhalb, schätze ich, ist noch einer. Ich halte aber nochmal nach hinten. Hm, der künkt sieht anders aus. Die haben den oben, die oben haben ihn unten getötet. Ja. Immer noch sein, was er ist. Ist der denn unten? 75? Ja. Sorry. Der ist am nächsten ausgesehen, da eben. Das sind immer noch zwei Teams, außer uns mindestens. Immer links rum. Ja, Klim den Berg links weiter. Schön hoch. Hier kommt einer gleich rüber. Ey. Alter Schalter, Michael. Alter Schalter. Was hat das für eine Runde? Wo war er denn? Oh, mein Nate halbwegs nicht. Okay, ich lag da neben. Keine Ahnung. Ja, der hat den anderen erwischt. Oh, eine Orange Lady. Sabbatai. Ja, ja, das war ein bisschen ärgerlich jetzt hier am Ende. Dann sind wir nochmal so ein, zwei Kills durch die Lappen gegangen. Alter, Max. Ja, ja, das war, es ging schon unhaltlos, ne? Das war's halt. Hätte jetzt am Berg noch ein, zwei mehr gehabt, hätte durchaus nochmal was werden können. Aber, ne? Ja, da musste ich mal losrennen, weil ich davor nichts gekriegt hab. Ja. Ja, komm, auch zusammen 22 Kills. Zusammen, ne? Fast, fast 3000 Schaden. Ich hab aber auch der Rüstung durchgebracht, das glaubst du ja nicht. Also ich, keine Ahnung, wie viel Rüstung ich da durchgebracht hab. Es war viel. Sehr, 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 sehr viel. Danke für die Glückwünsche an Sie. Danke, 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 danke. Immer noch Toretto, immer noch Nobody. Immer noch Wader und Fabrizio und Doomsday. Immer noch Dennis. Nächstes Mal die Vector nehmen, rät's mal bitte raus. Oder erinnere mich an diese Runde. Ja, Vector ist halt wirklich was ganz eigenes. Die zwei auf dem Mopper, die hätt ich schon eigen... An der M46 würde ich sagen, hätt ich mindestens einen gehabt. Aber nice, nice. Und vor allen Dingen auch mal richtig schön Granaten. Das war am Ende so toll. Du siehst einen irgendwo in Deckung und denkst dir, okay, alles klar, ne? Lässt dich, boah, sich gar nicht drauf einlassen. Granaten reinschmeißen. Ich hatte zweimal irgendwas um die fünf Granaten dabei. Ich hab in dem Spiel wahrscheinlich an die zehn Granaten verschmissen. Also normale, nicht Rauch, sondern nur wirklich die ganz normalen Springgranaten. Das war schon geil. Und noch Al Bundy. Willkommen zurück. Und noch Mordi und Magus M. Hallöchen. Moin, Nick. Und wieder eine andere Web. Na, jetzt haben wir schon vier unterschiedliche. Ich hoffe mal, dass danach nicht Karaki kommt. Aber bis jetzt noch, ne? Nahezu perfekt eigentlich, was die Web-Rotation angeht. Es wäre, äh, Nobody wäre eine witzige Frage, ne? Wir müssten eigentlich mal zusammenrechnen, was wir quasi im Team jeweils, Duo und Squad, insgesamt als, als, als Skills mal gemacht haben, so an, ne? Maximal Zeug. Aber, da wir das noch nie so richtig zusammengerechnet haben, wird es schwer. Wir können ja jetzt anfangen. Dann wären es 22, glaube ich. War es, ne? Ja, ich, hätte ich kein gutes Gefühl dabei, weil ein, zwei Bots waren ja doch dabei. Ja, das ist, das stimmt schon. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt schon längst nicht mehr eigentlich, ne, die Maximal-Kill-Zähne, weil es einfach keinen Sinn mehr, wenn wir uns hier gibt, Bots mit dabei gibt. Das hat keine Aussagekraft mehr. Nicht alleine. Mhm. Äh, wo ist denn der? Ach, ne, der springt doch weg. Ey, einer dreht doch zu uns ran. Ist ungefähr bei dir. Ach da, die habe ich gerade auf dem Zettel gehört. Gehe ich doch zu dem Gelände hier. Wo kommt er genau runter? Weißt du das, wenn du für dich? Sah aus, ich stehe, gell? Ja. Jetzt war ne Waffe, aber... Wo ist da welcher Steg? Bei mir. Ich seh'n. Er hat ne Auto-Shot. Locked. Ich hab tatsächlich nur einen einzigen mit uns mitspringen sehen. Ja, der eine wollte erst in unsere Richtung, ist dann doch in die Links gesprungen, würde ich sagen. In die Ruine. Mhm. Selbst bei mir? Komm mal. Schöner an mir vorbeiziehen lassen. Und dann habe ich hier nicht mehr schön in die Mauer reingesammelt. Ich war leicht erschrocken. Ich hatte ein Dreifach drauf. Ich hab's aber, ich wusste es gar nicht. Irgendwie aufgesammelt. Hier wird nochmal ein SKS. Er hat beschossen. Mhm. Der war hier am Stein und läuft aber jetzt zum Gelände wieder. Mhm. Mhm. Er hat mich gar nicht gehört. Ich bin direkt bei ihm rumgerannt. Ich hab versucht, ich wollte eigentlich links rum pushen, weil ich dachte, er macht das auch. Aber er ist einfach stehen geblieben und hat wieder in seine Richtung zurückgeschaut. Ja, ja. Strange. Er hat ne QBZ dabei, wenn du willst. Mhm. Max, willst du ne Wektor spielen? Nö, nö. Ich hab jetzt M4 und QBU. Aber weißt du was? Ich nehm sogar die QBZ. Pascht ist doch. So. Witzig, weil ich hab hier keinen weiteren Schüssel hinter uns gehört. Das heißt, der muss irgendwie abseits von seinem Mate gesprungen sein oder was auch immer. Ich kapiere es auch nicht. Ah ja. Muss ich auch nicht alles verstehen. Nö. Aus nem AR-Magazin? Äh, ja. 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 Du schaust. Das war ja Westfair nochmal. Habe ich schon. An unserer Brücke dürft's ordentlich abgeben. Drüben sind ja noch welche und die ist es noch genau bis zur Brücke ist die Zone noch drin. Es geht schon wieder longs. Kann man diesen Waffenshorn ein bisschen runter machen? Nein. Das muss so. Ich hab den, ich hab die Sound-Einstellungen auch schon seit Jahren. Wenn's schießt, muss dat laut sein. Dat muss scheppern. Das ist wichtig. Hab hier noch ein, zwei Häuser tatsächlich gar nicht gelootet, ne? Und das hier zum Beispiel ist auch noch nicht gelootet. Ja. Ich würde auf jeden Fall nochmal gucken. Das ist so ein richtig guter Staffel, hab ich mich nicht dabei. Noch mal ein AR-Magazin. Ich spreche schon mal alles für eine UMP. So ziemlich. Oh, Nagelbrett. UMP? Da hab ich nichts. Aber wenn, dann sag ich dir Bescheid. Ja, es reicht auch jetzt nicht so viel. Ich hab, hast du viel Fünfer denn, ne? Für zwei Waffen nicht genug. Du siehst gut aus. Du hast heute schon gekotzt. Deswegen bleib ich erstmal bei der UMP. Aber zusammen trotzdem zwei an Schuss. Bei dem schönen Wetter. Also, wenn du eine Fünfer spielen willst, kriegst du, kann ich dir genug Muni geben. Wir spielen doch nur du. Wir holen uns das nächste, die nächste Muni vom nächsten Team. Autofahrt schon wieder scheiße. Ich nehme mir die Waffe vom nächsten Team. Okay, Elborn, die. Zu spät. Die sind weg. Ja. Nein. Müssen uns die erstmal schnablieren. Sehr hoch. Aber es ist noch einer dahinter. Hier im Haus. Da hab ich einen geleecht. Der muss hier bei Gap's sein. Ich träg noch schnell meine Stachelfalle weg. Dann komm ich dazu. Danke, danke Elbarn. Ich versuche gleich genauer darauf einzugehen. Aber danke auf jeden Fall erstmal für deine Spende. Danke, 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 danke. Jetzt müssen wir das schon hinkriegen. Das geht, das geht. Für die eine oder andere Kugel Eis bei dem schönen Wetter. Ah, hier ist gerade... Obwohl, das ist eigentlich ganz schön. Aber kalt ist es trotzdem. Wow. Erfrischend. Okay, klar. Danke, danke. Und früher, später mit Sicherheit. Hier wird euch auch wieder Eis. Sagen wir uns, ich bin heute, habe ich ein bisschen gesündigt. War nämlich einkaufen. Ich habe mir diese Butter-Käsestangen geholt. Weißt du, diese Gebäckstangen, die so verzwirbelt sind. Kennst du die? Ja. Die esse ich irgendwie ganz gerne. Ist ja die Leiche. Ist er im Haus? Bin mir nicht sicher. Was ging auf jeden Fall auf mich? Ein Gefühl sagt mir eher am Haus. Im Haus. Ist aber eine Nacht in meine Richtung geflogen. Ich habe Granaten, ich komme ran. Können wir eigentlich wieder zurück zur Brücke, ne? Da dürfte auf jeden Fall noch mal was kommen. Obwohl die Brücke jetzt schon... Wenn du Sachen brauchst, guck mal rein. Ich lege mal die Notfall-Pickup weg. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Ne, glaube ich auch nicht. Alle, aber keinen Koffer, ne? Koffer kann ich dir geben. Ich habe vier Stück. Nice. Dann leg ich mal ein paar Verbände raus. Ja. Willst du ein Dings haben? Irgendwas für die... Irgendwas? Irgendwas für irgendwas? Gerade Griffkompensatoren wären noch geil. Ansonsten passt es. Kompensator für? Ah, ja. Hier, liegt. Nice. Wumms. Ich meine, es kam was drüber gefahren, aber... Weißt du auch nicht. Ich habe mir gerade nochmal hingeschaut, aber der ist auch irgendwie nicht so richtig was an der Brücke. Ich hätte hier nochmal eine UMP. Ich glaube, ein Magazin war dran. Oh, jetzt habe ich auch eine M4. Keine Bewegung. So schade. Karabiner, wenn du Bock hast? Oh, nö. Schade. So ein schönes Nagelbrett noch gefunden und dann vernünscht mich er. Nisch würde ich auch nicht sagen. Oh ja, ne? Oh, hinter. Was ist noch los? Das gehört auch noch Richtung Süden. Ja, nice service. I got it. In der Reihe, was? Sie hat 40% von seinen normalen... Watt, watt, watt verloren. Watt, Komet. Ich verstehe, muss putzen. Watt, 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 watt. Watt, watt, watt. Siehst du was, Micha? Kann ich das hören? Was siehst? Nein. Will schießen. Das kann sogar noch hier unten gewesen sein. Ich hatte eher das Gefühl, dass es wäre südöstlich gewesen. Also nicht am Hügel selbst. So fließt es. Noch noch Hyperaptor. Also so von Spielerzahlen, was ich so miterlebe, würde ich sagen, ist PUBG mittlerweile relativ konstant. Die haben halt massiv abgebaut zum Anfang. Aber mittlerweile hast du halt die... Ja, ja, ich sehe sie unten. Mein Mark. Genau, hier unten drin. Sind es halt, die es sind. Scheiße, der Stand. Wo ist dein Mark? Geld markiert. Geld markiert ist dein Mark. Ja, ja, ich muss den zwischendurch wegnehmen, wenn ich sie selber gut sehe. Zwei Leute drin. Ach so, also habe ich doch nicht falsch... Komplett falsch gesehen. Fragte Spielzeit. Dann verstehe ich es noch weniger. 40% Einbruch bei der Spielzeit? Ach, du meinst, was... Ist das so insgesamt, was die PUBG-Spielerschaft angeht? Sonst... Keine Ahnung. Bin eher verwirrt. Einer vaultet raus. Jetzt wieder da rein vaultet. Der Mate hat einen Header. Ah. Jetzt sind wir eher auf den drin geballert. Habe ich. Jetzt. Oder so. Kontakt. Nächstes Team. Hier. Ich sag halt nicht gern, Michel. Aber das sind Profis. Und die haben die einen komischen Namen gehabt. Jetzt nicht. Das war kein Bottich, ne? Ja. Der hat vor mir... Also dann muss es... Dann ist es ein Cheater und ein Vollnoob. Willst du einen Vierfach haben? Bevor du redest? Der hat vor mir in den Stein reingeballert. Ja, das... Könnte durchaus ein Cheater gewesen sein. Also ich weiß es natürlich nicht, aber... Das ist halt so ein Indiz dafür, was du jetzt gesagt hast und wie er aussah. Zweit. Ach, da ist noch einer. Ja, einer ist noch da. Ich muss kurz zur Tür. Ja. Scheiße, ich bin nicht drin. Geht nicht anders. Wenn, ich muss alleine zu Ende machen. Ja. Du siehst gut aus. Heute schon gekotzt? Für eine Runde Döner vor dem Eis. Du siehst gut aus. Hier estoy viel die Runde Döner vor. Du siehst gut aus. Siehst gut aus. ... cai. Ja, ich bin Preporant. Jawohl Schinni mad. Also, ich bin True. Vielen Dank. Es klappt sogar mit dem Rausschieben. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Komm schon. Ich hab dich fast rausgehabt aus der Ecke. Ich hab dich geschoben. Ich hab dich auch gegen den Stein gelaufen, da hab ich dich auch schon mal weggeschoben. Muss noch runterlaufen. Das Schöne ist, wer in einem dritten Stock wohnt. Haben teilweise keinen Bock mehr, die Pakete hochzubringen. Und das ist heute das zweite Mal, dass die bei mir klingeln. Ich drück auf auf und es passiert nichts. Und ich hör nur, wie die unten reden. Ich geh immer nach unten und hab das unten bei einer Nachbarin abgegeben. Na toll. Aber die haben so einen Kackjob. Ich kann denen trotzdem nicht böse sein. Ganz ehrlich. Ja. Hätte ja nicht gedacht, dass ich hier noch irgendwie lebe. Normalerweise wären wir schon weit, aber leider ging mein Plan nicht auf. Was wirklich geil ist, dass wir jetzt fast wieder da hin zurücktreten, wo wir vorher schon gewesen sind. Mhm. Aber wenn wir dort geblieben, hätten wir keine Kills bekommen. Mhm. Steht ein Auto auf der Straße? Mhm. Ist ein Relikt. Ich voll wundere mich gerade. Eieieiei. Wieso ist denn das so ruhig? Das fühlt sich irgendwie so komisch an. Ah ja. Das bleibt, ich wollte gerade sagen, das bleibt auch nicht lange ruhig. Entweder hören wir Schüsse oder uns treffen Schüsse. Wir sind schon fast außerhalb. Können wir also durchaus noch versuchen. Moin moin, Musti. Moin, Fuchsel. Auto? Was ist das? Was ist das? Nee, negativ. Was ist das Team? Das war vor dir, ne? Anzulaufen und anzulaufen, ja. Hier irgendwo. Mhm. Okay, das ist gut, dass du nochmal geschossen hast. Hat einen genockt, äh, instant. Nochmal angeschossen. Sieht sich zurück. Der muss aber gleich wieder rennen. Ach, Mann. Ist ein anderer, glaube ich. Ist nicht der. Nee, nee, ist er. Ja? Ja. Okay. Ich schaff's, glaube ich, noch rein. Okay. Schon bedacht, jetzt, äh, sie zu Ende pushen. Ich hab kein Koffer mehr. Gleich ein raus. Koffer liegt. Warf hast du? Ja, Waffen hab ich. Ran aber. Tschüss, Jakowski. Zone kommt nämlich, Michael, in zwei. Ja. Ich hab noch mal heimgeguckt. Man ist nämlich durch. Ei, 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 ei. Einmal kann Salux so offen sein. Mhm. Ich seh nichts. Ich versuche, an der Küstenlinie weiterzulaufen. Ich versuche, an der Küstenlinie weiterzulaufen. Nockt nur. Runtermarkt, nein. Ach, schade. Ich müsste eigentlich noch getroffen haben. Oh, oh! Halben Prozent. Ich kann nicht, wie gefällt. Halben Prozent. Ich war noch am Nachladen und Waffen umswitchen gerade, oh man. Und meiner wird auch noch geleached. Äh, Spielbereich, häääh, das ist egal. Häääh, hart, hart, hart. Ah, ich seh schon, danke auch Nobody für deine Spende. Vielen, vielen Dank für eine Runde Döner vorm Eis. Ja, vielen Dank. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich war heute so, oh guck mal Micha, ich sag mal, hättest dich auch mal anstrengen können. Das ist ja ziemlich wenig Schaden, ziemlich wenig. Da bin ich ja ein bisschen enttäuscht. Hallo. Aha, moin moin, moin moin. Na? Na? Was geht? Feierabend geht. Das klingt nicht verkehrt. Okay. Ja, mach das. Danke, danke Nobody. Wie gesagt, heute war ich kurz davor. Aber ich war so früh unterwegs, da hatte der Laden noch nicht offen. Beziehungsweise, er hatte offen. Aber wie das halt immer so ist. Es ist tatsächlich Karakin geworden. Das ist ja krass. Ja, wir müssen wieder raus. Wie das immer so ist. Wenn es noch so früh am Tag ist, dann ist das alles noch ein bisschen roh und nicht so geil. Und ich mag mein Fleisch, wenn dann halt auch knusprig. Und deswegen habe ich es mir dann trotzdem geschenkt. Aber mit Sicherheit irgendwann den nächsten Tag. Danke, danke, danke. Nobody. Ist das doch wieder Hauscamper? So wie immer halt, ne? Ich habe kurz vor ein paar Tagen durch Zufall bei einem anderen PUBG-Streamer zugeschaut, weil ich was wissen wollte, so wegen Drops-Geschichten. Das war so ein krasses Fremdschämen. Kämmt der eine Treppe ab mit einer Schrotfilter in der Hand. Und wenn er rausrennt, wird er von irgendwo anders abgeschossen, beschwert sich darüber, dass irgendwie die anderen ja nur in den Häusern kämpfen. Weil ich dachte, das ist jo, genau. Genau. Aber das ist schon krass. Rein theoretisch, fünf Runden, fünfmal eine unterschiedliche Map. Wann hast du sowas als letzter mitbekommen? Was sagt ihr? Noch nicht vor allzu langer Zeit. Hier, warte mal. Guck dir das an. Schon lange überfällig. Vielen Dank für die gute Unterhaltung und viele Grüße an Micha und die anderen Mitstreiter. Mhm, 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 mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, eine übermäßig große Spende-Football-Schlumpf, sagst du, ja? Schon lange überfällig. Na ja, na ja. Ich wollte sagen, Ansichtssache. Ist ja alle freiwillig und optional. Aber natürlich, so oder so, vielen, vielen, vielen Dank für so viel Geld. Und ich glaube, das war ein richtig schöner Text. Der hat mir schon mal beim ersten Zuhören gefallen. Nämlich, schon lange überfällig. Das hatten wir. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Viele Grüße an Micha und die anderen Mitstreicher. Ja, Streicher sowieso. Mitstreiter. Liebe Grüße auch zurück. Football-Schlumpf. Und danke, danke. Und liebe Grüße sind damit übermittelt. Auch an... Yoshi. Danke, danke. Grüße zurück. Und an Micha, sobald er wieder da ist. Wo geht's denn hin? Das darfst du dir aussuchen. Heute ist doch dein Geburtstag. Ja, dein Breakyard. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen auch gleich mal noch eine Runde. Aber erst, wenn Micha wieder zurück ist. Danke, 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 danke. Der Sommerurlaub ist damit gerettet. Wieder zehn Kilometer mehr, die ich Autofahrt habe. Da ist der Yoshi. Da ist der Micha. Der ist doch schon längst wieder da. Der hat sich abgekoppelt. Und sonst keiner. Ja. Nein. Hast du gehört, Micha? Du wurdest gegrüßt. Das kann gar nichts sein. Klar, von Football-Schlumpf. Das möchte ich gerne eine Live-Nummer haben. Das muss man ausrichten. Das gilt nicht. Das ist kein Problem. Hast du den Stream offen? Ich... Geh mal hin. Pass mal auf. Ich kann nämlich solche Sachen relaunchen. Schon lange überfällig. Ja, kein Scheiß. Vielen Dank für die gute Unterhaltung und viele Grüße an Micha und die anderen Mitstreiter. Echt kein Witz. War das eine Spende oder was? Ja. Achso, das wusste ich ja nicht. Jetzt weißt es. Bisschen Ruhemann. Und da stand halt auch dabei, liebe Grüße auch an Micha und die anderen Mitstreiter. Warum Football-Schlüpf? Nee. Stand da nicht. Stand da wirklich? Da stand Streifer. Streicher. 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 Nicht gehört. Und wir müssen noch für Yoshi singen, wenn ihr soweit wisst. Wirklich? Hattest du Geburtstag? Hast du Geburtstag heute? Irgendwann dieses Jahr hatte ich mal Geburtstag. Ach man, Yoshi. Tja. Don't fuck the fucker. Das wär deine Chance gewesen, Yoshi. Ja. Er hält übrigens zu den Guten. Ich glaub auch. So sieht ziemlich aus. Der schaut schon lange genug zu. Der weiß, wie es läuft. Will jemand einen Griff? Nö. Oder eine SKS? Auch nicht. Ja. Was davon? Wir haben beides. Die SKS auch? Ja. Momentan im Winchester. Dann markier sie dir und leg dir Money dazu und sowas. Ja. Aber meine Marker wäre eine M16 und eine MK12. Ist der Bescheid. noch Craven. Ah, okay. Mich hat sehr gerichtet. Ja, siehste. Ich hab's ausgerichtet. Hab ich getan. Brust zurück. Schlumpf. Zweierweste? Silber. Gerade Griff? Ich brauch's. Das nicht. Ein Vierfach Visier. Für mich. Nass. Damit musste ich aber eigentlich dann morgen noch mal gucken, dass ich zur Mesurmacht komme. Und der netten Dame unten eine kleine Schoki zukommen lasse oder so. Weil sie ein Paket angenommen hat? Jo. Ein Paket? Ne, zwei. Die hat heute zweimal die Tür geöffnet und für mich ein Paket angenommen, obwohl ich eigentlich da gewesen bin. Klar. Das muss so. Das muss so. Jo. Wollen wir weiter? Stopp. Ich glaub ich warte die Red Zone noch ab, aber ich glaub dann geh ich weiter zu Jelbe. Weiß hier war noch ganz glooted. Das hab ich vergessen. Das hab ich vergessen. Das hab ich vergessen. Ich könnte euch sogar zeigen, was ich gerade bekommen habe mit der Post. War das ein diskreter Versand? Ja. Das ist mein Mitbringsel. Mein Empfangsgeschick. Der kleine Theodon. Ja. 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 Du kannst hier nochmal der P4 finden. Nimm ich das erstmal mit. Und ich hab hier noch einen geraden Griff. Nur. Ich klicke mal raus. Keine Ahnung warum. Ne, ne, ne. Das sind ja noch eine Red. Ich lauf los. Ich bleib hier nicht nochmal. Das könnt ihr vergessen. Das dauert doch jetzt wieder ein paar Minuten. Was ist denn eigentlich hier mit, mit, mit F4? Zum Beispiel. Wo ist denn unser 24-7 PUBG Dude? Oh-oh. 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 Ich höre schon die Granaten kommen. Renn, Yoshi. Renn. Okay. Ich hab auf ein Auto gegangen gefahren. Auto kommt da falsch zu. Besser Richtung? Hinter dem Gelände direkt. 320. Ich werde aber durch. Ah! Jetzt wird's doch lauter. Mit dem ersten Schuss direkt im Reifen. Wird auch mal schön sich drehen können. Nein. Einfach los hier? Einfach los hier? Nee, wir wollen nicht. Aber oberhalb wird noch geschossen. Richtung Power Grid. Hier liegt ne Mini-Mescher. Ah ja, nice. Willst ne M24? Ich hab ne SKS. Ja. Willst ne M24 wiegen? Nee. Hier liegt ne M4, Max. Ich hab schon. Ich hab, ich hab schon eine gerade gefunden. Danke. Just in diese Augenblicke. Was ist passiert? Ich leg ein bisschen Fünfer raus. Lügt hier. Lügt hier. Lügt hier. Braucht man ein Vierfach? Nee. Hekt nochmal. Nee. 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 Wenn das so ist. Kann ich meins ja schon mal wegschmeißen. Was noch mehr filmen wir? 90 Schuss und ne Skarit? Hier schwimmen Hier oben lassen sie sich ziehen beim Power Grid Wo ist die Mini? Hier Okay, danke Gut Ja Ich hab siebener ausgeworfen Ich brauch keine, ich hab genug Das war knapp, wir werden ja loser Das war mega knapp Und wo kommen die? Extrem präzise Ich bin oberhalb, ja? Ich würd sagen, nee Ich würd sagen, auch Sarcienda Aber alter Ich hab eben schon gedacht, ob du ein C4 irgendwo gesetzt hättest Ja, C4 hab ich gedacht Hat auch Hat auch Hat auch Hat auch Optional Die arbeiten zusammen Aber alter Das war ja Das war ja Wie sie früher durch den Boden geschossen haben Der Vater Und jetzt alles drauf schieben Ja Ja Tatsächlich schon So ein Stück weit So ein Stück weit stimmt es auch Ein Stück weit auch Zumindest es blieb es beim Blasinstrument Ja, aber das ist ja das komische Früchtchen Ich hab ja eigentlich gar kein Problem Ich nehm ja auch gerne für Nachbarn und so ab Weil ich bin ja immer vormittags da Oder nachmittags Oder halt Auf jeden Fall, wenn die Pakete kommen Bin ja häufig dann da Deswegen passt das ja auch Nimm ich auch gerne ab Und sowas Ich denke, das ist hierbei momentan Irgendwie so doppelt dämlich Weil ich bin ja da Aber ich weiß noch nicht so ganz Wie es jetzt hier bei der neuen Wohnung läuft Davor war es halt immer so Dass wir extrem gut Füreinander abgenommen haben Aber ich musste eigentlich nie Irgendwo hingehen Es ist immer bei irgendeinem Nachbarn gelandet Und andersrum halt Es war voll geil Ja, auf die Packstationen Eine Packstation wäre durchaus auch was cooles An jeder Ecke Und ich kann Pakete abholen Ich kann sie versenden Ich kann Retouren, Labels drucken Und alles Dann kommt es immer zur gleichen Packstation bei dir oder was? Kannst du aussuchen Ist eine Versandadresse Okay, nice Ich hab eine Nummer Dreistellige Und dann sagst du okay Dorthin soll es geliefert werden Bei Von Amazon aus oder so Ich hab ein Kompi Ist er markiert Ich hab auch noch einen dabei Auf den Karabiner Könnte er auch haben Falls da jeder einen hat Haben wollte Ich hol mir den einen Keine Ahnung Wie es mit dir aussieht Ich hab den nur auf dem Karabiner Den Kompi Kannst bei dir Viel mehr sein Als bei mir Ich hätte noch Ich hätte noch Ein Red Dot Oder sowas Ah, gewonnen Versuchst du mal unten Irgendwie ein bisschen zu sehen War noch Aradier Drei Teams Drei Teams glaube ich War jemand von euch drin? Ja, ich glaube schon Können wir mal ein bisschen reingehen? Oh stimmt Da war ja was Also wir haben auf jeden Fall wie gesagt Drei Teams die unten falten Und ich gucke mir safe Den an der er vorhin zu uns Reingemörsert hat Wollte ich schon mal sagen Das weiß ich Ich werde auf jeden Fall Mir das Replay angucken Äh, Roadbook hattest du gefunden Micha? Ja, danke Ah, wie gesagt Die ganzen Die ganzen Pakete Lieferanten Die sind Das ist einfach Ultra ekliger Job Kingen da viel zu wenig Kohle Für uns Wo deswegen Nimm ich denen gar nichts übel Aber ja, ich kenne es auch Davor war ich ja Erdgeschoss Also Hochparterre Da sind ja teilweise auch Pakete Bei mir gelandet Und dann klingelt immer so Ein Stück weit später Irgendwann Nachbarn Die haben Pakete Für mich genau Arat unter uns 155 Dort Schießt man nicht Dann kommen wir vielleicht noch Unten Deckt rein Ich bin sehr offen Eigentlich da Och, er nimmt nicht den Looping Spielverderber Er ist mir schon mal Ziemlich unsympathisch Wie kann man denn An einem Looping Vorbeifahren Vor allem mit dem Fahrrad Ja Wenn er eh schon Darauf zufährt Kannst du doch nicht Müssen er da durchfahren Äh, der fährt durch Ich seh ihn hinten noch Müssen aufpassen Die Links schießen Wenn die uns sehen Könnten uns gleich Ein bisserl eklig beheizen Auto Kein Auto Fährt aber nicht zu uns Gut Rechts Da nochmal ein Schuss Ich laufe trotzdem mal weiter Über die Straße schon Ich glaube hier oben Auf dem Hügel Das klingt so Ziemlich stark Danach Und noch Nordblüt Und noch Runkelrübe Gut Jaja, ich hab Ich hab ein bisschen Was zu Und auch gesehen Was die da für Druck Haben Und wie Zeit Die haben Pro Paket Und irgendwas dergleichen Ah Es gibt schon Einen guten Grund Warum die vor mir Auch teilweise Krankheit bekommen Vor allem die Die ich kenne Also die Die bei mir Häufiger sind Aber das ist gar nicht Schlecht Die übertönt Ein bisschen den Sound Wenn wir versuchen Den Berg hochzulaufen Hoffentlich Also zumindest so Weihnachtsgeschenkchen Oder so Ein bisschen Kleine Schoki Ne Kleinen Opulus drauf Da muss schon mal sein Auch mal was cooles zu trinken Bei der Hitze Das hab ich tatsächlich noch nicht gemacht Aber ja Ist eine schlaue Idee Mit Abführmittel Wenn man nicht mag Hier ist das Fahrrad abgestellt Sehen Sie hier drin Passt auf Pass auf Einer ist auf dem Dach Einer Markierung Drauf Oben auf der Halle Am Zaun Davor Und oben links Den oben Links Der ist ganz gut Max Der ganz oben piekt schon Der müsste die Yoshi gleich sehen Was? Der Yoshi steht offen zu denen Müsste schon Ja aber ich hab einen Headshot bekommen Von ihm Was? Da ist doch der Berg dazu Ja ich hab einen halben Millimeter Vielleicht rausgelunzt Hä? Ja Anschauen Melden Weiß noch wie es läuft aktuell Ach das sowieso aber Haha Das ist traurig Aber es ist Es ist wahr Wenn er gleich auf meine Seite Vom Dach kommt Dann fange ich an Er hat schon ziemlich stark Auf meinen Berg geschaut Bevor irgendwas passiert ist Das hatte mich schon gewundert Aber ich dachte Aus meiner Perspektive sah es aus Als hätte er jetzt vielleicht Ein von euch dann gesehen Also schon bevor er geschossen hat Lauf mal links dran vorbei Lauf auch tief Ich glaub die ganze Zeit Unterhalb der Sichtkante Also Kann er eigentlich nicht sehen Kommt auch nicht hier irgendwie rüber Er guckt die ganze Zeit kurz Ah so ein paar Meter lang Kann er es schon sehen Wenn ihr unten langläuft Es sei denn ihr seid nochmal Deutlich tiefer als ich glaube Ja es ging nur um Ganz kurz drüber geguckt Und schon ein Handy gefangen Kann natürlich sein aber Interessant Seitdem Micha hier ist Guckt er gar nicht mehr Drüber Der war hinten links Bei diesem Schornstein Bei dem kleinen Läuft jetzt einer innen drin Es kann sein Dass links von uns Auf dem Berg oben Gerade ein Flugzeug gelandet ist Safe Sehen Also das Flugzeug Wir müssen da auch nicht hin Ich lauf zurück Ich lauf das Gelände hier schon mal an Sonst ziemlich hart offen Alter Ich komm zurück Der hatte zwei Treffer drin Scheiße Aber er ist immer noch oben drauf Gehen aber rechts rum Einer läuft rechts rum Wenn die das jetzt auch noch mit dem Mörser waren Dann ist langsam Aber noch ist nicht safe Ich vergesse Schön offen bleiben Aber ja Wollen wir mal So Dann wollen wir doch mal Berg Ach ja genau Der Mörser Den wollte ich mir noch anschauen Dann wollen wir mal da oben Okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott Da wird mir schon schlecht Ich brauch's mir nicht mal anschauen Da wird mir schon schlecht Die beiden aus dem Zwei Leute aus der Sienda Haben auf uns geballert Und die heißen NCQSB Und TrashSCND Okay Das ist sogar nicht der Name Aber trotzdem Jetzt hier mal gemörsert Ach da ist er Willkommen auf die Map Müssten wir unten gewesen sein Nach der Red Zone Kurz nach der Red Zone Das war gerade schon Ich hatte es gerade schon Achso Hat nur ein bisschen zurückgegangen Um das halt mit zu sehen Aber irgendwie Keine Ahnung Ach Weißt du was Ich melze einfach mal so 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 Soll Pabschi sich drum kümmern Dann sollen die ihren Job machen Nicht ich Deren So Schon mal die ersten beiden Dann wollen wir mal weiter zum Ende Ich bin ja mal gespannt Krass Er war schon einmal relativ weit bei uns vorne Irgendwann Aber das ist noch zu früh Er ist zu spät So Jetzt kommen wir da ran Sieht noch legend aus Der Dude oben drauf Aktuell Ja ja Hat mich gesehen Sieht bis jetzt noch alles ganz okay aus Zielt falsch Sieht gut aus Ich glaube der ist normal Ja Ja der Winkel war kacke Ich habe es aus seiner Perspektive jetzt gesehen Er hat relativ lang sogar deinen Kopf gesehen Also mindestens Eine knappe Sekunde oder so Das kam mir vor Er hätte wirklich nur meine Stieren sehen können sozusagen Ja 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 Der hat quasi auch wirklich auf den oberen Teil deines Kopfes geschossen Aber dazu hat er relativ lange Zeit gehabt Und du hast dich recht wenig bewegt zu dem Zeitpunkt Wahrscheinlich weil du dachtest Dass er dich nicht sieht Ja Ahnung Also der war okay Sehr gut Aber die Mörserschüsse war mir zu präzise Dafür dass wir quasi ja nicht mal Dafür dass wir Noch mal unsere Posi gewechselt hatten Und irgendwas dergleichen Aber momentan reicht mir halt echt Der allerkleinste Verdacht So viel So viel positive Meldungen Wie wir rausbekommen haben Ja Es war ja auch alles legitim gewesen Also es hätte alles sein können Es war jetzt nicht so möglich Das gewesen Ja ja Noch vor Noch vor einer Woche Hätte ich den auch nicht gemeldet Auf keinen Fall Noch vor einer Woche Hätte ich nicht mal das Replay gestartet Sehr traurig Und was auch traurig ist Ist immer noch aus dem einen Team Die Wo dann du safe Den Wallhack mit dabei hatte Ist nur sein Der Fußballer-Namen Ja genau Toni Kroos und Sorry Die beiden Der der gecheatet hat Der Sorry Habe ich bis heute keine positive Bestätigung Dabei war der Safe der Cheater Den anderen haben wir ja nur mitgemeldet Und der ist rausgeflogen Aber der der safe gecheatet hat Ganz 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 Wirklich Aber die Zeit Da war nichts So jetzt Jetzt müssen sie aber Mit der Map Langsam mal wieder Ein bisschen nachholen Jetzt sind gleich zweimal Mira mal sogar hintereinander Das ist Dance battle. Das sieht doch schon wieder mal gar nicht so verkehrt aus, da kann man ja dazu überall hinspringen. Je nachdem, ob Michel da ist, sieht's aus, was sagt er? Ich hör nichts. Na dann, sag mal, hat der eben gerade so gut geklappt? Jetzt werden wir nochmal zum Red, ja, war noch Rayman Blue. Und? Und? Ja. Sieht so okay aus, oder? Ich weiß nicht, hab doch nicht gelootet. Ich meine, ob schon mal irgendwas mit uns mitgesprungen ist, aber dann sieht es momentan ja ganz okay aus. Ja. Auf geht's. Tja, aber so ist auf Alib erstmal nicht verkehrt. Und geht gut weiter. Mörser. Ja. Musack. Ist echt toll. Nö, ich hab schon ein M4, schon ein Vierfachvisier. Geht gut ab. Für eine runde Karakin XD. Danke, James Bondow für deine Spende. Deine runde Karakin. Mhm, 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 mhm. Schwierig. Schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Wir können ja eine kleine Runde Arcade spielen oder so auf der ganz kleinen Map dann. Dann haben wir es noch intensiver. Danke, danke, James. Können wir uns auch spätestens bei der nächsten Runde Seven Days ja mal drüber unterhalten. Über deinen Map Geschmack. Wie war's denn gestern? Hm? Oh, ich hab Zombies gesehen. Bären. Und Wölfe. Ja, cool. Und es könnte auf Dauer durchaus vielleicht nochmal echt Knipskill werden mit den Zwanzigen. Also, bei mir haben wir gestern, glaub ich, so am Höhepunkt war, glaub ich, eher so zwölf. Aber ein paar haben noch angekündigt, die wollen kommen und waren auch recht begeistert. Also, ich bin mal gespannt, wie es Samstag so aussieht. War cool. Haben auch einiges erreicht. So ist es nicht. Die Mauer wurde gebaut. Also, der erste Teil. Noch fehlt eine ganze Menge. Noch einer ein Dreifach-Visier? Nope. Oh, die Red Zone ist wieder bei uns. Ich hab schon vierfach. Also, ich bräuchte es nicht. Ich brauche aber auch noch einen Karabiner. 14 Slots waren zwischenzeitlich. Siehst du mal, 14. Ich hab im Chat... Also, mindestens noch viermal gelesen, dass jemand noch mitmachen möchte. Also... Ja. Könnte interessant sein. Dann lässt er hier einfach einen Koffer liegen. Der Micha. Unglaublich. Was hast du bisher gefunden? So wird hier gelootet. Danke, Shreeley, für dein Like. Danke, danke. Okay. Ich bin genockt. Okay, ich bin genockt. So wird gelootet. Ich auch. Ich stand unter was drunter, ne? Also, ernsthaft? Ich war komplett unter einem massiven Holzdach. Ich nicht. PUBG. Das erinnert mich an die Anfangszeiten bei PUBG. In den einigen Häusern überhaupt nicht. Warte. Ich hab dir das Gehirn rausgelegt. Schau, Max. Da war man ja nirgendsicher. Ich muss mir, glaube ich, gleich auch echt mal ein paar Nüsschen holen. Ich hab noch so eine kleine Mischung mit Macadamia und Haselnüssen alle gesalzen und geröstet. Salz ist das Beste. Ja. Es gibt nichts schöneres Salz, Salz. Was? Was ist denn da? Kannste... Kannste was haben oder wie das? Hm? Ich esse nebenbei. Was ist denn schönes? Hm. Sojabohnen. Ach, wieder... Was hat denn noch? Klingt nicht schlecht. Ich hab jetzt ne Tommy Gun und ne 1630 Schuss Fünfer. Oh. Kannst du mir noch ein bisschen Fünfer abgeben? Aber nur zwei. Ein bisschen Fünfer kann ich dir notfalls noch geben. Ich weiß gar nicht, was ich noch so gefunden hab, was du sonst nehmen könntest. Aber Handvoll Fünfer kannst du haben. Ich geh jetzt zum nächsten Gebäude. Okay. Ich sag mal so. Dass du wenigstens mal nachladen kannst, ist das schon drin. Okay. Wir haben einmal Schützen hier oben drauf. Aber ich lauf auch mal los. Aber wir haben irgendwo links oberhalb... Hier in die Richtung hat es gerade geschossen. Hat es gerade geschossen. Zwei Teams. Massives Holster. Ja, das war aber ein mega massives Holster. Aber das interessiert Pachi nicht. Ja. Wir haben hier sogar diesmal ein Auto. Das ist schon mal ganz cool. Äh... Fünfer hast du gebraucht, ne? Ich hab jetzt gerade noch 60 gefunden, also... Boah, ich... Ich würd sagen, schau mal hier in mein Haus vorbei. Alleine im ersten Stock solltest du über 100 finden. Ganz, ganz Leisure. Wetter, taft ihr? Ja, ja. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Was ist Samstag? Seven Days? Ben. Samstag am 17. Spielen wir Seven Days to Die weiter. So. So. Können doch mal Compi SR jetzt abgeben. Oh, jetzt nicht mehr. Der ganze Sieben da raus. Mach mal nix. Community, genau. Kann jeder aus der Community mitspielen, der möchte. Solange genug Slots da sind. Solange genug Slots da sind, ganz genau. Aber er müsste gehen. Selbst wenn mal kurze Zeit was nicht dabei ist. Ich glaub, müsste alles in allem ganz gut aus werden. Ach mal. 9, 6, 9. Wir sind unterwegs. 7 Koffer. Braucht ihr was? Ne, 6 Koffer. Und 4 Waffe. Ja. Ich würd auf jeden Fall noch was nehmen. Ja. Was? Misch in Ruhe. Das ist auch noch ein Buffer. Das ist auch noch ein Buffer. Ich hab auch 5 Buffer. Ja. 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 Danke. Ja. Dann erst recht. Und einen halben Griff. Hast du hier vorne noch schon gelootet? Weil jetzt eine Tür offen. Ne, ein Bot hat gelootet. Ah ja. Hast du hier getötet? Ne. Guck mal hier. Und nur 6 fach. Na hab ich schon eben auch rausgelegt. Genau jetzt vor dem Fenster. Wir können uns hier vorne an der Straße positionieren. Da PK, oh PK, da ist noch drin. Ein Polster taktischer Gerätschaft. Nope, nope. Und nobody nope. Nein. HR Magazin bräuchte ich noch. That's it. Was ist denn alles los? Eine Red Zone nach der anderen. Und die ist hart. Oh, okay. Meine harte Kante. Was? Was? Hm, ja. Ja, ja, ja. Wir könnten schauen, dass wir echt zur Stadt wieder ein bisschen runterschießen. Bei so einem Mordi. Da wär ich durchaus dabei. Ja. Ja, es ist halt noch wieder früh, ne? Ja. Na ja, nein. Das sind 35, geht. Aber, da schießt er um. Da sollten wir hin. Ja. Ich halt mal schon mal hier. Das sollten wir wahrscheinlich laufen. Ich hab sie sonst nicht gehört. Eigentlich nicht. Noch sehr weit weg. Ach, ich meinte eigentlich südlicher die Schüsse. Götze haben. Zuerst. Wackern sich da. Ich glaub links zum Berg hoch oder sowas. Ich glaub ich geh jetzt relativ straight. Ich will's wissen. Ich will's, was los ist. Hinter uns. Ist aus der Stadt auf mich. Ist nicht die Stadt, ist Richtung Osten. Ich seh'n auch. Unsere Laufrichtung. Ja, Südwesten. Aber nur ein Team. Pro Gebäude. Und dahinter. Tschüss. Oh. Oh. Oh Gott. Wurde von ihm ist eins Lauch getötet. Wo sind sie? Donut. Oh. Ah. Ach. ich wurde von dem gekillt der von hinten auf uns geschossen hat sicher joshi nicht die beiden ein name davon finisht oder ich war nie schon getötet ja ich dachte das ist egal und denen ich sehe mich ja der läuft hier der läuft unser gelände an ungefähr so wie wir angelaufen sind ich lauf den gleichen weg weg zurück links rum ich komme mit dem mit ah shit noch eine granate gehabt moin moin egon hinter mir ist noch einer der wurde aber auch genockt das ist ein zweites team ich habe ein autokrater glaube ich tief zu meinen füßen geht's halbwegs ist das schön er kommt rechts rum nicht hoch ich muss ein gutes stück nach vorne Richtung Süden laufen damit er hochkommen kann der schuss gerade wie wem es 1 lauch war es der karabinerschütze der hat den anderen der hat den anderen mhm erster stark rüber der karabiner müsste aber immer noch weiter vorne sein er hat eine m24 glaube ich ich habe den karabinerschützer noch gehört der war ungefähr die richtung ne ich meine nur der der oben hier bei mir mhm vom stein ist tatsächlich gar nichts die haben wirklich von oben die glaube ich letzten am stein dreck gehört ah ich sehe den karabinerschützen ja das war er ja das war er der lauf ja immer aus meiner ist auch down ich höre los ey ich bin ich auch grad ich geh mal kurz bei dem rein ob der eine normale nade hat wird hier gerne weg ich auch kurz sagen wir gehen aber in die andere richtung nach rechts weg ja wollten wir gucken ob er doch noch hier irgendwo rumhängt aber ich hatte auch noch eine nade ja du liegst mir zu wird er drauf tippen dass der beim karabinerschützen noch der zweite gewesen ist hinter dem gelände wo nach kevin moin noch hasi und malikalle erst steps vor mir knockt ok hab mich komm ran ja dürfte aber auch angehittert sein ich glaub die war ja wir waren noch von dem team was da eben zusätzlich hoch kam kann sein aber oder halt ich meine mich an die namen erinnern zu können ok weil vier wären es ansonsten insgesamt mit den beiden hier auch ne von von dem ibims dude 13 koffer also ich schätze mal die haben da auf jeden fall gelootet das ist mir knallharten kill geliecht micha den so gut getroffen den ersten ich bin echt gewundert dass er nie auf meine kosten gegangen ist ich bin auch echt schnell rum nochmal mhm das klinge auch nicht micha du brauchst mir noch die beste ja ja der hatte oder keine ne ne ich hab auch grad schon getauscht im stein kannst du nochmal gucken da liegen ja nochmal drei crates oder so weil meine war auch schon fast komplett im arsch hast du auch ein ar-magazin rausgeklaut nö ich hab eben erst eins gesehen jetzt ist es weg das ich wüsste wirklich ist das immer noch ich stehe doch stark davon aus dass hier keiner mit drin ist in der angehung die haben die gelootet hier ist ne koffresche 2 am besten wo ich bin und ein sr-magazin dürft ihr wahrscheinlich auch helfen ich loote erstmal den hier oh der hat noch granados ich hab schon ne ganze oh guck mal sogar ein auto danke auch egon hat den plat für deine spende chicken sagste wir versuchen es wir versuchen es wir versuchen es hast du mich hier? hast du alles? warte 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 da magazin und jetzt ab die post ab die post danke 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 bitte ja keine ahnung was da grad abging an dem gelände aber der Mann auf jeden Fall also zeitweise mindestens drei teams mit uns ja ich muss sagen vier insgesamt dieser squadfaktor ist nicht zu unterschätzen ne ich bin froh dass die alle einzeln kamen dann war ich jetzt ganz froh drüber ich hab innerlich schon hart abgekotzt als dann doch nur mir welche den rückgeballert haben auf wo ich ja eigentlich schon relativ safe rumgelaufen bin ich hatte das auto zwar gehört aber ich dachte weil du jetzt das großartig getan hast immer schneller ein auto dass die gleich weiter gefahren sind wir gehen einfach so als wenn die schon drüber kämpfen würden chicken ja von dem geländer rum ja klar chicken hier noch mal rechts rüber ist auch nicht drin das geländer rum Moped auf dem Berg 300 abgestellt Frage, ob die hier drinnen sind oder bei dem Fight hinter uns Smoke 230 Ich sehe die Schützen nicht Ja, die müssen irgendwo am Berg sein, aber ich sehe sie nicht Muss noch was kommen Das geht gar nicht anders Zumindest die letzten Schüsse, die ich gehört habe Ich wurde nicht von Bord getroffen, oder? Das ist richtig Ne, ne, das ist richtig Er wird gleich vor einem Auto überfahren, wenn es weiter geht Also hier ist nochmal was gelaufen Aber wie gesagt Der letzte Schütze könnte durchaus der Bot sogar noch gewesen sein Geht ja nicht Hier hinter, aber die Kante dahinter Nicht die, sondern genau die dahinter Aber ich würde sagen, wir fahren Wir haben eh einen weiten Weg Oh, da muss der Touchdown Ja, guck mal, hier haben sie noch gelootet Jetzt siehst du sie gleich 90 Grad links, oben auf dem Da gerade gespäht Ich fahr dahin, wo wir häufig schon gekämpft haben Das Gelände unten ist auch wieder besetzt Da steht ein Auto drin Okay Wollen wir das für mich direkt auf welche treffen? Ja Ich würde sagen, drumherum sind sie Auto auf Südosten, fährt gerade noch Gleich über die Straße Wenn ja das Team gewesen wäre, dass er auf uns geschossen hat Siehst du unten im Gelände, zwei laufen? Auto kommt näher, Max Die gehen aus dem Gelände raus Drei Leute Verschossen Eingetroffen, eingeschossen Die kommen direkt auf dich zu Sie sind schon in der Kante? Ja So hat das Zweck Wenn du sie nicht siehst, werden sie hier hinter der Kante sein Alter Verklickt Schade Eine angeschossen Hat dir jetzt nicht gereicht Ja, ja Kein Auto ist mehr bei mir Waren es beides jeweils nur einer, ja? Ja, ja Beide instant Pass auf, die hinter uns Ja, die sind schon oben Ich baite Das ist voll verkackt Direkt bei mir bin genockt Der ist direkt bei mir Nein, das ist gut Am Auto, an unserem Auto abgestellt Das waren drei Ist gesorgt Habt abgesprochen Voll, voll So hardcore daneben geschossen Das war so eklig Ach, scheiße Die hätte easy peasy haben müssen Mist, 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 Mist One too fast for all Ja, die sind rausgeflogen Ja Die oben auf dem Dach Wo du gesagt hast, ist in Ordnung Was? Wirklich? Mhm Oh, hätte ich es ja auch nochmal melden sollen Na gut, wenn sie rausgeflogen sind Spielt jetzt auch keine Rolle Wer denn? Wie war denn der Name? Jetzt hab ich Help No Irgendwas, glaub ich Aber keine Ahnung, wer das jetzt genau war Krass Krass Das ist echt Das Böse Lass mal rausgehen Das ist echt das Böse Naja, komm Ich meine, wenn ich im Replay mir den anschaue Und das echt legit aussieht Dann Und der dann Das ist heftig Das ist schon heftig Ach, die von eben Jetzt rauch ich das erst Mhm Ja Das ist schon echt krass So, jetzt gib uns ein guter Map Ich muss mir schnell Meine paar Nüschen holen Ja Ja, komm Wurde sich gewünscht Machen wir Bin schon raus Okay, dann machen wir es nicht War schon raus Als es begann hat Schade 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 So Ich hol mir was Egal welches Es wird Die spielen wir jetzt Ich komm euch wieder Gleich Oh, ich krieg's kurz genug Auch kurz abkackt Ja, bis gleich Schade Ich mach mich WB WB. Danke. Es geht weiter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte jetzt gerechnet, dass jetzt Sanok kommt oder wieder Karakin oder irgendwas, ne, aber... Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja komm, das wenigstens mal woanders hingehen. Gehen wir hier nach Alcantara hoch oder so. Das macht's jetzt nicht besser. Was soll ich denn sagen? Ich spring mal da hin und guck mal mal. Ah, sorry. Wann fragen wir, wie viel FPS ich spüre? Ich kann's dir sogar zeigen. X Mark. 214. Wäre schön, wenn's das immer so wäre, aber... Aber es ist mir auch nicht so wichtig, als dass ich jetzt alles auf niedrig stellen würde oder so'n Spaß. Bisschen toll soll's schon aussehen. Also wenigstens... Am Auto an der Kreuzung? Ja. Ich nehm' hier nen Bulli. Aber jetzt, so wie es jetzt ungefähr ist, würde ich sagen. Das kommt ungefähr hin. Also so... Okay, das ist jetzt sogar relativ... Also irgendwas... Irgendwas so um die 120 FPS würde ich sagen. Das ist jetzt leider geschaut. Obwohl das echt nochmal ein Stück schlechter geworden zu sein scheint irgendwie. Keine Ahnung. So. Ey, ich muss mich mitnehmen. Wieso? Damit ich die Nüsse auch machen kann. Könnte ich nicht mitnehmen. Also ich kann dich nicht mitnehmen. Vielleicht wirst du ja mitgenommen. Wartet auf mich. Oh nochmal. Echt, lass es mal an, dann kannst du ja immer so'n bisschen schauen. Klar kannst du mich mitnehmen. Klar kannst du mich mitnehmen. Sonst wäre es wirklich zu wenig. Sonst wäre es wirklich zu wenig. Zeit. Zeit für 1200 Kalorien. Oder? Ja. 1300 sogar. 200 Gramm satte Nüsse. Mit einem kleinen Löffel. Kleinen Löffel? Ja. Die sind gesalzen und geröstet. Und halt ihr fettig. So. Muss ich die mit einem kleinen Löffel essen. Moin Ossumsago. Und auch so'n Saaago. Überall die Äualle. Ich glaube, ich habe Destin tatsächlich echt zu Unrecht wegen der FPS zum Teil gescholten. Also irgendwas muss insgesamt schlechter geworden sein. Also ich würde sagen, wir fehlen im Schnitt hier teilweise gut 10 bis 20 FPS. Ich habe 144. Wir müssen halt auch dieselben Sachen schauen. Ich habe jetzt teilweise auch 160, 170 knapp. Aber, ne? Ruckst du hin? Mal auf den Boden. Wir müssen mal auf den Bildschirm gucken. Ey, das macht ja gar keinen Sinn. Ist in dem SKS so ein Karabiner? Richard, der liegt da auch? Ja. Danke. Karabiner markiert. Erdnüsse sind auch bei, ja. Erdnüsse, Fischlippkerne, Mandeln, Begarnüsse, Macadamia. Ey, da ist ein Loot, ey. Hm. Ich habe jetzt ziemlich alles, was ich brauche. Neus. Genau. Aber natürlich, die teuren Nüsse sind weniger von. Also, wahrscheinlich sind es so 2% Macadamia-Nüsse oder so. Will jemand ein Vierfach- oder AR-Magazin? Ne. Magazin würde ich nehmen. Machst du noch eins? Ne, eins habe ich schon. Okay. Vierfach? Hm, hm. Ich brauche noch was Größeres. Wenn jemand einen Sechssach findet, würde ich gegen Achtfach tauschen. Oh, Micha. Such mal einen Sechssach, bitte. Soll ich eine Mini-Ansage? Ne, auch nicht, ne? Ne, ich habe alles, was mir noch fehlt, ist ein taktisches und ein Kompensator. Ja, ja, so ungefähr sieht es bei mir auch aus. Uh, MGchen, Max? Ja. Was hast du für eine Waffe? M4. Ist da schon was dran? Magazin. Nicht mal ein Visier. Praktisches hätte ich. Rotpunkt könnte ich auch. Ja. Dann kommt man am besten mal her. Ich habe ja die Sachen. Ich will nur wissen, ob ich die Achtes mitnehmen muss. Legst du in Zweifel so auf die Straße. Wir kommen ja eh wieder bei dir langgefahren. Sechsfach habe ich jetzt auch gefunden. Wir können also echt tauschen. Kann ich meinen Vierfach hier schon mal rausschmeißen? Geht es bald mit Waffern aus? Och, acht. Okay. Mh, mh, mh. Moin, auch Klaas. Tja. Jetzt habe ich noch einen Griff gefunden, Micha. Naja, ich habe ja dabei. Ich wollte nur wissen, ob ich es von meiner M4 abtröbeln muss. Hm. Komm mal rum. Kann man tauschen. Zack. Ist das Magazin abgeplockt? Ja. Jep. So. Vierfach brauche ich ja nicht mehr mitnehmen. Sechsfach habe ich dabei zum Tauschen. Joschi, willst du noch das Magazin und einen vertikalen Griff? Ich will das Magazin ja kaufen an. Brauchst du nicht mehr, Muni? Mh, mh. Ich bin aber auch im Prinzip mal so langsam los. Wobei ich noch ein bisschen Zeit habe. Ich bin ja recht gut bei der Zone dabei. Weil, mal kurz zeigen. Wenn ich nämlich hier runtergehe, deswegen ist das eins, was ich auf Ultra habe, sind Texturen. Wenn ich hier auf sehr niedrig gehe, sieht das Spiel so aus. Da kriege ich einfach Plack. Also, ernsthaft. Das geht einfach nicht. Guck dir mal die Straße an. Guck dir mal die Waffe an meiner Hand. Guck dir mal den Charakter an, wie ich aussehe. Bah. Bah. So ist viel besser. Wenn er es jetzt laden würde, wäre es natürlich noch schöner. Die Straße sieht immer noch Schwammikowski aus. Wann ist das? Habe ich das nicht übernommen? Ich habe es kaputt gemacht. Wie ich war. Ah, jetzt. Ne, jetzt ist es gut. Ich spiele hier auf 144 Hertz Monitor. Natürlich. Ich gucke mir so viel FPS ja gar nichts. Ich gucke mir so viel FPS ja gar nichts. Hier liegen noch Sachen. Ich gucke mir das sechsfach raus. Nice. Nice. Will ich mal noch Buffer? Ich habe zehn Stück. Ausgesehen. Ja. Hier liegt noch ein Red Dodge. Ich habe ausgesehen das aufgenommen. Ja, steht du Buffer? Ja, ich glaube zwölf. Naja, da komm doch mal her. Da kriegst du nochmal ein, zwei. Mathematic oder was? Super geil, wie gut PUBG optimiert ist. Ich habe eine Prozessorauslastung von 40 Prozent und von 30 bis 40 Prozent und GPU auch nur. Hm, das ist schön. Warum? Als ob die Festplatte oder der RAM jetzt auf einmal der limitierende Faktor bei einem Spiel wäre. Erzähl mir doch nichts. Immer. Immer. Das Gehäuse. Uh, sag ich dir. Das geht gar nicht. Gehäuse-Lüfter. Gehäuse-Lüfter sind's. Ja. Das zur Zeit. Wie ist deine CPU ausgelastet, hast du gesagt? Hm, jetzt gerade bei 20, 29, 27, 23. Ja, same. Die GPU 37, 35, 37, 34. Bei dir ist es bei mir bei 60. Ja, also, da geht auf jeden Fall noch mehr, würde ich sagen. Ich frage mich mal echt, was der limitierende Faktor jetzt gerade bei mir ist. Also RAM wird's nicht sein. Bist du, RAM könnte auf keinen Fall ausgelastet sein. Warum ist es bei mir bei 15 Gig? Aber ich hab noch Drop-offen und Discord und so on. Bei mir sind's 10. Wir haben wohl nicht mehr allzu viel Sprit, ne? Und wir fahren gerade aus der Zone raus. Ja. So viel schlechte Nachrichten auf einmal. Ich fahre hier wieder zurück. Das ist eigentlich echt erschreckend, wie gering die Ausnutzung hier ist. Wenn ich dann so aus dem Battlefield denke oder so, da hatte ich teilweise mal früher so Ausnutzungen gefahren, die 90% bei der CPU zum Beispiel. Ich schalte jetzt hier gleich einfach mal. Du hast nicht mehr viel Wahl. Ja. Danke, es ist leer. Wir können ja mal gucken, ob wir hier auch was sehen. Unten sind Türen zu. Weil wir können uns hier... Ja, hier an der Straße ist eigentlich nicht verkehrt. Hier kommt früher oder später immer was vorbeigefahren. Ich wollte gerade sagen, Max... 165. Im Gebäude unten. Läuft gerade hoch. Mindestens zwei habe ich schon gesehen. Ja. Wenn es ein Panzer ist, beballere ich den, wenn er in der Luft hängt. Das ist kein Panzer. Da hat einer... Im Killfeed... Instant vier Leute gekillt. Mit einer M4. Das ist auch meine Lieblingswaffe. Das ist schon ziemlich gut, ja. Weißt du, waren die relativ vorher genockt? Wenn er den letzten... Wenn er den letzten der vier sozusagen dann killt, dann stoppen wir wieder alle vier auf dem Killfeed. Ich habe mir die Autos schon ein bisschen angedrückt. Hier mehr als zwei gesehen bis jetzt? Liga direkt über uns. Job wird gelootet. Markiert. Läuft da. Oh, oh, die zielen auf uns. Ich fahr das Fahrzeug weg. Fahrt zu mir ran. Hier rein. Hier geht's. Hier geht's. Ja, jetzt müssen wir... Das ist doof. Ja, wahrscheinlich schon. Nee, geht nicht. Wir beschießen die einen oder die anderen oder beide uns. Naja, wir müssen leider fahren. Ich weiß aber schon, wohin. Ich auch. In die Garage hier. Einiges Ding, ne? Ja. Werkstatträuschen hier. Höchstgeschwindigkeit. Oh, das ist ein Auto. Ja. Nein, wir brauchen noch eins. Nehmen wir es und fahren weiter, sagt er, ne? Ja, das ist gut. Können wir nehmen. Geht? Okay. Witzig. Easy. Das haben wir in der letzten Runde hier abgestellt. Setzung wieder über die. Hat der zur Runde so gut geklappt? Da ist er droppy. Und er läuft schön offen. Mein Gott, läuft er offen. Ich seh's. Ich halte jetzt hier langen Bau. Da ist ein Deck vor uns. Gnockt. Okay. Ich hab von links, glaub ich, noch ordentlich was gefangen. Auch direkt unter uns. Ein bisschen zurück, ein Stück. Das war. Und? Ja. Ja, die waren unter uns. Richtig orange. Ich werd hier immer noch geschossen. Wollen wir weiter? Wir müssen wahrscheinlich. Da, wo wir eben waren, kann das sein. Nate? Ja, wollen wir weiter? Ich muss mich einmal heilen. In zwei Sekunden, dann können wir fahren. Eins. Und gib ihm. Hier müsstest du wieder gehen. Ich brauche einen Koffer. Ich hab keinen Koffer mehr. Liegt. Der wurde geleached. Der wurde geleached. Der ist schon tot. Aber noch nicht fertig. Habt ihr noch ein paar Koffer? Habt ihr einen rausgelegt? Ja, ja. Den braucht ihr aber schon zum Heilen. Ich hab jetzt wieder gar keinen. Ich hab einen jetzt wieder. Pass auf, Yoshi. Du bist offen. Hier. Da läuft was. Der hat auch schon geschossen. Kommt. Ich hab ihn getroffen. Im Auto liegen zwei Koffer. Kommt wieder rum. Den dort. Oh, hab die auch gesehen schon. Den nicht. 100 Grad. Du hattest das Gelände, oder? Ich hätt ihn dort gesehen gerade. Aber ich hab's nicht mit dem Scope gesehen. Ja, ja. Das ist auch er. Genau da ist einer dran. ZLM-Häusle-Wan. Hier hab ich einmal angeschossen. Und ist dann links weggelaufen. Das sind zwei, glaube ich. Die sagen gerade ein bisschen anders aus. Moin, der Rudow. Wo hat er links? Auto? Ah. Das sind wir Länder, wo wir den Wagen getauscht haben. Das ist mal aufpassen. Potzo. Ist gleich nicht mehr drin. Würdest du gerne den Dude hier vorne mal nochmal kurz suchen? Könnte tödlich werden. Er ist sehr offen. Kontakt hinter uns. Scheiße. Klapper. Hier oben. Ei Rauch. Könnte ein Bot sein. Ich renne an. Ein Bot sein. Hat zwei Hits. Dort hinter. Markiert. Doch von da hab ich mir auch gerade was gefangen. Oder von noch weiter hinten. Shit. Hey. Der wusste schon, dass ich unten bin. Hat schon auf mich gezielt. Aber gut. Hat mich ja vielleicht rennen sehen. Hat ein Hit. Die sind zu zweit jetzt hinter dem großen Stein. Mhm. Das ist vor mir zu hoffen. Kann er nicht zu Ende durchpushen. Ob die sind abgehauen. Ey, wohin? Ich weiß nicht. Ich lauf hier ziemlich offen rum gerade. Rechts lang würde ich es sehen. Da sind sie nicht. Links lang würde ich auch sehen. Das heißt, sie müssen nach hinten weg sein. Hinten wieder, ne? Das ist nur eine Vermutung. Aber ich seh da echt keinen mehr. Und ich lauf offen rum. Wer hat von hinten wieder beschossen. Ja, kommt sie zurück, oder? Ja, die sind da noch. Muss mich jetzt zahlen. Ich hab ein gewisses Stück. Da lauf ich relativ offen. Ich hab den Stein oben im Blick. In der Koffer mehr. Wir haben noch die Crates. Nein, ich müsste irgendwann da reingucken. Drei Koffer hab ich noch. Guck, ich kann nochmal in die zwei Häuser hier rein. Ah, jetzt hab ich wieder eins. Aber ist jetzt nichts passiert? Das können wir uns echt überlegen, sogar noch die Koffer zu looten. Sind eure Helme in Ordnung? Ja. Geht. Hier unten im Haus. Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Ich hab jetzt ne Sanitasche wieder unten im Koffer. In der Stadt fighten noch. Ja, die Zone bald so geht, ne? Könntest du einfach mal nicht interessant werden. Das ist auf jeden Fall. Könnt mir vorstellen, dass die langsam auch mal das Gelände hier einnehmen wollen, ne? Die zwei. Die sind schon weiter links rum. Guck. Hm. Und dann? Und dann? Okay. Wird ihr die im Westen irgendwo? Ich dachte, ich könnte es von meinem Winkel aus sehen, das Fenster, aber leider nein. Vier sind ja auch nicht mehr drin. Max ist genug. Alter! Ja, ich hole ihn. Ey, ich war so lange dahinter. Ich habe schon wieder rausgescoped und alles und stand da, aber bin ich wieder trotzdem umgefallen. Was für ein Scheiß. Brauchst du was? Ja, jetzt vorhin eine neue Weste mittlerweile. Weste habe ich nicht auf dem Zettel, aber Helmer waren auf jeden Fall hier. Westen, ja. Helmer. Ich brauche eher Westen. Ne, da habe ich dich jetzt nicht akut gesehen. Waren die an der Ridge, die jetzt draußen ist? Ne. Einer ist hier gewesen. Einer links bei den einstöckigen Häusern. Ah, schon so close. Der andere, der piekt sogar, glaube ich, immer noch. Traffer. Weil keine Westen jetzt ein bisschen weiter links läuft. Die aus Südosten sind nicht mehr in dem Gelände. Das heißt, es kann sein, dass die uns bald anlaufen. Und die sind noch drin. Die sollten vielleicht wirklich zu Yoshi gehen. Ja, aber dann hier können die uns schön rückenschießen von da oben. Auto. Das ist ein G-natürlich. Es kommt noch ein Auto. Es kommt ein Quad. Obwohl. Kommt langsam näher. Kommt jetzt ran. Jetzt genau zwischen den Häusern. Das ist eklig. Das Problem ist, Yoshi, dass sie uns hier sehen können. Ich habe eine Teuschgranate geworfen. Ich habe eine Smokes, keine Ahnung. Ich habe Mediskraft und Brauchgranate. Schauen wir mal, ob die sogar Zivile hatten. Die müssen aufpassen. Die haben gegebenenfalls einen Winkel aus dem hinteren Haus. Soll ich das einraufen? Eine Waffe durchgesehen. Wollte was werden. Ach, hinter uns. Komm hier hinter die Treppe. Ich geh jetzt raus und rein. Wir müssen nur hoch oben setzen. Schasse. Bin ich selbst geblendet? Bin genockt. Mach ich bis zum anderen Haus. Schasse. Wir lebten jetzt noch. Du lebst noch? Okay. Komm zu dir rein. Pass auf, die sind noch am Hügel hinten. Danke. Get a Ghost. Für den Unterstützen Status. Danke, danke. Brauchst du jetzt noch was? Nein. Die 90 halt, ne? Wir müssen ja fast erstmal bleiben. Hier sind zwei. Drüben waren zwei. Die kennen wir ja noch. Einer ist genockt. Geh raus. Wo? Schüsse aus dem oberen. Nice. Ich geh so wieder zu den Häusern runter. Boah, na toll. Wir müssen auf die zu. Was sieht jetzt rechts rum bei dir aus? Kein Fall. Die wissen, dass ich hier bin und schießen schon auf mich. Duscht die Häuser am besten. Ist alles offen da vorne. Hm, aber da sind Granaten dran gewesen, ne? Guck mal, da läuft ja einer. Direkt? Ja, aber nur Noct, ne? Die anderen haben wir ja immer noch rechts. Oh. Warte mal. Noch drei. Arsch, Arsch. Wo ist das Haus? Die anderen sind auf den Kurs. Guck mal. Die anderen sind auf den Kurs. Der ist ja, das爺. Das ist auf den Kurs. Die anderen sind auf dem Kurs. Die anderen sind auf den Kurs. Hast du das Haus? Oh, noch zusammengehört. Was mich eigentlich wundert. Ich dachte, die aus dem Haus sind nix. Vielleicht haben die den letzten Mal sogar noch erwischt. Ja, die Zone hätte mal gut zu uns gehen können. Dann wäre es ein bisschen interessanter geworden. Ich hab ne Mandel verloren. Mandeln sind teuer, musst du suchen. Habts schon wiedergefunden. Moin, Maccafé-Boy. Moin, auch Racer-Sharp. Moin, auch Nico-19. Ich hätte noch mehr versucht, noch mehr Rauchgranaten mitzunehmen. Aber ja. Drei Leute. Zone auf ihrer Seite. Das ist schwer. Ich freu jetzt ja ein bisschen, dass ich den Desync-Boy nach oben erwischt hab im Rohgebäude. Das war echt eklig. Ich bin aus dem Scope zurück. Wirklich raus um die Ecke und stand dann qua. Und dann, bups, fällt's auf einmal um. Und zwar schon. Jo. Mit Sicherheit ne halbe, dreiviertel Sekunde oder so. Das bei nem Shooter, egal welchem Shooter, ist einfach nur fatal. Das darf's nicht geben. Überlege, wie man sich früher bei Battlefield-Leute sich bei den 30 Herz-Hörbern noch beschwert haben, wenn du da mit einem Stein noch getroffen wurdest. Dagegen war das damals Kindergrab. Meine Mandeln im Hals hab ich noch. Die Mandeln in der Schale auch noch so halbwegs. Da sind auch einige. Das sind halt auch 200 Gramm Nüsse. Also ich glaub auch nicht, dass ich die aufesse, ehrlich gesagt. Aber es sind doch nur 200 Gramm. Jo. Ist ja trotzdem ne ganze Menge. Das sind halt 1300 Kilokalorien pro Mahlzeit. Also, pro 200 Gramm. Ja, so ne halbe Tagesdosis? Ja, hauptsächlich über Fett. Also, das ist mein Magen aktuell überhaupt nicht gewohnt. Ich esse eher so, ne? Reinere Mahlzeiten. Weiß jemand vielleicht, wie viel Eiweiß-Pekanusse haben? Kommen nämlich auch eher fettig vor. Ähnliche Macadamia-Nüsse. Aber IP-Kanusse, ich weiß das nicht. Hö. Ich seh so ein paar Springen. Und die springen auch direkt nach Tathmog. Einer dreht ab. So ein bisschen. Okay. Eine deiner Halle, Geld markiert. Und einer kommt nach. Der ist jetzt unten. Er läuft schon rechts rum. Richtung Westen. Okay. Er ist noch schon dran. Merken wir gleich. Und hier ist ein Helm. Zweier Helm. Ich seh's halt nicht. Lass ich mir jetzt zurück, weil ich keine Ahnung vor ist. 235 hinter dem gelben Teil. Was auch immer das ist. Bagger. Direkt da hinter die Holzstapel. Ne, ne. 235. 230. Ja. Einer zielt. Links in der Halle. Einer ist nur links in der Halle drin. Probier, wenn ich noch eins nach rechts komme. Er ist direkt am Bagger dran, sagst du? Ne, nicht an dem Bagger. Bei dem LKW. Da direkt dahinter. An den Holzstapel. Wo ist der in der Halle? Ah, ich seh ihn. Nur für bei der Höhe. Ne, ist jetzt schon in der vorderen Halle. Ach, Mann. Sind zu zweit jetzt da drin. Einer kommt raus. Okay. Einer ist fast tot. Ich bin aber auch fast tot. Yoshi? Ich bin noch zwei in der Halle. Ja. Ich muss mich ja langsam holen. In der Halle. Einer läuft um, läuft uns rechts. Und noch ein Koffer. Ernsthaft? Der Rettellaufende ist fast. Hinter dir, Micha? Innen läuft. Was, was für, was für dämliche Zeug. Ich hätte seinen Mate halt auch killen können. Was ist? Fängt er erst mal direkt an, auf Yoshi zu ballern am Boden. So läuft es mir die Liebsten. Dass der zweite nicht gefallen ist. Mit der ACD. Den habe ich so gut getroffen, habe ich den zweiten. Aber da hat es noch ein bisschen gefehlt. Schauen wir doch mal. Ähm... Ich mache mal Bläche kurz. Mach das. I-voice. 9 Gramm Protein. Ja, siehst du, lag ich doch recht. 72 Gramm Fettgehalt. Eieiei. Noch weniger als Macadal-Würnüsse. Heftig. Nein, noch Sun of Love Club. Wenn ihr auf die drauf beißt, fühlen sie sich halt auch schon so ein bisschen an wie ein Fettschwamm. Aber so krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mh, Fettschwamm. Mh. Ist ja bei Macadamia-Nüssen halt auch so. Ich esse die eigentlich super gerne, aber... So vom Einweißgehalt her musst du eigentlich eher andere essen. Kürbiskerne. Gebrannte Macadamia-Nüsse. Mh. Mh. Das ist ja auch schon ziemlich geil. Ich habe auch noch so eine schöne Zuckerkruste draußen rum. Okay. Habe ich glaube, noch nicht gegessen. Ja, heute hier so am Jahrmarkt oder was wie gebrannte Mandeln. Gibt es halt auch gebrannte Macadamia-Nüsse. Okay. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr auf die Jahrmärkten. Weil so in Berlin sind Jahrmärkte in der Regel halt eher so Assi-Treffpunkte schlechthin. Ich glaube, das Letzte war auch mehr so Weihnachtsmarkt-mäßig. Ja, ungefähr das Gleiche. Ja, da geht das schon besser. Aber so typische, klassische, so Wanderrummel-Sachen mit Fahrgeschäften oder was weiß ich was alles. Die sind hier gern Abend immer schon eher so Assi-Geschäft gewesen. Ja gut, das ist ja auch bei euch entsprechend halt groß, ne? Mh. Ich rede dann halt mehr von so einer Dorfkirmes. Das Gefühl hat ein Bierzelt, ein Bierpilz, ein Autoscooter, eine Schießbude und das war's dann. Es springt einer mit euch mit. Ihr habt ein Auto hier. Ich habe recht früh gezogen, weil ich dachte, Micha klebt noch dran. Versuche ich gerade zu holen? Der auch, Micha. Der ist über dir. Ja, wir sind zu zweit. Der kann nichts machen. Zur Tanke. Ich habe ein Auto, ihr könnt durchfahren. Einer. Einen könntet ihr überfahren. Der liegt jetzt... Der läuft hier bei gelb. Siehst du ihn? Ja. Sauer. Der andere hat aber auch was zum Schießen haben jetzt langsam. Ja, ja. Alles gut. Wir gehen jetzt nach Servernie rein. Dann ausgenommen? Nee. Ich nicht. Der andere hat geschossen und dachte, ich komme, bevor ich es riskiere, Luckshot. Oh, ja. Schöne Zone. Was kannst du denn? Zeit für ein Notkit. Jetzt heißt es da umdrücken. Das wäre jetzt schon nicht verkehrt. Hallo, Rameshkuma. Danke für deine donation. Was ist denn SGD? Das sagt mir ja gar nichts. Irgendeine unbekannte... Singapur-Dollar. Singapur? Ich hätte jetzt gesagt Sugar Daddy. Ja. Das wäre ja so eine witzige Einheit. War ja schon... War ja schon interessant. Also, wenn ich immer mal was zu sagen habe, dann kriege ich die Währung ein. Wenn es so weitergeht, brauchen wir ja irgendwann auch wieder Norja. Dann sind wir ja wieder angekommen. In dem 70, 80, 90 Jahre Zyklus. Dann gibt es Sugar Daddy-Dollar. Erteilt in Prototypen. Ja, ganz genau. Sag es gern. Will jemand nochmal eine M4? Ja. Ich habe zwei dabei. Eine kannst du haben. Karabiner kostet dich das nur. Ja, bin ich dabei. Hast du Glück gehabt? Du hast Glück gehabt. Freund. Ach, hier ist der M4. Geil. Nein, Spaß. Hilf. Joa. Joa. War noch Iceman. Haben wir noch einen Red Dot? Red Dot? Hm, nö. Weiß nicht. Hier oben drauf liegt noch ein taktisches Fallzheimnisbrot. Ich habe Bock aber auf ein anderes Battle Royale-Spiel. Ich hätte mal Lust auf ein neues Spiel. Ja, das durchaus. Aber es muss halt auch cool sein. Von den aktuelleren Battle Royale-Teilen würde ich eher sagen, nö. Ich wette, dann hättest du Schock gespielt. Hier ist eine Mini-Micha. Also, zeitweise, ne? Mach ruhig, Micha. Nehm ich hier eine SLM mit. Passt schon. Ich, äh, ich werfe einfach meine Barrel weg jetzt, Max. Ja, okay. Mach's so. Und ein Langenpolster liegt noch dabei? Ein paar reinig. Aber wenn mal irgendwie wieder ein cooles rauskommt oder so, dann, dann vielleicht schon. And again, Ramish. Interessant. Hm. Hm. Jam, jam. Okay, ähm, ja. Ich glaube, ich schmisse mal zu viel weg. Ja, witzig, wenn die jetzt langsam mal ins Süße werden, die irgendwie reinkämen oder so. Äh, du hast die noch dabei, ne? Ja, hier? Modo. Ja, immer. Ja, immer. Ne. Sag mal so. Das können wir auch interessieren. Hier liegen noch knapp 150 Schuss Fünfer. Oh, ist, brauchst du Stuff zurück? Äh, ah so, 10 Euro ungefähr. Hast du bisschen Fünfer für mich? Ah, eher wenig, aber hier kannst du da... Fünfer habe ich hier ganz viel, kann ich mit drängen. Okay, dann lass es liegen. Okay. Wie ist es mit dem Vierfach, Yoshi? Ich habe einen Sechser. Ich möchte noch, äh, Magazin von vorne drauf, äh, MP. Ah, MP. MP. Okay. MP. Na gut. Ich halte meine Augenleid offen. Petri geblinkt. Petri geblinkt. Ich brauche noch einen Rotpunkt oder irgendwie sowas. Jetzt setzen wir nichts vom Zweifach, Michael, das will ich nicht. Brauchst du ein taktisches... Ich habe doch eben einen Rotpunkt angesagt, das hast du brauchst können. Ja, ich will ein anderes. Das war ein komisches. Das habe ich gespürt, so wie du es gesagt hast. Oh, hier oben habe ich es rausgeschmissen. Ich habe auch keins, oder? Irgendwann werde ich schon ein Sinn. CD Warzone 2. Ja, also werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und von dem, was ich bis jetzt gehört habe, geht das auf jeden Fall eher. Nö. Also, weiß ich nicht, aber... Da waren Veränderungen dabei, die klangen nicht verkehrt. Also, Interesse habe ich mit voll dran. Aber ich hoffe, es ist halt besser als der erste Tag. Kannst du jetzt eigentlich schon mal anfangen, deine Shader zu optimieren? Ja, ja. Auch für die Kampagne schon. Alter, kein Spiel erlebt. Jemals. Was so lange zum Starten braucht. Jedes Mal. Braucht ihr Koffer? Mhm, mhm, mhm. Oder das vier. Oh, perfekt. Das kommen wir nicht. Aya-Magazin, taktisches Lager, Fünfer-Munition, Vierfach-Visier. Alles, alles, alles hier drin, wenn ihr wollt. Wie sieht es aus mit einem MG? Immer. Gut. Suchen wir mal nach. Immer. Hast du keins? Nein. Nein. Wir haben eine MK. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal so langsam zurück zu den Autos. Ah, 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 ah. Habt ihr? Ich glaube, die kämpfen uns nicht, weil die sehr dankbar sind, dass wir weggefahren sind, ohne ihn zu töten, weil er auf uns geschossen hat. Ja. Ich sag nur, die, ne, wenn wir ihn genocken oder so, von denen haben, den finischen können, dann sind die auch nicht dankbar. Ah, wo war denn unser Auto? Hier vorne steht nochmal so ein Vorgehen. So, jetzt heißt es irgendwie rüberkommen. Ich hab' sehr viel Medi-Stuff. Na, ich auch. Neu Koffer und Treppen. Ich würde hier so richtig um Gelb fahren, wenn wir mit Sicherheit auch immer noch ein Boot kriegen. Ist die Zone schnell. Und das ist auch wieder die gute alte Red Zone. Aber es soll schon passieren. Ich glaub' auch. Auto voraus. 12 Uhr. Mitte, Berg hoch. Nächstes Auto. Nächstes Auto. Was hast du denn für'n Fahrzeug, bitte? Freier. Ne, was du meinst? Den Roadster. Hast du's nicht? Voll laut. Oh, du bist so perfekt. Ich glaub' auch. Ich glaube, wir sind das Problem. Ja, so langsam war er sicher. Ich würde schon mal ausschauen, nach dem Bötchen. Hände die du es? Ja. Ich habe es schon mal überlegt, ob ich es nochmal anschauen soll. Soll jetzt ja einiges passiert sein. Ich sage nur Nachtmaps. Okay. Ach, die Zorn. Das ist ja... Aber zum Glück ist es der richtige Teil der Insel. Boah, jetzt langsam mal halt Moppe hier im Boot, sonst ist das Arsch. Ich ändere schon mal die Richtung. Ihr seid ja schon fast durch. Aber wir haben keinen mitzigen. Shit. Ab nach Primorsk. Oh, schon mein Auto gefliebt. Mein Name. Nice. Ja gut. Dann schauen wir mal so. Ja, was ist denn auch mit da drüben? Na mein, Badou-douche. Ja, mal gucken. Bei Helled at Blue's brauche ich halt auch wieder irgendwie ein paar Mitspieler. Und da gibt es nicht so viele, die das da spielen wollen. So, was soll denn das hier? Nur mal endlich mal ein Boot springen lassen. Ja, schwer. Oh, guck mal hier. Eins haben wir, ja, ja. Eins haben wir, ja, ja. Zwei, ja? Ne, ja, 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 ja. Ne, groß ist der eins. Kannst du jetzt mal markieren und fahrst du mal in die Richtung? Achso. Am letzten Schnippeln, ne? Ja, ja, ja. Ja, passt. Ich kümmel mich mal ab so lange ein bisschen. Ich trau mich nur mit den Füßen rein. Sonst wird man kleiden. Ihr sollt vielleicht auch reingehen. Ich komme und nehme mich. Ich gehe auf die linke Seite. Sieht ja behindert aus, wenn man nach hinten guckt. Du meinst mich? Du drehst dich um und sagst, es sieht ja behindert aus. Ich kann nichts dafür. Ich bin Mathematiker. Will jemand noch ein taktisches haben? Äh, äh. Äh, äh? Ich höre das ab G, das mir versprochen wurde. Siehst du mal? 30% habe ich schon mitgebracht. Da steht ein Brot, ne, dran am Ufer. Das sieht es auch. Es schaut schon ab, wo irgendwie noch irgendwas drauf ist. Sonst würde ich da wahrscheinlich sogar trotzdem ranfahren. Aber wie viel sieht das ja nicht, wo wir kosten? Ja, es sieht da was, es sieht aus, es sieht aus wie viel. Ich würde sagen, 3, 2, 1, Risiko. Aha, da geht ja. Ich glaube, einer wurde kaputt genockt. Oh ja. Ich war silent mäßig, TMA mäßiges SKS oder sowas. Ich glaube sogar MK14 ist, müsste vor uns sein. Ja, es läuft was. Einer läuft. Schießt hier? Gleich. 3, 2, 1. Schade. Er rennt. Ah, shit. Im Gelände. Okay. Wo, im Haus oder was? Zwischen den Häusern. Bei den Autowracks ist gerade auf das rechte Haus gelaufen. Wir sind nicht mehr drin. Da hinten ist nochmal einer. Das Gelände ist auch besetzt. Wir sind nicht mehr drin. Vielleicht links rum? Ja. Müssen wir. Mindestens zwei Leute habe ich jetzt gesehen. Die müssen nach hinten weg. Ich stehe mal einen guten Schwung erstmal nach hinten. Da sind wir ganz am Ende oder so hoch. Anders kommen wir hier nicht mehr raus. Ja, oder nochmal zurück zum Boot, sagt er. Wir haben jetzt gleich einen Blick auf uns, ne? Ja, stimmt. Das steht halt auf uns. Da haben wir aber auch Spaß. Ja. Die sind aber doch, die sind noch dran. Shit. Ich wollte gerade sagen, vielleicht keine Sognaten schützen und dann habe ich dein Leben gesehen. Ja, nur einen Schuss. Naja. Das ist okay. Noch ein bisschen Rauch geschmissen, weil es zu viel wird. Ich weiß nicht, ob ich längst nicht überhaupt noch irgendwas gesehen habe. Okay, ich meine, so weit, so gut. Der erste Teil des Plans hat schon mal funktioniert. Trach er und traf den Typ, der mit der Schrotfläche in der Tür hoffte. Naja, hör bis auf. Ah, nochmal eine Rauchgranate. Das ist geil. Habt ihr noch genug Buffer und so ein Spaß alles? Ja, alles gut noch. Ich habe noch neun Koffer. Drei Koffer und drei Koffer. Müsst du mal ein Kofferchen haben? Drei Kofferchen. Ja. Warte. Ich habe auch fünf Koffer, kann auch mal eins so abgeben. Das habe ich sechs. Ich kann sogar nicht mehr alle mitnehmen. Ja. Obwohl ich nicht, ich gebe mir einen, dann nehme ich ihn mit. Das macht Sinn. Danke. Ja, ne? Mensch, braucht Bestätigung. Eben. Wenn man sonst nicht gelobt wird. Genau. Oh, oh. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler in der Runde. Ciao, Chili. Der. Das war ein böse Ende. Wir sollten vielleicht sogar eher mal Richtung Norden noch schauen. Da waren gerade noch Schüsse Richtung Brücke. Auto? Ich denke mal, die werden safe in unsere Richtung kommen. Guck dir mal nach dem Magazinchen hier, Toine. Das ist ein 8-fach wäre noch ganz geil. Moin rein, Madl. Moin, 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 moin. Dann ist die Spendanz drin. Ich sehe nichts laufen. Hm. Allzu weit können wir nicht gucken, aber... Was ist die Zone? Schwierig. Ah, noch ein Koffer. Eis. Immerhin die von der Küste müssen raus. Wollen wir runter schon oder wollt ihr die abfangen? Tja, ich will sie abfangen. Aber wir sollten wahrscheinlich runter. Wenigstens irgendwie zu den Häusern oder so, soll ich mal gucken. Also, wenn sie ein bisschen da sind. Die laufen jetzt unten. In unsere Richtung oder wohin? Ich sehe sie nicht. Nach hinten, also Richtung Süd, Südwest weg. Oh, die laufen an der Zonengrenze entlang. Vielleicht haben sie da noch ein Fahrzeug. Nee, nee, der eine ist schon ein gutes Stück weg. In unsere Richtung, rechts rum oder was? Nee, Süd. Da hinten, da hinten, Max. Okay, okay. Nee, nee, 195. Da war aber auch einer, auf jeden Fall. Okay. Oh, MK. Ich sehe, der sitzt hier. Hab bis jetzt noch nicht einmal getroffen. Ja, links haben wir Bäume davor. Einer hat einen Treffer. Man kommt gut voran. Wenn noch ein Meter weiter lauft, habt ihr... Der ist auf mich. Hat's jetzt jeder... Er ist... ...ensgal dreimal getroffen. Ich hab bei dir da unten. Kommt jetzt ein Drop runter. Auf der Karte fehlt das Häuschen. Ich dachte gerade, du stehst da mitten offen. Ich stehe mal offen. Das ist verdeckt. Durch meinen Dings. Das ist auf jeden Fall auf der Karte. Die, die geschossen haben, sind übrigens auch nicht mehr drin. Hab's ja alle einmal irgendwie einmal angeschossen. Mörser kommt zu euch. Nee. Ihr habt auf jeden Fall drin. Das ist innerhalb von der Base noch. Wie heißt's? Military Base. Das ist halt die Frage, ob wir die Straße überqueren müssen, ne? Ich würd's sagen, wir machen's... Ich würd's sagen, wir gehen sogar hier erstmal jetzt. Das Haus können wir nehmen. Renn dir, Yoshi. Wenn wir das Haus nehmen, dann müssen wir nicht mehr rüber, falls wir nochmal rüber müssen. Ja, ist alles schwer, aber ich würd's sagen, ja. Und, was hast du? MK. Sauber. Dann kannst du gleich die MK da oben abbalanden. Das ist sogar noch ein Drop. Oh Gott. Oh Gott. Die laufen. Wo? Wo? Moment. Unsereien. Dort. Hat sich in unsere Seite gedeckt. Zu uns. Einer wurde da nockelt. Wir sollten laufen. Laufen weiter nach links? Wir sollten auch laufen. Wir sind nicht drin. Der ist auch angehittet. Tut es. Das ist eigentliche Sache, Leute. Sonst ist das Arsch, Arsch. Wir sind offen Richtung Military Base, ne? Mhm. Ich hab keine Rauch mehr. Ich hab nur eine. Ich möcht's hier ungern jetzt raushauen. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt sind wir hier vorne. Die laufen wieder, die auf mich geschossen haben? Auto, hör ich. Rotter hat einen überfahren. Ich wurde angehittet. Von oben? Keine Ahnung. Die haben nämlich zwei Gleichzeit geschossen. Militär, wie die da oben. Wahrscheinlich oben. Erinnern Sie sich? Die hat auch direkt eine Kante, direkt hier. Im Süden, ne? Wo die dran können. Wenn die Zone zugeht, müsst's halbwegs gehen. Dann werden die eher rechts vor uns sein. Wir können die Kante halt... Oh, komm. Reicht. Zu uns. Ich seh den Rauch. Rauch. Nordosten. Das ist mir sicher wieder ein Horrorspiel geplant. Spätestens wenn er wieder ins Haus kommt, Tine. Wann kommt Scorn? Boah. Dieses Jahr. Auch irgendwann im Herbst, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob Scorn so richtig Horror ist. Ne, es sieht einfach nur richtig ekelig aus. Ich glaub auch. Es ist eher ein Ekelspiel. Ohne kommt. Denk an die Intons. Ich schau auch hauptsächlich zur Millibase. Ich würd an deren Stelle da auch nicht weggehen. So schicke Deckung. Wir hätten schön an der Kante entlang laufen. Mh. Wir müssen gleich abgammeln da vorne an der Spitze. Und da schießen wir schon. Wir sollten vielleicht gleich rechts hinter dem her. Mh. Wenn wir ziehen müssen, müssen wir auf jeden Fall in die Richtung. Dann ziehst du von hier aus noch nicht. Ja. Schreiner. Direkt hinter dir. Ja. 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 Wie sieht's aus? Noch nischt. Gar nix bisher. Witzigerweise mehr decken als gedacht. Am Baum schon versucht man das Kante zu lösen. Beide Bäume besetzt. Auf einen. Linker Baum ist nocked. Da unten mit uns steilen. Mal gelaufen. Ja. Oh Gott. Hat nen Headshot. Komisch. Ich muss jetzt ran. Geht nix. Die hat er uns. Keine Chance. Die sind sogar extra nach vorne gerückt. Selbst wenn er die kriegt, die anderen warten quasi direkt an der Zonengrenze. Die sind sogar extra nach vorne gerückt. Die sind sogar extra nach vorne gerückt. Die sind sogar extra nach vorne gerückt. Dünne Bäumchen. Rauschi Shilian. Da ist er. Kalisto-Protokoll spiele ich auf jeden Fall. Aber man muss heute auch erst mal rauskommen. Keine Kills gemacht. Ich habe es auch gerade gesehen. Wenn es dann rauskommt und nicht verschoben wird, dann werde ich es auf jeden Fall auch spielen. Aber mal hin. Wieder eine schöne Map. Bis auf den kleinen Ausrutscher irgendwann in der Mitte. Was auf jeden Fall deutlich angenehmer. Freude. Auf zu gelb. Am Anfang und am Ende von der Flugroute einmal in der weißen Zone. Moin auch Schadilli. Moin. Das dauert noch ein bisschen. Ja und wie gesagt, vor allen Dingen. Meine These ist, alles das, was verschoben wurde Richtung Herbst, wird rauskommen. Aber das, was ursprünglich im Herbst kommen sollte, wird verschoben auf Winter oder nächstes Jahr. Garantiert. Deswegen erst mal gucken. Und ich bilde mir ein. Ich hätte damals auch irgendwas zu Scorn schon gelesen, dass sie durchaus Probleme hatten, das Spiel fertig zu stellen. Da war irgendwas. Schon vor der Corona-Zeit. War das irgendwie schon mal. Hatten die eine ganze Menge schon irgendwie ready? Und dann gab es da irgendwie Probleme, das Spiel weiterzubauen. Also. Ich hoffe mal nicht. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Aber. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber so. Ab 2. Dezember finde ich sehr gut. Eine sehr gute Beschreibung da, Udo. Abgelesen, dass die Knights of the Old Republic Remake machen. Das ist nicht schlecht. Allerdings wurde auch so auf waschen. Ja, gut. Ich habe ja, ich habe es damals tatsächlich ja nicht gespielt. Leinus hat es gespielt. Ich habe es mir ein paar Mal bei ihm so ein bisschen angeguckt. Und es sah schon ziemlich cool aus. Aber ich hatte es halt selber nicht. Und dann ist es später nicht mehr wieder zugekommen. Direkt rechts neben uns. Sieht so aus, als nehmen sie unsere Seite. Zumindest ist es einer. Ich spring rüber. Ich spring zu den beiden Häusern hier. Ich nehme es rechte. Sind schon unten. Sind zu dritt. Oh ja, weißt du bei mir noch? Ich habe schon. Bin an der Mauer. Die schon oder? Nee, nee, ich. Oh ja. Allerdings nur eine Barrel ohne alles. Tommygun und Autoschrot. Micha muss den coolen Stuff holen. Und mitbringen. Ich sehe einen noch looten in dem Gebäude, in dem ich mal runtergehe. Sind sie noch gut aus? Ja, fast für ein Bait, dass sie relativ schnell rüberkommen. Ja, aber die haben ja gesehen, dass wir nur alleine hier waren. Ah. Wenn die genauso gut schauen wie wir immer, dann ist das eine gute Chance. Der wartet hinten raus aus meinem Haus. Ich will überlegen, ob ich zur Bushaltestelle gehe. Einer läuft links. Ich glaube, der hat einfach an der Ecke rumgestanden. Moin, Micha. WB. Ich gucke ein bisschen nach links. Zu dem, der zu den Gewächsweisern gelaufen ist. Der Eingelockte war wo, Yoshi? In deinem Haus. Echtes Blaues. Vorne. Der wird gerade geholt. Das waren drei, hast du da gesagt, ne? Ja. Er ist ziemlich selb. Da hätte ich eigentlich losrennen müssen. Ich sehe den nicht bei den Gewächsweisern. Es könnte auch sein, dass er schon irgendwo hinten rum... Ah, doch, jetzt nicht wieder. Er läuft. Ich bin gerade ein bisschen weggegangen. Hat einen Hit. Und der Sugar Daddy ist da dabei. Okay. Bin an der Bushalter. Jetzt ein Karabiner-UMP. Kein Helm. Wenn wir den rechts nochmal knocken könnten, dann würde ich ja echt... Ich würde gerne eigentlich rechts rüber... Der zeigt sich wieder an der Mauer rechts, Micha. Hier. Zehn. Ich sehe nur einen Arm. Uncool. Wo ist denn der da an der Mauer? Stack. Er läuft gerade zurück. Die werden von der Brücke aus angelaufen. Ich sehe mindestens einen. Naja, vielleicht... Vielleicht ist es der vierte, ne? Hm, ist der jetzt auch. Der läuft halt, die beiden unterhalb jetzt. Hm, ich hab mal Glück, mal versuchen. Nee, es sind zwei. Ist hier schon zweiten? Ja, aber die laufen vorbei. Das ist... Ist uncool. Immer noch einer im blauen Haus. Hm. Irgendwas müssen wir so langsam mal tun. Ich würde die fast pushen wollen. Ich könnte links rum versuchen, an die Halle zu laufen. Wenn sollten wir es... Egal, was ich tue, wir sollten es gleichzeitig... Moly-Kong. Von der Halle. Hinter der Halle ist es einer. Rechts oder links? Linke Halle ist einer. Wir müssen vorher... Ah, der ist einer drin. In der Halle. Hab ich gerade gesehen. Ich würde vorher einen knocken wollen. Links an eurer Halle. Nicht versehen. Hab einen. Okay, ich lauf los. Einer direkt vor mir. An der Halle. Zwei in der Halle. Hab einen. Nice. Ich hab die anderen Juts nicht mehr gesehen bisher. Die rennen auch Richtung Zone. Also vielleicht machen sie es auch auf die Art. Wir haben ein Auto im Vorgeländer. Auch mal. Hätte ich es gehabt? Hier wäre sogar nochmal ein Fahrrad. Feel free. Ich werfe dreifach raus. Dreifach. Gar nicht verkehrt. Ich hab noch ein Charlie AR und ein SL Magazin für euch. Charlie AR würde ich nehmen. Richtig raus. Hier ist noch ein Fahrrad. Jetzt haben wir schon mal zwei. Ein vier. Ja. Kannst du markieren? Ja, ich bleib dort sitzen. Hier ist auch gerade eine, Max. Nimm sie mit. Okay. Dann so. Ich hoffe auch, dass es zum Dezember klappt. Mit, mit. Keil ist ein Protokoll oder Scorn oder was auch immer. Aber wir werden sehen. Ja, die haben vier. Wollte ich ja noch holen. Ich hab keinen Rucksack mit. Deswegen. Challenge sagst du. War der Wagen in deine Richtung nicht am Vorgeländer oder bei uns hier? Also. Wenn du mal hochguckst, müsstest du es eigentlich sehen können direkt. Oh ja, okay. Hier ist ein SLR. Hier liegt eine Mini. Ja. Der mit dem Fahrrad kann das Auto mal holen. Ich weiß nicht, wer von euch gefahren ist. Ich bin gerade gefahren. Hier ist ein Spire-Rucksack. Ich hab das Auto markiert. Hier bei mir ist auch nochmal ein Auto. Das hole ich. Auch jemand ein Compia eher? Takt, äh, oder ein Gratner? Ziemlich alles noch. War die Mini im Haus oder in den Gewächsfäusern? Mini im Haus. Die müssen alles quasi noch ungelutet sein, weil ich keinen Platz mehr hatte. Das freut mich zu hören. Perfekt, perfekt, perfekt. Meins, 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 meins. Du musst das. Sechsfach kann ich anbieten. Ja. Ja, da gibt's Max schon. Gebrach auf der Katzberg. Also irgendein großes Visier würde ich auf jeden Fall gerne nehmen wollen. Sechsfach liegt. Diebner liegt. Ich hab nur fünf Verbände, sonst nichts. Ja, Max. Ach, hast du schon auslegt. Ich leg hier einen Koffer raus. Nochmal fünf Verbände und einen Schmerz, bitte. Ist so ziemlich die Hälfte von dem, was ich total habe. Ich glaube, so ziemlich das erste Mal, dass ich miterlebt habe, dass ein Team zu Fuß über die Brücke in die Zone geflogen ist. Die an Wasser, ne? Wir hatten es ja auch schon öfters gehabt, aber die sind an uns immer angegangen. Ja, genau. Entweder gehen sie halt direkt zum Gelände, aber wirklich einfach nur straight. Okay, ich renne irgendwie, also, ne? Einfach durchlaufen. Ich hatte einen ja auch mega geilen Stuff gehabt. Man wollte das nicht verlieren, die OMP. Mit einem leichtem Griff und so. Nix gegen die OMP. So, du magst ihn mit leichtem, oder? Ich könnte eher drauf tippen, da eine Rote oder eine Begradung nicht zu sehen. Das ist ja brückgestört mit dem Auto, oder? Hm, ich glaube nicht. Da läuft aber gar nicht einer. Ja, safe. Oh, ist besetzt. Ist besetzt. Ah, hier ist zu offen. Können wir nicht halt mit dir abfahren. Da vorne geht's wieder. Würde mich ja nicht wundern, wenn es sogar die waren, die vorhin gelaufen sind. Naja, man kann ja mal optimistisch sein. Das sieht geschlossen aus. AK hier, falls er will. AR-Magazin war ich noch. Na, optimistisch alles. Danklicher schafft Nein, 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 nein. Ich habe einen, ja. Oh, das ist Magazin? Bilergreit? Wie lag gerade eine UMP? Ich glaube sogar bei mir, oder? Ja, hier. Gehen wir wieder nach vorne, gucken ob die zu uns kommen. Hier ist noch mal ne Vase wegen dem wenigen Medi-Stuff, ne? Ja, hier ist noch mal ne Spritze. Ist hier nichts in der Straße kommen? Vielleicht laufen sie jetzt wieder rüber und auf der anderen Seite weiter. Du 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 duu. Geni-Streich. Irgendwie so, naja. Ist das mein. Au. Machen wir doch Xaros. Die sind über den Wald gelaufen. Ich hör die Schüsse, ich seh sie nicht. Brauchst du... Wo hier? ...noch einen Kompensator MP? Ja. Lege ich aus. Die waren an dem Stein liegen. Warte, warte. Da habe ich den getroffen. Hier ist ein Achter. Nice. Kannst du mitnehmen? Ja. Toi. Laufen hoch. Die sollten vielleicht irgendwie mitlaufen. Hier ist noch einer. Die sind noch ein bisschen gesplittet. Headshot. Brauch einen? Nee, ich habe einen wirklich. Du hast eingehört. Da sind zwei rum. Sind die red markiert oder was? Ja, ungefähr. Red markiert ist ein genockter. Pass auf, ich bin nach links oben schon weiter. Ich habe eigentlich keine schlechte Pose dafür. Einer rennt den Berg von rechts auf jeden Fall auch noch an. Ich könnte aber den Wagen nehmen, wir können weiterfahren, wenn er wollte. Das ist auch okay. Was sagt er? Ja, das ist erst Phase. Es ist erst Phase zwei. Ich dachte, wir wären schon bei drei, vier. Nee, nee. Noch nicht. Ich komme mal zu euch. Und noch Schweiß. Ich sehe. Nicht mehr. Nicht mehr. Max, brauchst du noch Fünfer? Immer. Ein bisschen was mitgesammelt. Eis. Was war? Ich steckst ins Auto. Ich auch ganz kurz gehört. Ja, wir können. Wir können los. Oh. Da ist Dacke zwei. Ja, das ist deine Glückszahl. Hier ein anderes. Beide, beide Panzerplätze wurden aufgenommen. Da wir außerhalb sind. Weiß nicht, was die gleich bekommen. Vonne, siehst du? Ich schätze mal, er wird zu seinem Team springen. Deswegen fahre ich da mal nicht direkt hin. Und zurück, Schwanz, das war das. Oh, links, links, links. Was ist vor? Ich dachte, der ist, der trägt jemand ein. Das war ganz komisch aufs Rade. Mit der Wolke noch dazu. Nein, ich höre so nachfahren. Sehr, sehr. Nein, der ist recht. Ja. Rechte in den nächsten Baum. Ist leergeschossen. Die hier ist Möchtler. Der hat uns weggezwiebelt. Was hat denn im Tauen? Hast du eine Rauch für uns? Auch liegt, Max. Ja, habe ich. Unglück, habe ich noch eine Sanitarsche. Ich wollte unser Auto noch schnell sichern. Wenn der Frau zurückkommt. Wieder genockt. 325. Ich bin. Er hat sich hingelegt. Ich habe was getan. Okay. Okay. Ist jetzt hier erstmal nichts, oder? Keine Ahnung. Aber wir sollten so oder so gucken, dass wir hier irgendwie weiter reinkommen. Sieht unser Auto noch? Weiß nicht. Drops auf Süden. Im Fluss. Wir müssen hier weg. Das ist brutal hier. Ja, wir müssen hier weg. Gelände auf 70 Grad. Auto kommt über die Brücke. Achtung. Richtung Brücke hätten wir nochmal ein Auto. Vielleicht kriegen wir das. Ich laufe Richtung 160 jetzt erstmal hier. Hat ja nichts. Das Auto kriegen wir vielleicht. Aber dahinter war ja der, auf den wir geschossen haben. Ich ja, ne? Den habe ich. Hab das hier mal. Da hinten den habe ich. Achso, nur dann. Ich habe ihn halt zweimal genockt. Ich bin mir nicht sicher, ob er zwei Self-Revive-Kids hatte. Weil ich habe aber auch nur einen gesehen. I try. Oh, bin direkt hinter dir. Also jetzt am Auto. Das ist gut. Und endlich Moni wäre geil. Bis dann geh. Nie wieder nachladen. Das war ja schon mal knapp. Vor allen Dingen noch eine Wege Buffer. Brauchst du da hast? Ab. Das ist gut. Ich habe nämlich keine mehr. Auto kommt direkt auf uns zu. Oh Gott. Kann ich nicht halten. Ich fahre weiter. Ich will schießen. Oh, da steht noch einer. An dem müssen wir Vollstück vorbeigefahren sein. Wie geil. Da fahren wir noch noch Schüsse zu. Da ist ein Auto dran. Da können wir auch nichts rein. Ich kann nie wieder anhalt. Ich sag's euch. Jetzt. Wenn wir in die Richtung gehen. Auch ein Auto. 325. Da steht noch einer. War rein. War es das? Ne. Ne, ne. Ich habe mal durchgezogen. Ich muss mich heilen. Ich sehe ja sonst keinen hier. Ich freue mich. Ich bin mir die Star. Ist mit Sicherheit noch drin. Ist hier kein Set Revive Kit. Aber wenn er es nimmt. Glaube ich. Kann sein, dass es despawnt. Ich lege hier Buffer raus nochmal. Ich brauche das Achter Visier noch. Wenn es geht. Da liegt auch eine Kalle. Oh. Hier liegt noch eins drin. Ich kann es aber auch rauslegen. Ich glaube hier dran. Ne. So hoch wie die Yoshi-Stadt muss man rechts noch sein, Micha. Ja, die stehen da auch. Alle anderen Ridge hier. Die liegen da auch. Sind zu zwei oder zu dritt liegen da rum. Direkt mit einer Ridge. Wir hinter uns werden angelaufen. Zwei Leute. Versuch zu flankieren. Boah. Links der Stein. Links der Stein. Hallo. Fuck. No, fight Keine Westermeer Hier ist irgendwo das dicke MG drin. Ja, zwei nur. Ah, sind fünf dann. Ich hab keinen Investor mehr. Wir haben noch unser Auto. Ich kann noch mal das Auto nehmen, ja. Ah, da kam jetzt viel zusammen. Ich hab nur noch 35 Schuss für meine Umfüte. Danach bin ich leer. Oh Gott, das ist besetzt, Scheiße. Was ist hier nicht besetzt? Linke Seite vom Feld? Oder so. Erstmal kurz zur Ruhe kommen. Das nächste Ding. Die Optika 2. Zum Phänomenik kann ich ja sogar geben. Ich hab Fünfer vom... Brauchst du das Achter noch? Äh, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich da auf einmal in deinem Inventar entdeck. Das Gelände hinter uns ist nicht mehr drin. Ich hab 200 Schuss, Fünfer. Aber... Kannst ruhig erstmal die Hände noch verhalten. Hm? Muss nicht hier in den Bäumen sein. Was ist mit dem Gelände auf 120? Wie ist der nicht? Au! Wo kommt das denn jetzt her? Jetzt noch mal eine zweite Gaste. Die von oben müssen zu uns runter. Vielleicht gibt's auch noch mal eine Weste. Hast du mir zu zweit hinter das Wittchen? Äh... Ja. Hi. Moin. Ich hab exakt eine Rauch. Wenn wir jemals normal weg müssen, wird's eklig. Ich hab auch noch eine. Moin Rein gehauen. Wir müssen von wo aus der Stadt, die mich bestreiten hat. Wir müssen von wo aus der Stadt, die mich bestreiten hat. Wir werden hier wahrscheinlich rumgehen. Los. C ein. Und nach über uns kommen Jobs runter. Dreierhelm. Na da. Und nach über uns kommen Jobs runter. Das ist nicht verkehrt. Die bringen uns noch mal ein bisschen Deckung. Und Loot? Ich hab noch eine Zonengranate. Kann ich auch noch. Oh. Einen Stein? Siehste? Oh, die aus der Stadt müssen alle raus. Mhm. So viel kann es nicht mehr sein, ne? So. Zwei. Einer läuft nach links. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir sie gleich in unserer Flanke. Nur so fast wieder reingehen. So doof wie es da ist. Ich glaub hier draußen ist Arsch Arsch. Ich glaub hier draußen ist Arsch Arsch. Ich geb mir meinen letzten Buffer. Noch drei Energy. Tja. Könnte auch spekulieren, dass man uns hier einfach nicht sieht. Genau hier stehen bleiben. Könnten halt über die Häuser links in das Gelände auf Osten irgendwie zirkeln. Panzer. Ja. Versucht hier oben zum Fahren. Hier oben guckt. An. Auf Westen. Ja. Jetzt sehste. Wenn wir rechts hoch hinter die äh. Scheiße. Wir genockt. Laufen die? Ich seh's nicht. Laufst du nicht? Dann kannst du es nicht sehen. Kannst du noch eine rauchschmeißen? Oh. Ja. Da wo die meine Feuerwehr landen. Wir müssen uns nach links decken. Nach links. Sie kommen. Oh. Oh. Wir haben noch ein Team, was Richtung Süd-Süd-West rumgelaufen ist. Ja. Tada. Das waren die. Team Rang 3. Es gab noch zwei Teams? Die vom Panzer und die, die rechts rumgelaufen sind. Die ich mal hatte. Das waren aber nur noch zwei Leute, oder? Ich hab nämlich noch gesehen, wie sie rumgelatscht sind. Die haben noch einen an die Zone verloren. Die sind super spät gelaufen. Und die von einem Panzer wahrscheinlich noch. Eieieiei. Rade. Schicke Runde. Wie so ein bisschen... So ein bisschen kuriose Runde, so alles in allem. Das ist auch kalt. Bis gleich. Ich muss sagen, persönlich freu ich mich ja mit fast am meisten. auf Company of Heroes 3. Auf die Kampagne. Wenn sie die richtig gebaut haben, also dann könnte das, dass wirklich mit eines der geilsten Strategiespiele werden seit Jahren. Also wirklich, wenn die da die richtig coole Funktion und halt Coop-Kampagne, ne, mit einer großen Weltmap und allem drum zusätzlicher zu den Echtzeitschlachten, das halt mit richtig guten Funktionen drauf ausgerüstet, könnte richtig, richtig geil sein. Das könnte so ein Spiel dann vom Niveau von von, ne, Total Warhammer 2 oder sowas dann werden. Ja, man gespannt. Wird natürlich nicht so eine Tiefe haben. Ne, wahrscheinlich nicht, aber wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es halt auch durchaus eine Kampagne ist, die vielleicht ein bisschen kürzer ist alles in allem oder sowas, aber ich meine, ich habe es in der einen Beta ja schon gespielt, das ist schon nicht so verkehrt und da war es noch relativ, also da gab es ja noch fast keinen Content, da gab es ja zum Teil bei fast allen Einheiten ja noch irgendwelche Platzhalter und so einen Spaß. Da. Bewe. Bewe. Also, Rompony könnte ein richtig Ja sein. Ich freue mich tierisch, ob die Kampagne dazu kommt. Das wird, glaube ich, ziemlich und da will ich ein bisschen Ich freue mich. Ich freue mich. Oh, ja. Achso, dann springe ich zu Buggy. Oh, oh, zu Buggy springt jemand. Ja, ist früher da. Das Gelände ist auch besetzt, Max, glaube ich. Die springen zum Gelände? Nee, der springt zu Buggy. Ich bin tot. Würde ich dich abholen? Ja, ja. Ich bin ultra tot. Ich bin sowas von tot. Ich muss dich sehr stark beeilen. Danke. Schafft? Ja, ja, ja. Der andere kommt schon mit einer Waffe. Also insofern. Vielleicht zu mich heranwollen und erst mal looten. Achso, das geht. Wir gehören zusammen und einer hat schon eine Waffe. Deswegen muss ich erstmal gucken, dass wir eine schnelle Waffe bekommen. Das können wir uns 8 outplayen. Das will ja keiner. Alter, dieser ganze Raum ist einfach leer. Sauber. Ich hab ein bisschen was. So weit können wir auch schon wieder weiter. Wenn wir zumindest jetzt erstmal nicht raschen. Ich bin auch noch am Gelände. Kann ich nehmen wir wieder den Wagen? Ja, könnte mich auch freuen. Ah, unser Kleiner ist auch noch drin. Nice. Ja, das war mega knapp. Die haben mit zwei Autos versucht, mich zu überfahren, ne? Ich bin einfach nur reingelast. Ja, war ja auch perfekt. Also, das hat's genau getroffen. Die gute Neuner, Moni. Nee. Ah, ich klemmte zwischen den beiden Fahrzeugen fest. Ah, Teiltüren. Frechheit. Hier ist nochmal ein 2-M drin, wenn du da bist. Ja, ich hab noch keinen, aber ich bin bestimmt ein. Und ein M24 wäre hier auch noch. UMP? Da steht ja einer auf UMP hier in der Runde, hab ich gehört. Richtig. Hauptsache, ich hab jetzt gerade eben nicht schön die ACP verballert. Ah, da finden wir schon noch ein bisschen was. Ich hab mal eigene UMP. Hier liegt eine M4. Kann ich vielleicht bei nächster Gelegenheit mir mal genauer angucken, diese M4. Moin, In-Street. Vielleicht. Aber ich schau noch mal, was ich hände weiter. MK, okay. Wo würde ich mitnehmen? Hier ist eine Mini. Brauchst du sie? Schon. Willst du mir die M4 mitbringen? Nee, ich bring dir eine M249 mit. Oh, noch besser. Hier wäre noch eine Mini. Ich steig immer noch nicht so ganz durch, was du alles spielst. Ja, fast alles, ne? Warte an, ich bring dir mal eine K2 mit. Die hab ich gerade weggelegt. Sorry. Aber gleich passt. Hm, der wäre hier immer besser. Hab ich das geschafft? Nee. Ich auch nicht. Abgelegen, der Dämpfer? SR? Nee, die, ähm, MP. Achso. Ja, In-Street. Wir haben im Discord extra einen Raum dafür, wenn du mal einen Spieler sucht und so weiter. Da kannst du mal gucken. Da ist ja schon so ein, zwei Leute aus der Community gibt, die auch PUBG spielen. Kann das durchaus immer mal wieder vorkommen. Was du da auch jemanden findest, ist nicht so unwahrscheinlich. Okay. Ich bräuchte noch ein AR-Magazin. Hm, ich auch noch. Oh, Bob. Das sieht doch schon mal schick aus. 75 Kugeln, das ist einfach viel zu wenig. Ja, ich hab eins. Und mein Grabengriff. Erstmal wieder, äh, das ist Inventar leer. Jep. Ich bräuchte noch so ziemlich alles untenrum. Das klang. Selbst für deine Verhältnisse sehr gruselig gerade. Ja, weil mir beim Erzählen das aufgefallen ist. Ja. Ich tausche sechs gegen vierfach. Rett dort jemand? No. Rett dort, Rett dort. Ruppi, du müsstest, äh, das dein, wenn ich's, wenn ich's noch richtig in Erinnerung habe, müsstest du dein Abonnement geschenkt bekommen haben von Chater. Du verlängern kannst das über die, über dieses Dollar-Symbol, was du unter dem Chat hast. Da sind all die Möglichkeiten auch mit der Mitgliedschaft und irgendwas allem noch mit dran. Da wirst du komplettikus grandos für nüch. Für... Fündikus. Fündikus. Hier ist jemand drin. Da steht noch ein Auto dran. Ja? Das hier? Schieß gleich, wenn der, bis ich stille stehe, oder ins Auto einsteigen magst, ne? Mhm. Du hast einen Karabiner, ne? Ja, ja. Oder sowas. Warte grad, hä, wo steht denn da ein Auto? Ist das von uns? Ist der, bist du da hingerollt? Hm, dann gehst du zum Baum nochmal. Ja, geht's zum Auto? Ich weiß auch gar nicht. Zu früh. Wo ist der Spieler? Der ist jetzt hier hinter. Hey. War das der? Ja. Ja. Ich versuche zu umlaufen. Aber ich schätze mal, würde bald dann auch ein kleines Teamchen mit dazu kommen. Stutu. Also ich hab ihn nie, oder nicht mal gesehen seitdem. Doch, jetzt wieder. Was ist noch dahinter? Kann es sein, dass er mich auch gesehen hat? Diek links. Die komische Müllsäcke in dem Ding da drinnen. Mit dem Kopf oder sowas. Mist. Das war sehr knapp schon am Anfang. Das sind T-Bots. Erst wenn das Abo abgelaufen ist, kann sein, dass da automatisch irgendwas kommt. Boah, das weiß ich nicht. Ja, prinzipiell, wenn du halt einen Unterstützer-Status machen willst, siehst du das dort alles da unten. Ich hab mir den gerade mal mit rausgelegt. Ja, sehr gut. Oh, wir heimschießen. Ja. Hier ist noch Fünfer drin, da. Und noch ein bisschen früher würdest du Rechner nehmen. Ah, ja, ist er. Auch nichts. Das ist halt auch hier bei ein bisschen nicht Dover, ne? Im Vergleich auch da ist Twitch wieder ein gutes Stück weiter. Bei Twitch siehst du nämlich, wer dir das Abonnement geschenkt hat. Selbst wenn du auch nicht gerade zu dem Zeitpunkt live mit dabei bist. Siehst du das? Das ist schon ziemlich cool. Ich bin doch zur Brücke, ne? Die ist noch zonenmäßig drin. Der kam ja von rechts. Also, der Flieger, mein ich jetzt. Also, Paradise ist nix hin. Das hab ich gesehen. Bei mir steht auch nur Supersticker und Superchat. Mir steht das auch nur so. Aber irgendwie muss das ergeben. Heute sind ja noch ein paar Leute. Unterstützer geworden. Also, insofern. Ja, guck mal, wenn es... Ich hab den Chat gerade ausgeklappt und da seh ich tatsächlich gar kein Dollarzeichen. Ist ja mal besser. Vielleicht ist es noch da. Und Mitgliedschaft. Aber es müsste, glaube ich, sogar in der Videobeschreibung vielleicht sogar einen Link geben. Der hat nur ursprünglich mal auf den Markt gestellt. Aber vielleicht, das kann auch sein, das kann auch sein, das Baurecht hat und wenn die quasi ausläuft, du deine Benachrichtigung bekommst oder sowas von wegen, dass du vielleicht von denen gewiss. Das kann es auch sein. Aber wie gesagt, also, so oder so, bleibst dabei. Kein Stress machen. Also, wenn du es jetzt nicht findest, dann lass gut sein. Irgendwann, früher oder später, wird sich das schon klären und dann... Der ist wahrscheinlich, den wir erwischt haben, weggegangen, weil, weil, ne, sein Team wieder nachrücken wollte. Der steht unter dem Kanalnamen, neben Abonnieren steht Mitglied werden. Die ändern ihre Oberflächen und, was du irgendwie machen kannst, häufiger als ich meinen Wochenplan. Quark, die These. Nein! Das hätte so schön werden können. Aber danke, Nicodemus. Ja, so, also, äh, uns das hat sich geklärt. So, schnell geht's. Gute alte Schwarmintelligenz. Ja. Schön zu. Moin auch, vor Ort. Wo ist das hier so ruhig? Warte mal. Es könnte sein, dass die, die Fallschirmeleutze hier in das Gelände reinspringen. Das ist nämlich perfekt. Dazu. Auto. Auto. Tschüss. Nee. Nicht so wirklich. Na gut. Schade, schade. Braucht ihr noch irgendwas? Nö. Nur noch ein Ei. Einmal ganz sicher. Ja, ein paar Kleinigkeiten brauch ich schon, aber. Ja, ist schon als Erste. Auto kommt? Auto, ja. Lässt sich drumherum rollen. Er hat geblutet mehrmals. Oh, ja. Ich glaube, Max vorfühlen wir wohl nicht. Es geht. Noch habe ich einen vollen. Ich sehe es 50 Grad am Stein. Hat angehalten. Wundert mich nicht. Sollen wir den eins geeizt haben? Ich habe nur einen gesehen, tatsächlich. Was? Kann ich gar nicht sein. So, wie der Blut gespritzt ist. Ja, vielleicht waren es. Ich habe einen wegrennen gesehen. Keine Ahnung. Viel habe ich aber auch nicht gesehen. Ich würde nicht sagen, voll besetzt. Und ein Magazin. Nice. Ey, wo ist der Stein? Könnt ihr den mal markieren? Aber von hier unten sehe ich ihn glaube ich nicht. Der ist, glaube ich, weitergefahren, oder? Ich habe heute nochmal ein Auto, glaube ich, gesehen. Schuss auf mich. 35 Grad irgendwo. 25. Menge Bäume davon. Ah, jetzt sehe ich den Wagen. So, aber die Schüsse waren von viel weiter links. Ja, 25 Grad. Markieren wir den Stein, bitte. Ist kein Stein. Da, wo er ist. Ich habe nicht. Okay, ich komme gleich. Ich habe gerade einen Bug. Wo ist's? Ich konnte das Magazin nicht durchschladen. So, ich komme mal. Ah, jetzt sehe ich ihn. Kann es sogar sein, dass er zum Auto geht. Irgendwo da hinten. Auto kommt. Hinter uns, Max, Süden. Ich komme zurück. Wird uns anfangen. Ja, safe. Aus dem Norden auch, ne? Moment, Moment, Moment. Auch ein bisschen Ton. Ich werde, glaube ich, weiter, weil... Berecht nach uns dran. Bei Max. Eine Menge sind down. Alle geleached. Das gibt's doch nicht. Oh, nächstes Team. Der eine war der, der mich genockt hat. Ohne Treffer. Aber der eine war... Aber die waren, ne? Nicht instant, also. Vielleicht hat einer an den Zeug, wenn man geht. Naja, schätze mal. Der eine versucht uns rechts zu umlaufen, Richtung Nordwesten. An der Hügel, an der Kante oben. Oh, langsam. Jetzt brauche ich wirklich langsam. Fünfer unten. Hat einen Hit. Oben eingenockt. Schön. Dort. Wo? Ah. Markiert. Ja, perfekt. Ich renne ihn an. Oben hat einen Hit. 310. Komm mit, Max. Der ist schon wieder oben. Ich glaube, weiter links schon. Das sieht passt so aus. Dann der, der noch rechts rumgerannt ist. Den müssen wir irgendwo nochmal sehen. Ohne. Ohne. Tja. Wir müssen wahrscheinlich sogar nochmal fahren. Was mit deren Auto? War doch einiges. Und auf jeden Fall einen neuen Helm. Einmal noch vier Punkte. Sind die Crates bei euch safe? Nee, aber keine Ahnung. Nee, aber keine Ahnung. In dem Baum. Wieso? Bist du angehittet? An allen dreien Bäumen seh ich einen. Ich hab mich hier reinbekommen. Ja. Drei verschiedene. Leider keine, keine Rauch mehr. Eingenockt. Ausgenommen. Versuche jetzt zu flankieren. Muss mich heilen. Was du dir jetzt nach oben machst. Ja. Okay, ich bin eingetroffen. Vorne wird richtig wehtun. Wir sind am schnellen Ende. Einen schon. Soll ich aber einen einsammeln? Ich renne. Pass auf. Zwischen euch und mir. Fast Luftlinie. Muss noch der zweite Dude sein. Der letzte. Ist den hier? Fahr zu mich ja. Musst mich ja abholen. Wenn der jetzt nicht läuft, dann kommt der nicht rechtzeitig in die Zone rein. Fahr rein in die Zone. Dann muss er ja mal nachkommen. Reiße, Schüsse hinter mir. Das war ein ganzes Team noch mal hinter mir. Spielbereich. War das deiner, Micha? Kann ich ja nicht sagen. Nein, der ist tot. Der ist tot. Zehn Karte. Was denn? Oh, ich bin ja drinnen. Geist. Oh, Max, die ist gemörsert. Ne, ne. Gemörsert zu dem Stein hier. Ein paar geleached. Sieht so aus, als wenn er leben würde, aber macht er nicht. Ich kann das Auto noch holen, Max. Ja, müssen wir Auto holen und das Ding in der Zone anfahren. Ja, müssen wir. Das Auto ist kaputt, hier, wenn es nicht steht. Das geht nicht. Kannst du nicht nehmen. Das Auto kannst du nicht nehmen. Da bist du. Ach, die haben es kaputt geschossen. Ich renne los. Tschüss. Renn, 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 renn. Es wird richtig schön offen. Ja, aber der muss selber rennen, da links. Ja, das hat nichts zu heißen. Der ist auch ganz links noch in der Awe. Oh, Mann. Bei mir ist Arsch. Wo ist der denn, wenn er die ganze Zeit von links geschossen hat? Das gibt es doch nicht. Pass auf, mir die rechts, die auf mich geschossen haben, die müssen rechts bei euch auch noch rein. Oh, scheiße. Hm. Man sieht sie sogar schon. Wie gesagt, rechts von euch Zonengrenze muss noch was sein. Oh, scheiße. Seh mich nicht, seh mich nicht, seh mich nicht. Oh, Gott. Schmeiß die Nate. Ergiss dich noch? Ja. 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 Wenn sie aufs Haus gehen, ist das scheiße. Ja. 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 Noch einer. Mhm. Wieder hinlegen ins Kippusch. Das hätte ich auch nicht mehr. Unten am Fenster war ich vorne einer. Was selber hochgehen aufs Dach. Was ist der denn? Ja nice. Warte, der liegt am Tisch. Rechts noch nie. Ich will mich besuchen. Noch einer und der bei dir. Hat der ein Dings oder gehört dazu? Der hört den eh nicht hochrollen. Der sagt dir nur wo du bist Micha. Ja. 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 Nice. Nice. Easy. Granatnagel. Ja, weil wenn man nach rechts und links dacht, komm wirst du mal, tickerst die nicht, wirst du einmal zwei nur nach rechts und nach links. Mhm. Mhm. Und noch geschossen. Perfekte Kombination. Nice, nice, nice. Aber man ging das ab zwischendurch. Als das Auto bei euch gehalten hat, als ich zurück hochgekommen bin, da war das MG wieder göttlich. Haben mich hingelegt und zerschießt einfach alles. Alles. Einfach rein, 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 rein. Auf alles geschossen, was sich ansatzweise nur bewegt und plunks, 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 plunks. Ich hab im Haus gestanden und das durchs Fenster beobachtet, wie die nach und nach erst in dem wir am Auto stand und dann hingefallen sind. Das war ja... Wir haben ja alle drei Kills gelitscht, ne? Die Säcke. Okay. Alle drei Kills? Hm. Die vom... Die Auto tut's. Achso. Die an den Schrank gefahren sind. Ah, okay. Drei? Ich glaub das haben wir ver... Ja. Du hast drei aus dem Auto, vor dem Auto, oder ist okay? Ja. Okay. Ich dachte, ich hätte da ganz viele gekillt mit dem MG, siehst du mal. Eigentlich nicht. Achso. Das ist nur ja gut, dann doch nicht. Achso, wie meintest du auch? Jaja, das Auto, was rangefahren ist. Da sind so viele Autos rangefahren. Hattest du da auch schon das MG? Ja. So gut, dann... Auf jeden Fall wurden die extrem zusammengeprügelt, also... Deswegen konnte ich ja fast unterbrochen immer vorbeischauen und schießen und schießen und schießen. Mhm. Ja, so oder so. Das sah auf meiner Perspektive einfach mega herrlich aus, wie die Eifel nur zusammengeprügelt wurden. Wären die oben nicht gewesen. Aber die haben wir ja im Endeffekt ja auch noch bekommen. Ja. Ich find's auch geil, dass der, der dann noch außerhalb der Zone war, dich zwar noch genockt hat, aber selber in der Zone dann gestorben ist und du sogar noch reingekommen bist. Mhm. Ich hatte ein Self-Ride-Kit, hab mir dann mal zu ein, zwei Verbände gegeben. Und kam dann wunderbar mit rein. Mhm. Das war... Das ist schon nice. Ich glaub, der ist nicht an der Zone gestorben. Der wird erschossen. Der lag nämlich in der Zone tot. Okay. Also ich hatte links ja noch mal hart geliecht dann welche. Und bei mir waren ja auch welche. Ich war ja ein bisschen weiter links von euch. Dann hab ich die ganze Zeit mal schon noch geachtet, ob der da dann irgendwie noch mit reinkommt. Aber da haben sich auch noch mal drei Teams, so müssen es jetzt gleich gewesen sein, bekämpft. Das war richtig schön. Der erste genockte, bums, während die noch gekämpft haben, einfach rausgesnackt. Dann der zweite genockte, der da rum noch, bums, auch rausgesnackt. Und die währenddessen haben die die ganze Zeit weitergekämpft. Das war so schön. Nur ein Zweierwagen, ne? Ich glaub, hier oben ist ein Moped. Unter dir ja, an der T-Kreuzung. Yoshi? Ja, ich geh aber doch schon momentan. Ich hab'n Buggy. Nice. Das war schon geil. Wundermann hätte er im Laufen. Das war auch schön. Der letzte, der dann den, den am, von letzten Form, den Beuys am Stein getötet hat, dann ranrennen wollte zum Looten, den hab ich dann auch noch weggeschossen. Das war schön. Das hat gut getan. Das glaub ich dir. Aber das im Auto, das, das muss ich mir eigentlich sogar fast im Nachhinein nochmal anschauen. Das war, das war so schön. Einmal mit der Kamera so direkt davor, ne? Ja. Bin ich mal gespannt, ob ich, wer die jetzt erwischt hat, weil ich hatte das Gefühl, 3G erwischt zu haben, ne? Kannst du nochmal angucken. Ich hatte auch das Gefühl, ich hab die gut getroffen, ne? Aber es ging eh so schnell dann plötzlich alles. War nicht oben noch da. Ich hatte nicht die perfekte Posi. Ich hab nämlich zum Teil durch die Grasnaht geschossen. Deswegen, ich hab immer da, wo irgendwie so etwas ansatzweise bewegt hat, draufgehalten, 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 draufgehalten. Aber ein bisschen was ist schon, damit auch, ne? Einfach so. Und Flieger? Ist du da hingekommen, Yoshi? Wieso? Ist er ja irgendwie wieder hier abgehört zum Offroad? Ja. Ich bin da schon. Geh. Muss man ausnutzen. Warum? Jetzt doppelt so schnell. Jetzt 300 kmh. Das wär cool. Gut. Ich glaub, einer von uns luscht einfach El Azar. Ja. Ja, vielleicht fahr ich nochmal zurück. Eieieiei. Ich sag schon mal Jackpot. So, machen wir's. Erstmal direkt ein Shally ist er gefunden. Oh, wir sind schon welche. Wir sind ja recht gut, aber schnell die Kussgefahr, ne? Sauschnell, sag ich dir. Schnellsten. Oh, ein Raum, M416 und Mini. Na, ist gut. Wir haben nämlich eine Mini dabei gespielt. Ich war dann wieder. Ja, ich kann's ja echt so ein paar Geländer an dieser Straße looten. Ich glaub, das macht Sinn. Ja, ja, bin schon dabei. Hast du grad gesagt, ja, mach ich. Ja. Ja. Alles andere war doch gar keinen Sinn. Schon. Sechsfach? Ja, würd' ich nehmen. Nehmen wir nur ein Dreifacher aktuell abgeben. Ich hab'n Vierfach. Ich hab'n Achtfach noch gefunden grade. Joi, 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 joi. So, gut. Wie sieht's denn bei dir so wie sie mäßig aus, da hinten? Ich hab'n Holo. Ne, gar nicht'n Roten. Also ich, dann kann ich das in Sechs und Vierfach wegwerfen. Sehr gut. Challenge. Hm. Brauch ich mal noch ein AR-Magazin? Jo. Ja, theoretisch noch. SR-Magazin? Theoretisch noch, ja. Wagenpolster? Nein. Brauch kein SR-Magazin mehr? Joa. Charabiner? Hab'n schon. Hast du schon? Ja, ich hab'n momentan noch M16 und Mini, also... Oh, du fährst doch noch mal hoch. Ich kann das alleine. Aber warte mal, dann schmeiß'n wir das SR-Magazin raus und nur noch ein zweites AR mit für euch. Dann müsste das ja eher passen. Ja, ich denk'n wir mal, dass ich das ja auch noch finden werde. Ja. Joa. Ich denk' auch. Jetzt ist der Loot eigentlich ganz angenehm. Kann mir nicht beschweren. Moin Mark. Ah, moin Moins. Ja, wir können zurück. Siehste, so schnell ist es. Okay. Okay. Ich seh' schon. Nein. 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 Ja. Ah, leicht. Typischer PUBG-Loot wieder. Das geilste Zeug überhaupt. Von allem richtig ordentlich was dabei. Ich hab' auch wieder 6 Buffer plus 7 Buffer. 3er Rucksack. Er gibt. Alles. Aber kein Rucksack. 6 Buffer und 7 Buffer. Treiben's hin. Minus 2 Verbände. Aber kein Koffer. 8 Buffer-Spritze. Kein Koffer. Ich hab' 8 Buffer und kein Koffer. Schally SR. 8-fach Karabiner. Ich hab' übrigens ein 8-fach gefunden. Alles. Dann schmeiß' ich das jetzt. Willst du lieber ein 6-fach oder ein 8-fach haben? Josch. 6. 11 Buffer und ne Spritze. Und kein Koffer. 12. Ich nehm' auch mal einen 3er Rucksack. Ich mein' wir sind fast in der Zone. Ich müsste ja hinkommen. Erste Koffer gefunden. Yay. Ich hab' auch einen Koffer. Bin mal gespannt. Wie viel ich insgesamt noch mitnehmen kann, bis es soweit ist. Einer Koffer? Oh, ich hab' auch einen Koffer. Na gut. Einen. Nice. Ist aber fast drin. Hm. Was ist denn hier los? Hm. Deswegen hab' ich mir einen 3er Rucksack genommen. Statt. Den 2er Dingens. Ja, ich brauch' auch einen 3er Rucksack. Aber nur in der Hoffnung, dass ich irgendwo noch einen MG finde. Ich hab' ja noch ein bisschen extra Money mitnehmen. Auch kein Magazin mehr? Josch, die brauchst du zwei? Nee, ich brauch' auch keins mehr. Sauber. Bompi AR? Nope. Ja. 3er wärst du 3er Rucksack? Hier über meinen Marker. Magenpolster? Nein. Eigentlich gar nichts mehr. Außer ein taktisches und ein... ...ein Höhle. 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 Ja. Pack' da einfach einen Holo drauf oder so. Und dann machen wir einen 1, 2... Ja, wenn ich's wieder finde. Im Zweifel geht das 3er auch erstmal klar. Charlie AR jemand? Joa. Klar. Mach' mich mit. Ich glaub' ich mach mich so langsam mal auf'n Weg. Joa, ich hab' so gute Zeug. Ich werd' auch jetzt langsam aber sicherer mich mal auf'n Rückweg begeben. Du hast ja dein Fahrzeug noch, ne? Ich? Vielleicht. Sag' ich's dir nicht. Bleibt ein Geheimnis. Ich bin damit weggetragen. Dann ist es vielleicht doch kein Geheimnis. Aber ich hab' noch ein, zwei Spawns hier vorne und die Zone ist super langsam. Also ich... Der kann hier wahrscheinlich auch selbst wegrennen. Naja. Brauch' ich doch mal ein neues Fahrzeug. Ja, ich schau' mir gleich vorne links. Hier sind echt ein paar Spawns. Ja, fahr' mal durch. Naja, ich bin jetzt bei dir. Ja. Ich guck' nach dem Auto. Mhm. Polo hab' ich. Polo hast' ne? Polo, ist der Quad am Ende, wenn du weiter grad' ausfährst? Ja, dann können wir auch bei dem zweier bleiben. Das müsste doch erstmal gehen. Joa, komm' mal. Er hat noch genügend Benzin für da runter. Charlie? Ja. 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 Ja, du hast' mal gebraucht. Ja. 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 von 12 zu 12 ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, so alles. So auf die Schnelle. Aber auf Dauer kann ich mir das durchaus vorstellen. So. Wo ist dein Fahrzeug hier? Hast du noch? Ich muss ein bisschen sparen. Wollte gerade einen Reifflutzer schießen, dachte ich, kann ja mit uns mitfahren. Oh, da vorne. Lach. Lach, kach. Schottename. Ist da sogar noch ein bisschen was drin? Für den nächsten. Er ist aber eigentlich ein bisschen weiter rechts rein. Er fährt jetzt ja niemals aus der Zone raus. Guck mal, da ist doch unsere halbwegs Lieblingsstelle mit dabei. Hier geht's gut, Kevin. Ja, und dir auch. Ach so. Spiel. Das geben auch noch ordentlich welche. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich würde davon sehen. Aber wir haben ja anscheinend relativ großes Glück, hier und da die Bots und die Servers zu treffen. Vielleicht ist das ja auch das mal wieder so. Und? Weißt du was da vorne? Oh, so Richtung Südwesten. Südwesten. Weise uns den Weg. Ja. Zu spät. Das wäre... Oh, bitte zu den Schlechtern. Zuerst. Es ist spät. Hier, wo ich bin, ist ein Motorrad abgestellten. Und? Da ist Parkverbot, oder? Ja, ja. Da muss ich direkt die Polizei anrufen. PUBG-Polizei. Da ist direkt das Board hier sogar, ja. Da ist direkt so ein Feldweg dran. Das kennen wir ja. Das ist eigentlich unser Rott hier, ne? Oh yeah. So. Jetzt 100 Bärchen anlaufen nehmen. Oh, schade. Ich habe keine Idee. Der Kreuzung. Das ist MP super. Das ist immer super. Aber hier extra. Da werden wir. Zack. Achso. Bist du noch. Dazu sage ich nur... Geht nix. Oh. Da geht was. Ich wollte gerade noch ein Spray machen, Alter. Da bin ich schon da brauchen. Ich weiß, hier ist er auch. Süden an der Halle. Sicher ist HoloLead? Ach da. Wo bist du denn? Ach da. Ja, das spielt ein bisschen... Baller, Baller im Kopf. Überweit. Drei Leute mindestens hier dran. Ich grüße Kevin und Kevins Freunde. Schön, Max. Ja, endlich mal. Ich habe schon sechs Mal, sieben Mal, wo ich den geballert habe. Mit welcher überraschter Stimme. Rechts. Ah, rechts auch nochmal. Rechts hat wieder einen Treffer. Oh. Und woanders. Ich habe mal das Fahrzeug in Sicherheit. Das hier. Muss mich heilen. Ich gucke mir mal die anderen Duos an. Hier und der war instant. Der hier hinten? Der rechts. Der rechts, der zum Schluss auf Yoshi geschossen hat. Schade. Ich dachte, er kriegt noch genug. Schade heißen. Hä? Tja, ja. Ne, ne. Vergesst. Ja, dann sieht man wieder. Ich würde da ranfahren. Ich habe sie gesehen, können wir das durchaus machen. Lass mal was tun, sonst passiert was ganz Schlimmes. Gut, dass ich wieder ausgestiegen bin. Können wir den Berg da bei denen nehmen und dann mal gucken. Hier war der übrigens, der dich angeballert hat. Guck mal, dass der in der Senna die Nummer aussehen ist. GG, James. Hast du dem Schritte endlich mal gezeigt, wie das geht. Oh, da immer noch. Die müssen hier getauscht haben. Ach, dein oder mein Schuss? Zwar deiner. Meiner. Eintausch. Mal eingetroffen. Au. Na dann, noch mal ein bisschen weiter rum. Ich grüße auch dich, Leon. Einer ist ein bisschen weiter nach rechts gelaufen, Micha. Da könnte schon so ungefähr in dem Gebäude sein. Bin mir nicht sicher. Ist hier ja nix. Jetzt heilen die sich ja nicht so richtig. Ja, ich beschäftige dich ein bisschen. Wir laufen schon ein bisschen weiter, ne? Und auf die hin? Auto hinter uns? Genau. Die hier geholfen? Ja. Ja. Klang so. Ja. YouTube-Live-Streams beginnen immer um 17 Uhr, Kevin. Und die Twitch-Live-Streams um 12 Uhr. Von 12 bis 16 Uhr. Wenn du das vor uns rechts aus dem Fenster rausgabst. Läuft jetzt rechts an den Stein. Hast du den am Stein, Micha? Michas war hier. Muss auch noch weiter außen rum zu kommen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen mit dem Team, weil sonst kommt das andere wahrscheinlich früher oder später mit ran. Hat ein Hit am Stein. Noch ein Lock. Quad kommt auf uns zu. Süden. Fuck. Muss verschwinden. Der hat nicht dazugehört. Die anderen sind immer noch Locked. Der andere war grad hier. Ich werd beschossen. Oh shit, 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 shit. Eieieieiei. Instant. Zauber. Ich guck mal zu den anderen. Ich brauch einen neuen Helm und eine neue Weste. Ein bisschen was soll's hier geben. Ein bisschen was soll's hier geben. Rauchgranaten. Vor allen Dingen. Granaten, Rauchgranaten. Rauchst du Rauch? Ich hab drei. Ich hab drei, aber wir werden nur alles brauchen wieder. Glaub ich nicht. Ich glaub, das ist ja nicht mehr. Ich glaub, das ist ja nicht mehr. Ist das jetzt hier grade? Ich hab aber weiter links in der M24 Seilen gehört, Max. Achtung. Nur gehört. Nie gesehen. Auch. 65. Dort laufen welche an dem Auto. Hinter dem Auto. Ich werd von hinten beschossen. Ich guck mal nach hinten. Ich guck mal nach hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil hinten sind die nicht mehr dran. Du. 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 Oh, das ist zusammengeleitung. Nein? Schießen die über euch? Ja, wa? Ging auf mich gerade. Ja. Ich heil mich mal. Aber die sind alle nicht mehr drin. Alles zwischen Südost und Südwest. Alter. Ich wollte auch noch einen neuen Helm, wenn es so weiter geht. Meine Zentralwest ist fast komplett weg. Ja, meine auch. Auto, Südosten. Ich sehe 230 Grad. Auto kommt ran. Bei mir. Los. Ich bin nicht sicher. Ich dachte es hat hier bei mir gehalten. Ja. Am von der Straße. Richtung Osten direkt an der nächsten Kante glaube ich. Ich halte die hintere Kante. Hier ist erstmal eigentlich nicht so richtig was. Das Auto ist halt gefahren aber mehr auch nicht. Ich glaube das war auch nicht voll besetzt. Ne, ne. Da ist einer mit ihm mitgelaufen. Den habe ich außerhalb der Zone noch gemacht. Das war der letzte von denen. Ich glaube Richtung Nordwesten hatte ich vorhin auch nochmal Schüsse gehört. Also. Da könnte immer noch was kommen. Ich sehe sie glaube ich an der Ridge. Joshi. Ich meine ich hätte da was gesehen aber unsicher. Ja. Das war eben auch ein Auto. Also ziemlich safe. Hier. Hier direkt schon. Bin mir nicht sicher. Das kann auch irgendein komischer Ass gewesen sein im Hintergrund. Ich laufe mal an. Auch. Ich prüfe das ja. Müssen eh dorthin. Granate kommt. Ja. Instant. Ja. Perfekt. Eine schicke Ecke. Und ein Schropf vor uns. Das Ding. Ich glaube ich versetzt das Teil hier oder? Ja. Noch ganz viele Granaten. Ich habe das Ding voll. Ich habe Rauchgranaten. Da habe ich sehr viele. Sieben Stück. Auch hier. Wir haben hier was dran. Ja. 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 Geil. Nur auf 70 Grad. Da hinten. Irgendwo. Ist da irgendwo drin liegen? Ist es in diesem Viereck? Ne. Dahinter das. Habe ich gesagt. Hier sitzt die Lynx. Und genockt haben sie. Hat die Lynx hier gelb. Uh. In der Check oder was? Ja. Okay. Krass. Kam mir so leise vor. Drei-farbiges Haus. Laufen jetzt zu den Vier. Ja. Müssen es klau... Ja. Ne. Müssen wir nicht. Die laufen nur. Ja. Müssen es zur Lynx. In der Hacienda selbst. Müssten jetzt immer noch wieder welche sein. Waff er mich kurz. Eila. Mh. Hier oben drin. Hier ist der Beste. Ist gleich weg. In meiner Nacht auch 25 Punkte. Wenn links mit der Zone laufen, müssten wir bis zum langen Gebäude fast noch rankommen. Bis hier ran. Haben wir nach rechts allerdings gar keine Deckung. Da muss ja auch noch die Lynx sein. Okay. Die werden nicht hinter uns her kommen. Glaube ich. Oder? Ja. Kann ich herausfinden. Wir müssen erstmal bei uns loswerden. Was? Keine Karte? Ne. Warte. 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 Hier im Fenster. Ich höre noch drinne. Und ein C4 ist drinne. Cool. Einer kommt raus. Ich glaube, das hat sie selbst. Ne. 12 zu 44 micha ist nicht. Irgendjemand guckt. Er ist immer noch am Hütchen. Er ist jetzt im Hütchen. Mhm. Was geht da oben Micha? Nix. Die sind alle tot hier. Aber wie gesagt, C4 waren... Ne? War unterschiedlich. Ein Instant. Oh. Fuck. Die Links fährt. Der Hügel ist besetzt halt. Auf Osten. Links kommt zu mir ran. Aber... Das war meine Weste. Guck mal bei dem rein. Das sind beide Zeilen. Ja. Das muss ich jetzt heilen. So. Die Zone wird nämlich hin. So. Es sind nur noch zwei. Das gibt's doch nicht. Du bist noch drinne. Ich komm gleich. Naja. Ich bin drinne. Die pushen nämlich da vorne schon. Deswegen bin ich gegengelaufen. Einer müsste am Auto sein. Der andere ist noch am Hügel. Ja. Im Hügel dürfte er auch schon vor sein. Ich glaub... Nein. 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 Das war mal ne spannende Mirammerrunde. jedenfalls, dass die letzte die Hälfte dann oder so Was hier alles abgegangen ist bis zum Ende war schon, schon nice Die Lynx, die hat echt eine Menge Leute da oben weggeschrumpst Dafür, dass der ganz alleine war Also ich weiß nicht, ob er immer alleine war Aber zu dem Zeitpunkt jedenfalls Ich will mal kurz noch was angucken Die Dings wollt ihr angucken Die Runde Danke, 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 danke So, warte mal Da, die vorletzte Genau Die lief ja nicht so schlecht So, spüren wir mal rein Übrigens, die Die im Auto Die wir so schön zurecht geschossen hatten War ein komplettes Team Und wir haben den Schaden auf alle verteilt Wir haben alle, die sind alle nur angeschossen Alle sahen, wie sie da sind So Oh Gott Hier ist schon einer im Spiel Der heißt ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irgendwas So, jetzt gehen wir mal kurz auf Das ist das Team Die wir vorher im Auto so zurecht geschossen haben Wo wir uns gewundert haben, dass keine rausgeflogen sind Die sind hier rangefahren zu uns So, schön in kleiner Geschwindigkeit Da komm ich gelatscht Da sieht man mich hinten Jetzt lege ich mich gleich hin Zack Jetzt begeht die Party Tatsächlich haben wir sie genau aufgeteilt 2, 2, 2 2, 2 Aber einer von denen Muss ein Self-Rilever-Feed gehabt haben Jetzt leitchen die von oben MG Power Das kuriose ist Die sind sogar Nicht mal mit vollem Leben Zu uns runter gefahren Die haben sich gar nicht richtig geheilt Easy So, hab ich sie gerne Verletzlich Wussten schon, dass sie keine Chance haben Glaubt nämlich auch Wo ist denn der Wo ist denn der Yoshi? Also ich wäre raus für heute Achso Alles klar Na denn Viel Spaß noch Danke Gute Nacht Ciao Ich hatte ja eigentlich gehofft Du hast direkt aus dem Gelände Selbst rausgeschossen Dann hätten wir ja zwei verschiedene Winkel gehabt Welche Runde jetzt? Das ist eben gerade Die Situation da Mit den vier Die aus dem Auto rausgeholfen Die aus dem Fantasy Worteilgung soprattutto Okay naja So alles in allem incluso Okay naja Achso Wahrscheinlich werden wir dafür die letzte Restliche Woche oder so dann komplett abgestraft Das nächste Mal patschen Überhaupt nochmal Am Sonntag um 14 Uhr Aber nur bis 18 Uhr, weil dann fahre ich Nämlich los mit dem Auto Bis ungefähr 23 Uhr So ist es immer Leon, wie gesagt Jeden Tag im Endeffekt bis auf Samstag Ich will streamen so um 12 Uhr, also um 12 Uhr Bis 16 Uhr Und der Abendstream auf YouTube geht immer 17 Uhr los und geht immer so Um den Daumen bis 23 Uhr Je nachdem, was das Spiel halt so hergibt Naja, vielleicht Am Samstag nochmal, ne Ich kann's noch nicht sagen Samstag? Ach ja Es sei denn, du hast was anderes Jetzt, was Fast Nee, nee, nee Tatsächlich eher nicht Nee, 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 nee Nee, und halt Sonntag nochmal 14 Uhr Oh Bis 18 Uhr Ähm, kurzer Stream Da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht Wir sind nicht allein Ja, ich muss mal gucken Um 18 Uhr fahre ich ja dann los Und dann halt mal schauen Jeweils Okay Die Vorderer, dann nimm sie Hm, ich springste dahinter ran Ja Gibt mir eine Waffe Hast du keine? Einser Wester hier Noch eine? Gibt ne QWU, wenn sie grad schon mal in den Himmel ist Nö, ich will die pushen Ich geh links rum Komm schon Einer ist hier Mist Ich weiß nicht wo der zweite ist Noch zwei, drei, zwei, drei Jetzt kommt der noch in der Halle Nix zum Werfen weiter Der andere ist hinter nem Holzstapel, ne Beim Bagger Mhm Hab den Der Vorderer, ne Der hinter ist angeschossen Nur noch der in der Halle Ja Ah, der haben die nämlich auch schon versucht hier Der ist noch mal eine QWU War eine Fix? Der eine, der zweite nicht Der war nur in der Halle Ja, okay Vektor? Mh, nö Ich glaube ich spiel Kubi Kubi-Z Kubi-Gubi Aber Visierchen dafür wär noch geil Ja, damit kann ich auch nicht dienen Guck mal, noch Goblin Slayer Und da hab ich auch genug Der ist schon noch so, so bisschen Medis Zeug So ein kleiner Helm oder so Und das Sachen, weißt du Das wär schon fantastisch Ja, das hab ich Gott sei Dank schon gefunden Gibt's nen Mündungsweidämpfer AR? Nö Ja Magazin noch AR Mh, war ich auch noch Eins noch für die QWU Nö Ja, kann ich dir geben Nice Hatte der schon irgendwas Gutes dabei? Ich meine ja nicht, ne Hm Hauptne Weste hab ich mir rausgezogen Hast du geschaut, ob in K.O. was reingesprungen ist? Dazu bin ich nicht mehr in der Lage Ja, ich hab auch nicht wirklich was geachtet Siebener brauchst du nicht, ne? Hast gar keinen Verpaucher Ja Gezei, Kubi-U Oh, fuck Ich hab einen Verpaucher Tja, ja Ah, hier ist wenigstens ein Helm Zwei Minutes Feuerdämpfer brauchst du noch? Ne, ich hab einen Karabiner dabei Ich komme nämlich bei der QWU überhaupt nicht zurecht Sie müssen schon relativ nah dran sein Dann geht's Ganz geil Achso, das AR Magazine noch Hm Ich find die schon ziemlich nice Aber Sag mal so Es ist halt auch eher Nur wenn sie halt näher dran sind Sobald sie So ab 150, 200 Meter, würde ich sagen Wird sie langsam kritisch Ich brauch nichts mehr AR-mäßiges Außer ein Kompi Hm Weil dann Halte ich meistens Zu weit vor Oder zu kurz vor Oder oder immer Kannst du überhaupt nicht Zwei einmachst Ja Hm Können auch zum Brückengelände nach vorne Ist vielleicht ganz angenehm Wir haben ein bisschen mehr Übersicht Kommt vielleicht noch was rüber oder so Ja, komm, wir machen Hm Machen wir heute ja mal besser Willst du einen Dreifer? Ja, bitte Ja? Ja Okay Ich hab derzeit ein Zweifach auf dem Karabiner Ach so, auf dem Karabiner da kann ich hier sogar ein Vielfach geben Nö, passt schon Das ist mir rumpe jetzt Bin eh überhaupt nicht Treff sicher Da passt das schon Ja, ja Ah Müde bin ich mittlerweile auch schon So ist es nicht Ein klitzekleines bisschen Ich würde gar nicht sagen müde Aber totgespielt Also Ich bin definitiv müde Na dann Wollen wir denn mal Hm Drop Wahrscheinlich im Wasser Meinst du? Oh, nee Ich glaube deutlich knapper So nah, dass wir da glaube ich uns immer Dass wir da mal hinschauen sollten Ob da nochmal irgendwie eine Kleinigkeit passiert Also die Rüche müsste ja dann schon Ein Fahrrad umziehen Ja, aber du mal Lucky Lucky Und ich gehe erstmal Richtung Brücke Oh, ja So ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt Moin Tilo Tobias Willkommen zurück Schön guten Restabend Oh An der Scheibe selbst noch gut wahrscheinlich, oder? Ja, sieht so So ehrlich da noch aus Der ist so ein paar Meter von der Wasserkei Einfach von der Küste entfernt Ja Jetzt eine MK Das wäre geil Ein richtig schöner MK Nachdiene Das ist ein MG Das ist das 7er MG Oh, das Problem Ich werde deine Hilfe brauchen Der gammelt mich an der Der ist direkt an der Küste vor mir Einer Zwei Boah, Max Ich brauche ein bisschen, ne? Die werden mich nicht Die werden mich so schnell nicht töten Kriegst du sie markiert? Die sind direkt vor mir am Strand Direkt davor Also hier irgendwo Direkt vor mir Okay, dann kann ich den Jügel locker anlaufen Kannst du mir das 3er rüberwerfen? Das wird glaube ich eher nichts Einer schwimmt zu mir ran Wieso das denn? Weiß nicht Und einer ist direkt am Strand Ich warte hier Kannst jetzt nicht versprechen Ne, ne, alles easy Ist erstmal alles okay Lass dich ein Dresser, meine ich? Der steht Du kannst sogar noch näher ran kommen, wahrscheinlich Der lootet das MG, wie geil Der wird gleich zurück zum Strand gehen Flunderwigs Fuck Einer aus dem Wasser Einer am Stein Schau mal Geblendet Rosandra, ist da noch Wasser? Ne, der ist am Stein Hier Äh, da Und heizt sich Sein Mail kommt aus dem Wasser raus Ist er an dem Stein? Ja Sein Mail liegt noch Ja, ich warte bis du mir Informationen gibst Ja, der ist am Stein Guckt jetzt oben rüber Hast du ne Nate oder sowas? Ne, leider nein Ach so, ist jetzt scheiß drauf Ich kann auch loslaufen Ja, lauf, 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 lauf Wir machen Zeit gleich Stopp Schön Ach, da die, da die beide Geld noch angezogen waren Hab ich auf den gedockten geschossen Ja, hat der geklappt Witzige Kiste Boot Hm, ich seh's Ich hol dich trotzdem kurz hoch Hab ich auch eine gewischt? Ja Ja, nice Wir wollten auch noch so drop Das ist Das ist TAMG, wenn du willst, ne? Ne, ich will's nicht, Max Ganz ehrlich Ich leg mir vielfach raus Was dreifach ist, die liegt ja auch noch Ja Ich glaub ich, ich glaub ich nehm's mit Was soll passieren? Ich such gerade nach einer Weste Da hab ich schon drei Westen angeschlagen Siebener? Vor allen Dingen such ich Ähm, Koffer Hast du ein Koffer? Ich hab vier Stück, ja Bein Dudes im Wasser wahrscheinlich auch noch Ach so Ach so, ich sag Ich sag mich schon Dudes, ey So weit ist es schon Ah, die haben beide kaum Siebener Ich geh mal noch zu den Häusern hier Die müssen irgendwie eh in die Richtung Ja Welchen schicken war das heute? Boah, ich weiß es nicht Keine Ahnung Wir hatten eins im Duo auf jeden Fall, ne? Ist der erste, ja Am Anfang Aber ich weiß noch nicht mehr Hier Jetzt Das hier Hab's noch? Ah, Kampf Das Ding Siebener Muni Könnte wehtun, wa? Ja Hast du das Auto gehört? Ne Oder hast du die gesehen? Gesehen, durch Zufall Ich wollte hier looten Ich hab nur gerade so Ich bin gerade auf die Tür hier zu Dadurch hab ich da In der Seite in die Richtung geschaut Und auch immer, was ich da ist So, okay, alles klar Die wollten uns auch natzeln Wo ist der nächste? Seven Days kommt auch Am nächsten Mal am Samstag Äh, am Haus Wenn du aufs Hauslauf zuläufst Einmal drumrum Das erste Haus hier Müssen wir ruhig haben, oder? Ich hab nur siebener rausgenommen So, jetzt haben wir ein bisschen Buffer, Koffer und sowas Braucht ihr sogar echt noch Ja, dann komm doch mal her Der hat sieben Buffer Und vier Koffer Hier werde ich auch noch welche drin finden Ja, Buffer, Koffer schon gefunden Alles easy Weiter geht's Ist ein bisschen weiter weg die Zone Ich geb gleich den Spritz von rein los Gute Idee Ich glaub's schon Elex, nein, Neomis Moin Aber Nee, nee Elex war so verbuggt Und hatte so Hardcore-Logik-Fehler Dass ich keinen Bock mehr hatte In gewissen Zeit Das ging einfach nicht mehr Ich bleib dabei Ich nehm es bis heute übel Dass die das nicht geschafft haben Die sind so gut Eigentlich da drin Im Storytelling Und irgendwas dergleichen Ich nehm es dem Bis heute übel Dass die einfach gesagt haben Jo Eigentlich ist es da Der Held Alle kennen den Der hat Es müsste der bekannteste Mensch der Welt sein Mit riesen Abstand Und zwei, drei Jahre später Oder fünf Jahre waren es glaube ich so Später kennt die niemand Nicht mal mehr die eigene Gilde Kennen die nicht mal mehr wieder Und so zieht sich das leider Für nicht durchs ganze Spiel Das ist dermaßen unlogisch Irgendwann war es einfach zu viel Und die plus die ganze Wachse Ging nicht mehr Dying Light Ja mit Sicherheit Werde ich immer wieder Dying Light spielen Aber erstmal kommt da ja noch nichts Ich hoffe ja Dass für Dying Light 2 Irgendwann nochmal ein richtig cooles DLC kommt Für Dying Light 1 Haben sie ein paar DLCs gebracht Oder zumindest ein großes Was ja quasi dann nochmal Fast so lang war Wie das ganze Spiel selber Also ich hoffe mal Da kommt noch was Dann bin ich auch wieder Verstanden So langweilig war Wie das komische Spiel selber Ne, ne Dying Light 2 War bis jetzt so So die Bärle des Jahres Ach, das wäre jemand anderes gewesen Mh, mh, mh Mh, mh Mh, mh, mh Mh, mh, mh Ah, mh, 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 mh Oh Gott Siehst du das? Guck mal M, siehst du das? Zumindest mal kurz gucken Fahrzeug Rolle Guck nur Hast du deinen zweiten? Oder hast du geleached? Jetzt macht es halt keinen Sinn, jetzt wissen sie, weiß das halt auch Ah, da kommt der zweite Hm, ist halt durch Nee, hält Wir müssen aber dann Wenn du jetzt noch weiter rangehst, dann ist es gleich vorbei mit der Zone Kämpfst du? Dann komme ich zurück Nichts Oh, nächstes Team Ach, das war ja gar nicht, der mich beschossen hat gerade Ich habe Einer ist vor mir hier auf jeden Fall Aber ja, ich habe schon oben gerade beschossen Ist ein weiteres Team dabei Nicht bei mir Muss auf jeden Fall auch einer sein Und einer oben auf dem Hügel Ja Den unten habe ich gesehen Nee, die Zone halt auftrifft, brauchst du, ne? Schon ordentlich Ich höre den Wagen nicht nochmal Das irritiert mich so ein bisschen Ich gest... Nee Na scheiß drauf Ich mache nichts mehr Ich mag... Ich mache das 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 Schade, schade. Bin enorm mit den Waffen durcheinander gekommen. Weil von oben mit dem Visee und so weiter, war mir nicht sicher, ob ich die QBU in der Hand halte, zwischenzeitlich, oder das MG. Das ist mir jetzt nicht... Wahrscheinlich, dass die QBU mit dem MG gar nicht mehr gebraucht war. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die haben das nochmal verändert. Der Rückstoß. Selbst jetzt mit dem Ultra-Modus, schnellen Modus, haben wir deutlich schwächer vor, als das letzte Mal, als ich es gespielt habe. Hoppa. So leicht nicht, Mega. So leicht nicht. Wollte sich hier schön noch entschicken. So leicht kommst du uns nicht davon. Hoppa. Einen ganz schwitzigen kleinen Finger. Ich kann kaum noch die Shift-Taste ordentlich halten. Wie viele Koffer hast du noch? Noch einen. Oh ja, reicht ja. Direkt hier müsste was sein. Noch mal, genau. Da war er. Alter, da war doch eigentlich direkt ein Baum dahinter. Äh, dazwischen. So lange, wie der da drauf geschaut hat, hätte ich jetzt aber auch nicht damit gerechnet, dass der da da war. Moin, Robin. Aber da war in der letzten Runde, Robin. Er ist morgen wieder weiter. Am 12 Uhr auf Tisch und 17 Uhr auf YouTube. Aber, guck mal kurz rein, wie wir es heute gemacht haben, wenn er schon so nachgefragt wird. Übersicht. Da, Matchverlauf. Also, wir hatten Platz 7, Platz 1, Platz 1, Platz 3, Platz 4, Platz 27, Platz 2, Platz 6, Platz 15, Platz 6, Platz 1, Platz 15 und Platz 1. Also 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Und einmal Platz 2 und einmal Platz 3. Die erste Runde ist wirklich auch mit Abschauen, auch bei, auch meine insgesamt, die beste Runde. 14 Kills, Platz 1, das ist die erste Runde. 16, 100, Schaden. Nice. Ja, die auch ordentlich tun. Dann, naja, so sieht es aus. So und nicht anders. Ja. Ja, so sagst du. Ich nämlich auch. So, also, gute Nacht zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Likes. Danke natürlich auch wie immer für die Abonnements und die ganzen Spenden und all den Drum und Dran. Schlaf gut und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder um 12 Uhr auf Twitch mit Nein, morgen Abend ist ja gar kein Content. Ach Gott. Morgen um 12 Uhr natürlich eine Green Hell auf Twitch, aber morgen Abend gibt es nichts. Da habe ich nämlich frei. Dafür gibt es den Samstag aber dann wieder komplett. Das heißt, hier auf YouTube sehen wir uns am Samstag um 17 Uhr wieder. So sieht es nämlich aus. Und zwar dann wieder mit 7 Days to Die mit der Community Runde. So. So läuft das. Gute Nacht. Und bis jetzt. . Und bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt.